Leute, was geht? Hi, hi, hi. Welcome to the stream. Hello, 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 hello. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schön, dass ihr hier seid. Welcome to another day, to another stream. Hi, hi. So, wir befinden uns im Mittwoch dieser Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir streamen heute Wobbly Live mit Kiara, mit Lumi und Bart. Das wird sehr lustig. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich könnte mir vorstellen, dass richtig viele dieses Spiel nicht kennen. Ich habe auch nur ein bisschen dazu gesehen, aber es sah so lustig aus. Wir müssen quasi ein Leben führen und Jobs machen. Und das ist einfach total lustig, wie das Spiel so ist. Ich glaube, wir werden eine gute Zeit heute haben. Danach habe ich ein bisschen Bock auf Velo. Und es wird ein sehr schöner Abend heute wieder. Deswegen schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr hattet heute einen nicht allzu stressigen Tag. Und wenn ja, hoffe ich, dass ihr heute hier im Stream ein bisschen gute Laune verspüren könnt. Ash, was geht? Nina, was geht? Pry Nimi? Leon, was geht? Wir zocken nachher mit Leon Velo. Ich habe richtig Bock. Cap Mayonnaise, vielen Dank für zwei Monate Stufe 1. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Den Musikstream mit Bart, den wir jetzt auf jeden Fall wiedergeben, haben wir ja schon gesagt. Wird safe geben. Lisa, schön, dass du hier bist. Lu und Wu, was geht? Hallo? Sage ich eigentlich Wu? J-W-W-I-W? Ich lese dich eigentlich schon so lange im Chat, aber wie nenne ich dich denn am besten? We need a new name. We need a new name. Oder soll ich einfach Wu sagen? Wu, Wu, Wu? Musikstream mit Kili wäre auch insane. Ich habe tatsächlich noch vor dem Stream mit Kili geredet und Sprachnachrichten ausgetauscht. Und wir hatten vor vier Wochen oder so mal gesagt, dass wir, dass wir eine Musikstream machen müssen. Ich mache mal, ich habe mal ein Foto davon gemacht und send das Kili. Okay. Ja, und Maluna, wie geil, dass wir mit Maluna wäre, ey. Wie geil, dass mit Mazat, Bart und Kili zusammen auch wäre. Ja, und dann noch Rezo und Lara und alle Musikmäuse vereint in einem Stream. Das wäre sehr nice. Das wäre sehr, sehr nice. Also ursprünglich war es einfach irgendeine Buchstabenwahl, wollte den Namen später ändern. Aber dann hattest du mich im Stream Wu genannt. Seitdem gefällt der Name. Und ich habe ja jedem Stream, wenn jemand gefragt hat, gesagt Wu. Okay, Wu. Wir machen Wu. 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 Wu it is. Wu it is. Irgendwie hatte ich irgendwo die Möglichkeit, den Namen für mich zu ändern. Irgendwo ging das. Ich finde es jetzt aber nicht. Es wird einfach dann, ähm, es wird dann einfach eine Party mit Live-Musik. Das wäre auch cool, actually. Lumi ist schon im Discord. Hallo. Lumi, Lumi. Hallo. Sorry, ich habe gerade noch den, äh, so einen Gameplay-Trailer von Robbilly Live geguckt. Ich bin so gespannt, wie wir heute dieses Game rocken werden. Ich bin allgemein auf das Game sehr gespannt. Ich habe locker drei, vier Stunden Streams mit Robbilly Live geguckt. Und es war so gute Laune und so ein Chaos. Und ich glaube, du, Chiara und ich sind das größte Chaos ever. Und Bart ist so ein bisschen der, der vielleicht Ordnung reinbringt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube eher nicht. Also, Bart ist auch, äh... Also, freut euch auf Chaos heute. Ich habe gesehen, dass, äh, ich habe erst kurz ins Stream reingeguckt. Du hast über dieses, über den Duft-Accident gesprochen. Mhm. Riechst du denn jetzt gut? Ich glaube, ich rieche gar nichts mehr. No. Ich glaube, meine Nase ist einfach nachhaltig beschädigt jetzt. Nein. Lumi kennt, äh... Ich muss sagen, ich habe allgemein das Gefühl, dass ich viel schlechter rieche als andere Leute. Weil, voll oft, wenn Leute irgendwie so sagen, boah, riech dir das oder so. Ich rieche halt legit oft gar nichts. Okay. Das ist irgendwie... Du musst es eigentlich mal testen lassen. Hm. Vielleicht gibt es, es gibt ja so ein Schlaflabor. Vielleicht gibt es auch ein Riechlabor. Mhm. That would be fun. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist meine Nase auch einfach permanent irgendwie zu oder so. Kein Plan. Hallo. Hallo, Chiara. Na, wie geht's euch? Gut. Und dir? Und dir? War so misstrauisch, wie ihr gerade geantwortet habt. Gut. Äh, gut. Was meinst du? Warum fragst du? Es ist ungewöhnlich, dass Chiara so nett ist. Ey, Dalu hatte einmal gefragt, weil ich meine, ja, ich esse gerade was und dann so, oh, was isst du denn? Oder was hast du denn gegessen? Und ich war so, warum fragst du? Warum fragst du? Ich war so richtig so, why? War wieder irgendein Boomer-Joke von Dalu. Immer. Ich glaube, der hat das legit einfach nett gemeint, aber ich war schon so richtig so, was willst du von mir? Lass ihn das bloß nicht hören, dass du das einen Boomer-Joke genannt hast. Warum? Ja, dann kommt er gleich für dich und sagt, was nennst du mich Boomer? Du bist ein Boomer, sagt er dann zu dir. Oh, shit. Oh, weia. Oh, shit. Oh, shit. Nächste Woche müssen wir unbedingt, ich hoffe, ich kriege ihn nochmal überredet, Codenames spielen mit Dalu und Leon. Ich glaube, ich kann nächste Woche nicht. Was? Schade. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, Timmy. Sonst die nächsten Wochen irgendwann mal. Ja, voll gerne. Aber das wäre geil. Die Boomer Uno Reverse Card. Ja. Ist eigentlich eine Lobby offen? Oder wie funktioniert das jetzt? Noch nicht. Ich dachte, wir warten noch kurz auf Barty Bart. Ja. Wann kommt der überhaupt? Ich bin nochmal ganz kurz mute. Ja. Hast du dir schon was angeguckt zu Robby Live? Ein kurzes Video, aber mehr nicht. Okay. Aber nur kurz auch. Oh, da ist er. Hallo. Der Bart Boy. Sorry, dass ich es so lange gebraucht habe. Alles cool. Ich habe mir erst das Game noch runtergeladen, was wir für heute spielen. Wir spielen Baldur Skate 3, ne? Zusammen alle? Ja. Boah, wie krass für Justin. Das wäre ein richtiges Mammutprojekt, ey. Wir spielen auch Bock drauf. Ich will das auf jeden Fall spielen, aber ich weiß halt nicht, ob ich die Ausdauer habe, das wirklich so langfristig zu spielen, weil das ja echt riesig ist. Ich verstehe. Ich bin da immer recht unzuverlässig. Hey, Chad, was ist Baldur Skate? Was ist Baldur Skate? Ich habe dir so was gesagt für Projekte, naja. Ähm. Was ist Baldur Skate? Ich bin immer noch schuldig, obwohl ich halt krank war jedes Mal, aber trotzdem. Pain. Ähm, was ist Baldur Skate? Was? I don't know. Ein Rollenspiel. Hello Mandy. Ist das so wie Skyrim? Nee. Gar nicht. Ist das Divinity? Ja. Das ist wie Divinity. Oh, nice. Was ist wie Divinity? Also Divinity Original Sin, ne? Ja. Das ist richtig. Es gibt sehr viele Unterschiede. Welches jetzt nochmal? Baldur Skate 3. Original Baldur Skate. Ach so, Baldur Skate. Saraman, danke für 21 Monate Stufe 1. Liebe geht raus. Oh mein Gott, der echte Timoros ist live. Liebe. Ich seh mal. Danke für so viele. 21 Monate, insane. Mein Chat hat ja schon gesagt, wir müssen bei Divinity zusammenspielen. Dolphy Girl, schön, dass du hier bist. Lou. Leonada. Let's go. Divinity Original Sin 2, rein da. Hardcore Modus oder Honor Modus. Happy Birthday, Dolphin. Sobald wir alle tot sind, Vibe, der Spielstand. Okay, weiß ich jetzt nicht. Spielen wir dann Divinity Original Sin 2? Ja. Okay. Das soll actually insane sein. Mhm. Okay. Ist halt immer so geil, wenn man eine Entscheidung in dem Spiel treffen muss und dann spielt man ein Schere, Stein, Papier gegeneinander. Ich weiß nicht, ob es beim zweiten Teil so ist. Aber am ersten Mal ist es halt so, hey, ich will die beklauen. Nee, ich will die nicht beklauen. Okay, schnick, schnack, schnuck. Wie viele, ich habe, was konnte man so machen, ja. Wie viele können da mitspielen? Ich glaube tatsächlich vier Leute, oder? Oh, das würde ja perfekt passen. Okay. Oh, die Musik in Wobbly Life ist so nice. Und so laut. Die ist so nice. Scheiß, wo haben die Leute immer ihre Cam hin gemacht? Hast du es wieder in... Natürlich. In der American Bubble gesehen? Natürlich, alles, was wir spielen, sehen wir da. Sehe ich da. Sehe ich nicht da. Cam, oben rechts, okay. Oben rechts. Und wisst ihr, bei wem ich geguckt habe? Bei Toast. So. Ja. Hier. Zack, zack. Ich bin auch großer Toast-Fan. Ich konsumiert sein Content nicht so viel, aber alles, was ich von ihm sehe, finde ich irgendwie cool. Yo. Ich mag, dass er so edgy ist. Michael Reeves. Oh, Michael Reeves ist der geilste. Der ist so wild. Wer ist das? Der droppt so jede fünf Jahre ein Video und das ist einfach genial dann. Der hat so in seinem Stream damals so seine Subsalerts oder so gekoppelt mit so einer Bohrmaschine oder so, die dann immer sich gedreht hat, wenn jemand gesuppt hat. Der ist ganz wild. Basically ist Michael Reeves ein Erfinder und so Informatiker. Ja, der macht, der hat auch so einen Roboter, so Boston Dynamics Roboter umgebaut, dass der Bier pisst und so. Ja, der ist mega. Ich sende dir mal, du bist den lieben. Der hat einen richtig nice Humor auch, der mit deinem sehr... Ist der mit unserer Reeves irgendwie verwandt oder? Nee, nee. Aber das wäre lustig actually. Michael Reeves, Reeves TV. Richtig. Vielleicht jetzt Quadstream. Wir könnten einen machen, ja, wenn alle Bock haben. Folge ich euch allen? Ja, nee, hab ich was. Ich hab doch schon eine Squad-Einladung bekommen. Oha. Okay. Aber ihr auch. Ihr habt auch beide schon eine. Keras Motz, die waren wieder am hustlen. Bei mir hat sich bei meinem Dashboard... Ich hatte mir voll das Dashboard voll nice eingerichtet. Das hat sich zurückgesetzt heute. Oh nein, nein, nein. Das ist richtig pain. Bart, ich wurde heute schon maximal penetriert, dass wir wieder einen Musikstream... Nein, 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 so meine ich das. Hallo, dass wir den Musik... So startet man richtig in den Tag. Dass wir den Musikstream machen sollen. Das meine ich. Also ich wurde maximal gefragt, meine ich. Scheiße, Alter. Können wir sehr gerne machen. Nein, ey. Ist doch nichts... Also gegen eine schöne Penetration. Richtig, richtig. Kann man ja auch nicht sagen. Aber es fällt mir manchmal schwer zu glauben, dass du, wenn du sagen willst, dass du viel gefragt wurdest, das erste, woran du denkst, ist, sagst, ich wurde maximal penetriert. Naja. Es ist Frühlingsranzei. Penetrant, penetrant und so, wenn so ganz oft die Frage kommt. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, wo das hingeht. Aber ich meine, das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Richtig. Aber kurz Kontext. Ich mache ja viel mit Johannes Lukas zusammen. Und der penetriert dich auch jeden Tag. Dicker! Und der redet halt so. Und ich, auch dieses Dicker, was ich super auch... Das habe ich auch von ihm. Und ich sage das meistens so meme-mäßig. Aber nur ich weiß, dass das meme-mäßig ist. Weil das bei uns unter diesen Sportlern so ein Meme ist, weil Johannes das immer so lustig sagt. Umgang von dem Menschen. Richtig. Na gut, dann will ich das mal glauben. Chat, hat sie es abgekauft? Ich weiß es nicht. Spaß. 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 Doppel gemeint, Gamed. Okay. Host. Tutorial müssen wir nicht spielen, oder? Nee, ich glaube nicht. Lass mich machen. Was müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir drauf? Wo, wie, wo? Join Game. Nachdem du Join World, glaube ich, gemacht hast. Oder Enter World. Ich versuche mal eine zu erstellen. Ja, genau. Nein, das liegt es, Franzi. Ganz ordentlich ist an. Join Game. World 1. Back. Nee, Multiplayer. Invite. Host online. Host online. Friends online. Okay. Seid ihr online bei Steam? Äh, ich bin hier. Äh, hoppala. Ja, jetzt schon. Du meinst Wobblalala. Warst du auch hier? Wobblalala. Ja, gut. Das ist halt so, wenn man nicht gesehen werden will, wie man die ganze Zeit spielt. Do you want to do the tutorial? Nein, kein Tutorial. Nein, niemals. Tutorial. In keinem Game. Jemals. Ich glaube, ich brauche noch eine Einladung. Ich habe keine Ahnung, was ich von dem Spiel erwarten soll. Tim hat einfach gefragt, wollen wir das spielen? Und ich war so, ich habe gesehen. Okay, Tim ist dabei. Ja, same. Fancy Kiara, ja, los geht's. Ich kann euch ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. Und zwar, wir müssen ein ganz ordinäres Leben führen, weil wir ganz faul sind. Und wir müssen jetzt endlich arbeiten gehen. Und es geht einfach, es geht in diesem Spiel darum, dass wir Jobs erledigen. Also, ich spiele gerade Killer Games auf meiner Konsole. Richtig. Meine Mama hat mich gerade aus dem Zimmer geschmissen. Das kommt bei euch jetzt gleich. Ich bin dumm. Ach so, ich gucke euch das an. Ich mache halt gerade dieses Tutorial, ne? Guckt euch das an. Echt? Warum? Weiß nicht mehr. Ich meine, ich spiele Tutorials. Okay, warte, den Ge... Mach Abbruch, mach Abbruch. Save and exit. Oh nein, Mama hebt mich hoch. Oh, das Wetter ist ganz schlecht jetzt genauso hart und penetriert wie Tim Horus. Warum sehen wir gleich aus? Hallo, Chiara. Ja, weil wir equal sind. Komm mit hier. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Hä, hab ich dich nicht im Griff? Nee, ich hab dich im Griff. Haben wir uns beide im Griff? Wir haben uns beide im Griff. Oh komm, nimm Bart im Griff. Nimm Bart im Griff. Ich hab einen gesehen. Oh, und ich hab deinen Penispart. Die hält wirklich an deinen Penis fest. So, und jetzt zusammen. Ich hab Franzi. Ich will das nicht. Hallo. Wir sind jetzt ein Rappenkönig. Ich will das nicht. Wir sind ein Rappenkönig. Oh, ich will auch das fahren. Was ist nicht los? Ja, Bart ist auf jeden Fall die Person, die Ruhe reinbringt in die Runde. Hast du schon recht gehabt, Tim. Richtig, richtig, richtig. Wie kommt man denn auf sowas? Wenn ich so ein Custom Game finde, wo ich machen kann, was ich will, dann werde ich natürlich rein trollen. Okay, also. Der Typ hat ein Demon Slayer Outfit. Hier steht, I will pay you. Mein Beifahrer. So, und ihr müsst jetzt einfach leben. Oh, es tut mir leid. Oh, ich kann die Garage zumachen. Franzi, was ist passiert? Ich kann euch sagen, Chat, das wird so Chaos heute. Der Squad Screen dürfte übrigens an sein. Aufruhezeichen Squad. Dann könnt ihr alle Perspektiven sehen. Da kracht es. Wie mache ich denn die Tür auf? Gibt es noch andere Knöpfe? Ich habe gar nicht gesehen. Es kracht hier. Also, wir müssten es halt erstmal schaffen, gemeinsam hier einen Job anzunehmen, Chat. Ich weiß nicht, ob ich das mit denen hinkriege. Bin ich ganz ehrlich. Oh Gott. Ähm. Leute. You killed me. You killed me. Kann man sterben? Äh, ja. Ich glaube nicht. Doch, doch. Kann man, kann man, kann man. Aber nachdem, was Bart gerade mit mir gemacht hat, würde ich sagen, eher nein. Die Autos haben sogar kurz. Jelly Deliver. Oh, wir haben einen Job. Ähm, follow Marker. Pick up Jelly. Bring Jelly back to the man. Komm mal zu mir. Wir müssen auch rollplanen. Also, ich, wie seid ihr so charakterlich drauf? Äh. Oh, ich kann nachher ansuchen. Ich bin nett. Ich bin so richtig monoton. Äh, ja, äh. Nee, das kann ich nicht. Scheiße. Kann ich meine Arme heben? Wie, wie, wie wir drauf sind. Was meinst du? Naja, also, wie würdet ihr euch so, wir müssen ja, wir suchen ja noch einen Job. Fünf Minuten. Wie würdet ihr euch in einem Resümee beschreiben? Ach so. Ich bin sehr motiviert. Ich bin sehr motiviert. Ich bin immer pünktlich. Ich bin immer nett. Ähm. Get some Jelly. Ich bin sehr stark. Ähm. Lumi, hol das Jelly. Kann ich mit dir mitfahren? Ja, schieb mich. Nee, warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Ich kann nicht bremsen. Jetzt, jetzt, fahr. Ich kann gerne einsteigen. Aua. Aua. Du kannst gerne einsteigen. Warte mal. Lumi, fahr. Warte, warte. Warte, Lumi, warte nochmal. Nee, ich muss weg vom Bad. Jetzt. So. Der hat noch nicht abgesehen. Nimm mich mit. Ich fahr mal vor zur Tanke, ne? Ich kann nicht aufstehen. Das wird ein richtig großes Chaos. Auf jeden Fall, Lisa. Sie kennen mich vielleicht aus der Nachbarschaft. Du musst F drücken. F. Ich hätte gerne diesen Jelly. Ah, ich habe nicht genügend Geld, um Jelly zu kaufen. Warte, warte, warte kurz, Lumi. Ich will nur mitfahren. Ich muss den so nehmen. Oh, nee, scheiße. Mann. Lass mich doch mal jetzt. Ich kann nicht. Bleib doch einfach stehen. Ich will. Oh mein Gott. Okay. Kann ich ihn noch mit ins Auto nehmen? Nee, kann ich nicht. Super. Ich halte mich vorne fest. Ja, 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 so ist gut. Da müssen wir den Jelly. Hast du den schon? Oh, super. Ja, hab ich. Fahrt da den Jelly. Okay, okay. Nee, du musst dich festhalten. Ja, warte. So, jetzt bin ich dran. Let's go. Wo ist Chiara eigentlich? Ich bin ja, äh, ich bin auf dem Weg. Ich bin jetzt in der Schule, wo so fünf Leute von mir abgeschrieben haben. So, henn ich auf euch drauf. Das ist mit exakt dem selben Feeling. Nein, ich bin tot. Hilfe. Hilfe. Nicht den Jelly-Mann töten, Chiara. Ich töte ja niemanden. Ich hau euch nur K.O. Och, ist das ein Chaos. Aber nicht den Jelly-Mann. Geld. Ich liebe Geld. Dollar. Davon können wir uns Outfits kaufen und so. Wie kann ich das nehmen, das Geld? Du musst es festhalten. Nee, mit, äh, links. Links klick. Wo ist Franzi hin? Achso. Hä? Nein, mein Geld. Lass mein Geld. Du kannst es irgendwo zu einer Bank bringen. Zu einer Bank? Ja, guck mal auf der Karte. Mein Geld. Auf der Karte seht ihr die Bank. Ey, ist das einfach so ein Live-Simulator? Genau, also, es ist quasi ein Live-Simulator. Ich habe hart dafür gearbeitet. Geil. Ah, nee, hier können wir das Haus kaufen. Wartet, Jungs. Was? Wo denn? Für 1000 Dollar? Oh nein. Ah, Lobi ist verrückt. Sie wird mich überfahren, weil ich hier Geld habe. Geh mir mal ein Geld. Wir klauen doch jemand anders. Die Jungs sind doch ein bisschen doof. Na, warte, warte, warte. Die Jungs sind doch ein bisschen doof. Ey, ich bin gar nicht doof. Mein Charakter ist voll intelligent. Ich kriege es nicht festgehalten. Danke. Geh mir mal Geld. Warte mal. Tim, ich habe eine Idee. Ja? Wir können das doch bestimmt ins Auto legen. Geh mir mal Geld. Oh, das ist nicht. Ja? Kann ich dir das droppen? Nein, ich sehe die Dollar-Noten meines Geldsachs. Und dann lass fallen. Jetzt lass fallen. Ja. Und jetzt setze ich rein. Oh, super. Perfekt. Aber müssen wir nicht allgemein, oh mein Gott, mehr Säcke eigentlich bekommen haben? Ähm, ich habe meine Bank markiert. Also, vielleicht habe ich die Mission abgebrochen und deswegen möchte ich kein Geld bekommen. Drück mal M. Wo muss ich denn? Drück mal M. Geh mir mal Geld. Da siehst du so Dollarscheine auf Häusern. Das müssen. Hier, komm, wir machen. Beste. Danke. Ah, Deposit. Geh mir mal Geld. Ach, scheiße. Aber sind ATMs nicht immer so voll scammed? Nee, die sind schon voll frei. Geh mir mal Geld. Lieben, drei Monate Liebe getraut. Ich liebe das jetzt schon. Das macht so Spaß, ey. Schön, dass du hier bist. Wir sind ein bisschen näher aus als Tango, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank. Geh mir raus. Oh mein Gott. Bitte hören Sie auf. Bitte lassen Sie. Bitte lassen Sie los. Lassen Sie mal die Mädels da ihre Mädels Sachen machen. Lassen Sie. Lassen Sie mein Geld an. Wir machen dickes Geld hier. Was, Sack? Hallo. Das Problem ist, wir kriegen jetzt jetzt aus dem Auto raus. Was ist dieses Geld? Warte, warte. Ich hab's, glaub ich gerade. Ich hab's, ich hab's. Ich hab's nicht mehr. Ist das die Tank? Ich hab's eingezahlt. 10 Dollar. Das ist der Money Dance. Kiara, du, ich bin doch jetzt gebrochen. Jetzt lass mein Geld infrieren. Oh mein Gott, guck mal. Ich beklau dich und ich bin stolz drauf. Lass mich doch jetzt hier einfach mal. Bart, hier ist ein Klamottenladen. Ich helfe euch. Hier ist ein Klamottenladen, Bart. Nein, so nicht. Ich muss hier fünfmal überfahren. Ich lass mir jetzt nicht auch noch mein Geld nehmen. Ich muss jetzt erst mal gucken, was ich mir anziehe. Ja, vom Bart. Ja, dann muss Bartarm sein. 60 Dollar kostet das. Das ist ja crazy. 40. Du kannst hier hinten dein Geld abgeben. Oh, guck mal, ne Maske. Die haben wir das doch einfach. Warum ist die Maske nur 10 Dollar? Alles andere ist super teuer, Chad. Oh mein Gott. Oh, ich will so ein richtig cooles Auto. Oh, ich will das haben. Jetzt musst du rechts rum gehen. Guckt euch das an. Los, Franzi. Oh mein Gott, ist das toll. Los. Oh mein Gott, ist der toll der Hai. Ja, gleich. Ich liebe den Hai. Hat es funktioniert? Ich habe 10 Dollar bekommen, du auch, Franz. Du bist so ein Arsch. Okay, ich brauche Geld für den Hai unbedingt. Vielleicht habe ich ja ein Paket bekommen. Hallo. Also, ich bin hier gerade in einem Klamottenladen. Das ist voll teuer. Fire into the mailbox. Let's go. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Wir feiern jetzt Mail in die Mailbox. Oh, geil. Kriegen wir dafür Geld? Ja. Das sind Ziele, das sind Ziele. Die müssen wir abschießen. Die Ziele. Ich könnte Moros abschießen. Das ist wie Valorant, Chiara. Bitte nicht. Wie oft muss ich Chiara treffen, damit sie ohnmächtig wird? Nee, du musst die Ziele treffen, Lumi. Das ist mir klar. Mann, sowas von egal. Warum verstehst du denn das Spiel? Warum fliegen die denn so weit? Warum verstehst du die? Ich bin so sauer, meine 10 Dollar, Alter. Hat sie die geklaut? Ja. Ey, ein Outfit kostet einfach über 100 Dollar. Ich war gerade im Klamottenladen. Ein Haus kostet 1000. Chiara, mein Geld. Ich hätte mir schon ein Haus kaufen können. Ja, Mann, Franzi, jetzt ist es vorbei. Jetzt wäre oft in der Vergangenheit zu leben. Schau mal nach vorne. Ich schaue nach vorne. Ich schaue nach vorne. Ich schaue nach vorne. Ich schaue nach vorne. Lovely Life Law beginnt, lieber Chad. Ich kann das alles nicht, Leute. The Law begins. Doch, du kannst das. Wir schaffen das zusammen. Nur noch 10 weitere Häuser. Wie immer Hupt, wenn wir treffen. Ja. Huup, huup. Hier, ihn will ich auch abschießen. Blöder Penner. Blöder Penner, du. Nee, Mann. Der Villain ist born. Wie groß ist denn die Map? Alter, die ist ja riesig. What the? Die ist ja komplett huge. Ja, die wurde nachgebaut von GTA. Ah ja, San Andreas ist das hier, ne? Ja, ja. Das ist ja crazy. Haben wir den Job schon bestanden? Ja, ne? Ja, Job complete. Oh mein Gott, 50 Dollar. Ich lasse niemanden von euch raus. Das hat ja gut geklappt. Oh. Oh, lass zur Bank schnell. Mal gucken, wer das Geld jetzt bekommt. Mal gucken, wer das Geld jetzt bekommt. Ich hab's bekommen. Kommt mal hier rein, bitte in die Tür. Hier kann man sich Klamotten kaufen. Was machst du? Okay, dann guck ich mal rein. Gib mir mein Geld. Hello. Hello, we are traveling. Ich hab kein Geld. Der kostet 100. Warum hast du kein Geld, Chiara? Ich hab alles ausgegeben. Ich kann Seemann werden. Ich will unbedingt den Scharkopf haben. Zur Polizei oder was? Ja. Oh mein Gott. Das ist eine... Lena, was geht? Schön, dass du hier bist. Lass mich. Okay, was machen wir als nächstes? Ich brauch mehr Jobs unbedingt. Ich brauch unbedingt mehr Jobs, Leute. Komm doch, du bist... Die streiten sich da wieder. Die Zunge ist ja average. Gibt's ja nicht irgendwo ein Auto, das ich überfahren kann? Oh, Timoroppa! Ja, wir machen jetzt einen drauf hier. Wir machen hier einen drauf. Schnell weg von Franzi. Warum wackelt das alles nicht? Ich kann so privatdetektiv werden. Wer ist hinter uns? Wir sind Behinderten. Ist das Polizei? Die A-Brille auch stark? Hä, wieso werden wir verfolgt? Wir werden verfolgt. Hä, von wem werden wir verfolgt? Von der Polizei. Von der Motorradgang oder so. Warum sind wir wieder... Warum sind wir wieder drauf, Franzi? Ach, guck mal hier. Ja, links gibt's Geld. Ach nee, wir können jetzt auch bangen geredet. Aber warum sind wir hier wieder drauf? Warum komm ich denn nicht raus? Weil ich mich zurückholen wollte. Na ja. Jetzt müssen wir beide die Kacke machen, während die anderen Spaß haben. Ach, die können wir kaufen. Hä, warum bist nur du hier? Weil nur ich in deiner Nähe war, glaube ich. Ah. Fihara, kannst du mich abholen? Na ja, warte. Oh shit. Es tut mir leid, Bart. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen. Ich mag ja Geld, alles gut. Ich mag ja Geld. Ich mag ja Geld. Ich mag Kohle. Ich mag Kohle. Wir müssen den Job finden. Sehr gut. Guck mal, die Loser haben keinen Job. Guck mal, wie cool wir sind. Wir verdienen uns das richtig goldene Nase. Aber können wir den Autofahrer schließen? Warum ist da ein Kleiderschrank, Tim? Das hab ich vorhin auch mal versucht. Kann man sich da wieder umziehen vielleicht? Ja, wir sind ein sehr starkes Duo. Wir machen das. Das ist wohl komplett clean. Ich glaub auch. Guck mal, wir kaufen uns viel schneller ein Haus als die anderen beiden. Hey, 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 hey. Ich lebe die ganze Zeit in Post ausliefern. Stell dich mal vor, im Real Life wäre das auch so einfach so ein Truck, der so die ganze Zeit Pakete auf die Häuser schießt. Und auch schenke Leute. Boah, das wäre richtig geil. So ein Panzer. You can only sleep at night. Was? Oh mein Gott. Was noch? Wackelpony? Ein Haus noch. Da ganz hinten. It's the final house. Ja, ich dachte, ich warte, bis ich näher dran bin. Look at me. Geil. Lass mal die beiden überraschen, dass wir ein geiles Outfit haben. Ja, Moment, ich mach noch die Gitarre mal aus. Oh, scheiße. Oh Gott, schnell, bevor sie kommen. Was? Warte, ich schaff's nicht, mein Geld aufzuheben. Ich auch nicht. Ich mach auch nicht auf. Okay, jetzt. Geil, die Gitarre bleibt da. Können wir die Oma mitnehmen? Ohne Witz und auf dem Weg kann dir das einfach jemand klauen. Yes, und da kommt so eine Chiara. Das kann man hier machen. Ja, Chiara klaut einfach das Monatsgehalt so. Ja, wo seid ihr? Was wird jetzt mein... Boah, ich hab keine Mülltonne als Oberturteil. Kannst du hier mit einsteigen oder wollen wir ein Auto nehmen? Wir nehmen ein Auto. Oder ich kann eine Free Chewakadoo sein. Okay. Eine Free Chewakadoo. Was ist das denn? Okay, ich bin da. Chi-ke-wakadoo. Das hier ist einfach Chiara, ey. Gerade als ich das Geld gekürt habe. Oh, wir sind so schnell. Okay. Oh. Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Wo sind denn die anderen? So viele Optionen. Nicht ein Zauberer. Ähm, links, glaube ich. Ein Zauberer? Hey, wieso ist denn da ein Autoschlüssel? Oh ja, stimmt. Gute Frage. Oder ich bin ein Pilz. You don't own any vehicle. Oh, wir können Autos kaufen. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen Geld verdienen, Chat. Okay. Oh, ich weiß nicht mehr. Bin da? Ich weiß auch nicht. Okay, lass mal einen Funjob suchen. Was war damals euer Dreamjob? Boah, es hat gewechselt. Ich wollte ganz lange Forscher werden tatsächlich. Oh, so Indiana Jones-Style? Ähm, ja so halt, äh, Begenwald und so. Hilfe! Tiere und alles. Hilfe! Ich bin tot. Oh, Fotos und Aufnahmen machen. Ja, ich wollte so irgendwo hinreisen, wo es noch nicht erkundet ist. Und dann wollte ich da so Notizen machen und Skizzen von krassen Orten und Schätze finden. Mit den Gorillas leben. Genau, ja. Also wirklich Indiana Jones. So ein bisschen aus Tarzan und Indiana Jones, ja. Crazy. Das wollte ich früher immer werden. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich gut in Mathe bin und dann... Du bist gut in Mathe? Ja, ich habe Mechatronik studiert. Meine Eltern meinten, ich soll das machen, weil ich gut in Technik bin. Heftig. Tim, komm mal her, drück auf den Knopf, bitte. Ich meine, auf die Technik kommt es auch an. Wo bist denn du? Ach ja. Richtig. Ich kann mich nicht entscheiden, was ich für ein Outfit wählen soll. Ich kann nicht. Geht das nicht? Zu viel. Moment. Ich fasse es mal an. Aha. Oh, es geht doch. Okay, okay, warte. Lol. Ich bin auch selbst gedrückt. Ja. Ich konnte... Gut, dass wir unsere Helme aufhaben. Das ist saugefährlich. Früher durfte ich nie mit solchen Dingern fahren. Ich weiß nicht, ob die zu teuer waren oder so, weil das ein Scam war oder so. Echt? Warum darf man damit... Also ich bin noch nie damit gefahren. Ich habe einen Euro gekostet oder so. Weiß es nicht. Dabei ging es uns gar nicht so schlecht, aber ich glaube, ich bin nie mit solchen Dingern gefahren. Dabei ging es uns gar nicht. Hey Bart, hast du dich schon entschieden? Nee, gar nicht. Es ist so schwer, was zu nehmen. Wie lange das wohl geht, Tim? Ja, ich weiß nicht. Das geht jetzt ewig? Wir warten einfach, bis das vorbei ist. Ich glaube, ich gehe früher... Ja, Prinzess, das geht. Hallo. Das Spiel sieht witzig aus. Ja, das ist quasi eine Live-Simulation. Wir müssen hier richtig arbeiten gehen und so. Nee, Mensch, mir ist super langweilig jetzt da drauf. Ach, ADHS. Da habe ich noch genügend Geld für den Hut. Ey, komm, das ist Airhockey-Spiel. Nee, Taxi-Job. Perfekt. Ich habe einen Taxi-Job. Skididle, Skidoodle, your dickes, now a noodle. Ham, ham. Okay, wir müssen jetzt für ein gemeinsames Ziel hustlen. Ach, scheiße. Oh, warte, wir können doch zusammen fahren. Auf dem Roller, oder? Ach so, ich dachte, ja, oder? Ich habe irgendeinen eingesammelt. Aber wohin geht's? Das ist hier. Wie wir. Wie wir um die abwackeln. Oh, 99. Haben wir doch irgendwie die Arme hochgeben können. Oh, das wäre cool, ja. Hände hoch. Sie sind verhaftet. Ja, weil das ist ja so ein bisschen wie... Ah, hier ist mein Kassel. War das braunig? War das gerade einfach ein Gang-Mitglied? Ach, ich muss drei Stück abliefern. Ich meine nicht von unserer Gang. Ach so. Mit so einem Hals-Tuch vorm Mund und so. Ach so. Krass. Warte mal, hat jemand von euch gerade schon Geld für so ein Shark Hat? Ja. Wie das denn? So ein Passengers-Tripe. Wir haben halt gearbeitet für unser Geld. Den will ich ja auch haben. Oh, ich kann Taxi-Fahrer werden. Nee, du willst den auch haben. Ja, ich spare die ganze Zeit auf den. Mann, warum sagst du das denn nicht? Ich habe extra jetzt nicht das genommen, was aussieht wie Chiara. Scheiße. Ja, dann sind wir die Sharks. Die Baby-Sharks. Nee, Double Shark ist ja richtig kacke. Da muss ich mal, da muss ich gucken, dass ich noch mehr Kohle ranzkriege. Krasse Autofahren. Es gab früher so ein Videospiel, wo du Taxi-Fahrer warst und Leute hin- und herfahren. Taxi! Crazy Taxi! Crazy Taxi! Ist das geil! Crazy Taxi! Das war so geil! Das mache ich jetzt auch. Ich finde es sehr cool, dass ich auch hier Taxi-Fahrer sein kann. Und da haben die dich immer auch bewertet in dem Spiel, ne? Wenn du scheiße gefahren bist und so. Richtig. Alter, das war so geil. Warte mal, hier gibt's... Achso, ich bin schon wieder beim Post Office. Du musst es immer schnell sein und gut fahren. Ja, das war so Pain. Das ist sogar ein Zug. Ich wette, man kann auch mit dem Zug immer was machen. Boah. Sorry. Das ist voll schwer. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Das ist nicht meine erste Fahrt, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Junge Post-Menty ist wieder am Start. Post-Menty. Ja, jetzt mache ich es wieder, weil ich jetzt was anderes kaufen will, damit Tim diesen scheiß Shark Head haben kann. Oh, das ist aber süß. Oh mein Gott. Oh, ich bin K.O. Ah! Ich bin zu... Es ist Katastrophe, es ist Katastrophe, es ist Katastrophe, Leute. Chat, 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 chat. Es ist Katastrophe. Ich seh hier nicht durch. Ich feier alles. Ich feier alles um einfach. Jemand sucht seinen Schuh im Latt, aber ich find's nicht. Wie viel schaff ich denn in der Zeit? Ey. Das ist ja insane. Abgesetzt und direkt mal angefangen. Perfekt. Das ist ja einfach Insanity. Jetzt muss ich... Okay. Wo? Wo muss ich ihn jetzt abholen? So. Und zum Ziel. Scheiß auf den Hai. Direkt ein Haus. Ich will ja cool aussehen. Ja, ich will ja cool aussehen. Chat. Ich muss ja der coolste Hai in dem... Bin ich gut in der Physik? ...in der Stadt sein. Da hinten, kein Problem. Aber wir haben sogar einen Kernkraftwerk hier. Spitze. Warte mal, seid ihr jetzt Konkurrenz? Eigentlich Taxi-Konkurrenz? Seid ihr Uber oder was? Ich bin Uber. Ich bin die U-Bahn. Scheiße. Ich bin Uber. Wird es dunkel in dem Spiel? Ja. Er ist eine Live-Simulation. Chiara, ich bitte dich. Ich muss sagen, es ist eine Akku-Konkurrenz-Simulation. Ich habe nicht so viel Geld reingeholt. Job failed. Oh nein. Oh nein. Aber ich habe trotzdem Geld bekommen. Nach rechts. Das andere rechts. Ja, guck mal. Ich bin... 18 Sekunden. Nein. Nach dir angefangen und volle geschafft. Ah, nee, ich muss fünf abholen. Ja, ja, genau. Ich frage mich, ob das die Leute irgendwie stresst, dass die fünfmal am Tag jetzt die Post bekommen. Nee, nee, das sind alles Amazon-Nau-Bestellungen. Ich habe meinen Job gefällt. Oh nein. Ich habe nur noch eine Minute für diesen ganzen... Oh mein Gott. Was ist das? Wie gibt es einen Rennfahrer-Job? Ich mache jetzt auch einen neuen Job. Steigt bitte ein. Ich bin Stark. Step-Road. Ey, hier kann man den Rennen fahren. Das wäre ja so geil. Oh nein. Keine Rennen, bitte. Können wir in dem Game auch RP'n? Gibt es auch einen Voice-Chat? Können wir statt GTA RP Wobbly Live RP'n machen? Wir können einfach RP'n hier. Jeder nimmt eine Rolle. Ey, Bruder. Ich mache dich fertig. Ey. Ich finde, dieses Assi passt doch. Zu dir. Das ist irgendwie... Okay, danke. Ich habe nur noch drei Sekunden. Eine gute Exgeneration habe ich niemals. Oh Gott, ich bin sofort ertrunken. Oh Gott. Okay, wenn ich jetzt Glück habe, sind die ganz nah dran. Und dann schaffe ich es vielleicht noch. Aber ansonsten... Ich glaube, ich habe einfach ein bisschen zu viel Cyberpunk gespielt. Ich bin einfach zu sehr in der Rolle. Oh, it's doable. It's doable. Ja, easy habe ich. Was ist das denn? Taxifahrt geschafft. Besser als dem Horus. Du hast es wirklich geschafft. Oh nein. Aber du kriegst nur 22 Dollar oder so. Das ist ja gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Hä, dann lieber so ein paar Newspapers schmeißen. Das geht voll schnell. Oder kriegt man nur viel Kohle. Kriegst du halt aber direkt aufs Konto. Das ist schon gut. Aber wie hast du das erst geschafft, Lumi, dass wir alle zu dir gespawnt wurden? Was ist denn das? Achso, ihr wart einfach in der Nähe, denke ich. Okay. We don't own any vehicles. So. Warum kann ich mir jetzt ein Burrito kaufen? Hä, die Frage ist, warum kann man sich denn sonst kein Burrito kaufen? Ich gehe jetzt fischen. Ja, Wobbly Live AP würde ich jetzt angucken. Okay, hier ist ein Taxi. Dann machen wir das doch. Hä, wie komme ich denn zu dem Taxi-Ding? Willkommen zum großen Wobbly Live AP Server. Heute mit dabei. Wir haben Bar, Rumani und Gignis und Timoros. Jeder in seiner Rolle. Ich kann in den Fahrstuhl. Boah, wenn ich oben ankomme, dann wird er dann wirklich auf einmal ein Cyberpunk mit Adam Smasher. Oh, das ist ja saungestellt. Bin ich nicht hier gelandet? Okay, woher weiß ich jetzt, wo ich Leute hinfahren muss mit dem Taxi? Du siehst immer eine grüne Flagge. Ein Geschenk. Eins von 103 Geschenken. Du kannst auf der Map Geschenke sammeln. Das ist ja sehr cool. Das ist ja nämlich an dieses Lego-Game früher. Oh mein Gott, das Lego-Game war so gut. Das Lego-Game? Welches meinst du? Lego-Insel. Lego-Insel habe ich ganz viel gespielt. Ja, ja, das meine ich. Wo ist diesen einen Panzerknacker als Gegner? Es ist tatsächlich nicht so viele Lego-Games gezockt, leider. Das ist das Entwicklerstudio. Was ist das Entwicklerstudio? Wo ich hier bin. Ich habe direkt mein Eastert gefunden. So, ich dachte, das ist Entwicklerstudio von Lego. Das auch, ja. Chat, ich gebe Gas, okay? Ich gebe Gas. Das letzte Taxi habe ich zerstört. Aber das Game ist ja so lustig einfach. Das ist so, wie man angelt. So ein Mist. Niemals. Ist auch echt chill irgendwie. So ein paar Jobs gemeinsam machen. Ich will hier hinten bei dem Auto fahren, dass diese aufblasbaren Luftschlangen-Dinger da arbeiten. Das steuert sich ja. Hilfe! Denen wird hier richtig schlecht hier drin. Das wäre super. Ui! Ey, ich fahre auch hier Auto genauso wie im echten Leben, ja? Ihr würdet niemals mit mir Auto fahren wollen im echten Leben. Weil ich kann einfach nicht. Es ist richtig schlimm. Ja, das mache ich mit meinem Stream. Es ist richtig schlimm einfach. Are you here to buy a new personal vehicle? 200 Dollar für einen Roller? 300 für ein kleines Auto? Niemands mit dem Auto fahren. Im Note, yes. Bitte, don't do it, Chat. Schau, Alter, mein Taxi ist einfach schon so übel demolished. Ich kann einen Monster Truck kaufen. Also noch nicht. Vor allem, wenn du den Job nicht schaffst, Lumenti, dann explodiert das einfach. What? Ey, der muss zu einer Villa gefahren werden. Der soll mir ordentlich Trinkgeld geben. Ohne Witz. Tim Horus, bist du wütend auf mich, weil du Lumenti sagst? Du nennst mich nur meine Mutter, wenn sie wütend ist. Deine Mutter sagt Lumenti? Warum kann ich denn nicht hier einsteigen? Wirklich? Nein. Okay. Okay, ich erkläre jetzt den Witz, weil das macht die Witze bekanntlich witziger. Oh Gott. Eltern benutzen immer die längere Form des Namens statt den Spitznamen. Ja. Das war eine Metapher dafür. Franziska Lumenti. Bitte kommen Sie. Kann ich hier arbeiten? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann nicht stemmen. Ich habe morgen wieder Fahrstunde und bei mir ist mein Abbremsen ein extremes Problem. Ach, ich bin scheiße. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Das andere ist, ich sitze einfach entspannt in so einem Truck. Ich schmeiße ein bisschen Post, kriege einfach 50 Attacken dafür. Und hier, ich fahre die halbe Bevölkerung um, macht die Stadt kaputt. Ich habe auch schon 10 Menschen getötet, glaube ich. Ja, Sam. Und du kriegst dafür halt nichts an Cash. Übelste Krise. Aber es ist doch accurate, oder? Das muss auch sein, dass du kein Trinkgeld zahlen. Ja, true. Es ist wirklich accurate. Ja. Wahrscheinlich rechnen die den Spritpreis auch. Ich bin einfach unter den Zug gerade geschmissen worden. Geil. Können wir auch Zug fahren? Scheiße. Äh. Bestimmt. Bin ich jetzt hier Knockout? Oder was ist das hier gerade? Hallo? Oh, ich habe 100. Ich kann mir... Wer ist da im Bus? Oh, ich habe endlich einen Fisch. Hallo, willst du einsteigen? Ja, gerne. Wo willst du hin? Ich will gerne zum Klamottenladen. Ich brauche einen Hai. Steig mal aus und versuch mal rein zu laufen. Ja. Das reicht. Oh nee, ich muss fünf Fisch haben. Hallo? Das ist richtig cool. Ja, das ist Klamottenladen. Klar, kein Problem. Fahre ich dich hin. Ich halte mich ganz doll fest. Ich will beim Busfahrer sitzen. Du musst dich nicht fest sein. Das ist doch einfach im Bus umherzumachen. Ist das hier? Ist das Klamottenladen? Ich bin genockoutet worden. Achso, kein Problem. Ich habe hier Krankenhaus. Fahr dich direkt hin. Steig aus. Okay, okay, okay. Scheiße. Dann geh mal kurz rein. Guck mal, ob du eine Gehirnerschnitterung hast. Da kommst du nicht rein. Oh, du hast auf jeden Fall eine. Naja, wenn du versuchst, da reinzukommen, dann komm mal mit, mein Kleiner. Hier, komm. Ich will nicht. Lass los. Ich will nicht. Wir gehen jetzt in dieses Krankenhaus. Okay, okay. Komm mit. Ich habe ganz tolle Schmerzen. Ich sehe so aus, als wäre ich drunk und würde einfach auf deiner Schulter liegen. So, ich fühle dich jetzt mal rein. In das Krankenhaus. Hallo. Ich habe hier meinen Sohn. Ich habe ein Problem. Ich kann nicht hochheben. Oh Gott, ich habe einen Job angenommen. Wir müssen Patienten da hinbringen. Okay, von wo? Gibt es den Krankenwagen? Krankenwagen, Bad. Krankenwagen, ja, ich bin dabei. Wir sind die Besten. Krankenwagen, Bad. Aber warte mal, wir sind schneller, wenn wir jeder einen nehmen, oder? Ich glaube schon, komm. Okay, Krankenwagen. Oh, ich bin ausgestiegen. Bin wieder eingestiegen. Gib Gas. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh nein. Das ist ein Notfall. Maufel, danke für den Follow. Wir müssen da irgendwie übers Wasser. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Okay, das ist, ja. Das ist gar nicht mal so toll. Ich bin tot. Ja, das ist nicht schlimm. Ich warte einfach hier, bis die Brücke wieder runter geht. Wir machen links verkehren, oder? Ich wurde hier einfach bei einer Bushaltestelle gespawnt, Chad. Ja, auf zu hupen. Lisa Marie, was geht? Ich glaube, dass die Brücke wieder runter geht. Also mein Problem wird immer berganfahren sein. Oh, berganfahren mit Kupplung und Gas gleichzeitig, ne? Ich werde niemanden während meiner Schicht wegsterben lassen. Kannst du mich mitnehmen, Bad? Ich stehe hier. Ist leider nicht möglich. Ach, scheiße. Ist ein wichtiger Notfall, um den ich mich kümmern muss. Okay, alles klar. Hier ist eine Rennstrecke. Wer ist das hier? Ich nehme die Abkürzung über die Rennstrecke. Wie hat mein Opa damals gezeigt. Ich will auf jeden Fall nochmal einen Viererjob machen. Okay, das vollzählt auch nicht. Ja, einen Viererjob wollen viele Menschen im Leben, aber es ist nicht jedem vergönnt. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich bin ganz ehrlich. Aua. Aveli, was geht? Oh, kann ich hier Sachen kaufen? Das sieht aus wie ein Shop, oder? Das sieht so ein bisschen aus, als ob man hier vielleicht auch irgendwo Klamotten kaufen könnte. Nehmen müssen, sag mal. Entrance. Geht's hier rein? Ja, super. Oh, ich bin gemutet. Naja, ist ja auch egal. Hey, Lumi. Hey, was hast du die ganze Zeit gesagt? Nichts, so dass ich nicht überrascht bin über die Aussagen, die hier getätigt wurden. Ey, man kommt hier gar nicht rüber. Wir hätten einen Heli nehmen müssen. Tim, geh zurück, hol den Heli. Äh. Beim Heli geht's schneller? Nee, das ist eine Insel. Wir kommen da nicht drauf. Ach, du Scheiße. Richtig. Ich bin gerade noch mal zuhören sollen, aber ich habe die Kräste ja nicht angenommen. Du hast die angenommen. Ja, ich schaffe die nicht. Wären hier etwa Füllzemeisungen nicht vorbei gemacht? Ja, noch nicht ganz, aber ich bin gerade am Hafen angekommen und ich versuche jetzt einfach mit einem Jetski das Leben von jemandem zu retten. Oh, das ist eine gute Idee, actually. Baywatch. Bergwatch, meinst du? Ja. Oh, hier ist sogar ein Flugzeug. Kann ich hier absteigen und lande auf dem Steg? Ich will nicht zu essen. Ach, Chiara überhaupt. Ich weiß nicht, was Chiara macht. Ich weiß nicht, die ist auch gemütet. Ich angel. So. Wo angelt man denn? Mit diesem Flugzeug kann ich es vielleicht noch rechtzeitig schaffen. Macht das Spaß? Ähm, was geht? Wie hebe ich ab? Ich will nur wissen, wie viel Geld ich bekomme, wenn ich Fische verkaufe. Bitte? Hast du ihn bekommen, Bart? Ich will nur wissen, wie viel Geld ich bekomme, wenn ich die Fische verkaufe. Ihr redet hier über Fische und Angeln, während das Leben eines Patienten auf dem Spiel steht. Äh. Keine Sorge, ich werde sie retten. Oh, hier ist sogar ein Heli. Oh Gott, ich liebe das. Ich werde hier ganz vorsichtig landen. Check mal Chiara aus, was die gerade macht. Weil Chiara angelt ja gerade. Perfekt. Mein Dad hat mich früher auch immer zum Angeln mitgenommen. Das war auch immer sehr schön, muss ich sagen. Den Rest spätig. Obwohl ich oft irgendwie keinen Bock hatte. Aber jetzt so nach in die hinein gesehen. Kann ich in die Hocke gehen irgendwie? Ich kriege meinen Fisch nicht hoch. Äh, okay. Ich bin da. Ich kann mich überhaupt keine Angst haben. Ich nehme sie jetzt mit ins Krankenhaus. Ich habe noch sechs Sekunden. Hallo? Oh, oh, oh. Oh, du. Hä? Ja, alles gut. Job fail. Oh nein. Nein, ich habe den Fisch. Ein weiterer Mensch, den ich nicht retten konnte. Nur wegen Tim Horus. Nein. Verdammt. Wie geht denn das? Ich hätte da gar nicht parken müssen. Achso, du musst, dann wartest du halt, bis einer anbeißt. Dann drückst du linke Maustaste. Und dann musst du mit der Kamera entgegen der Schwimmrichtung des Fisches lenken. Redest du gerade mit mir? Nee, mit Tim. Okay. Fährst du gerade das Boot? Ja. Ach, du Scheiße. Voll krass eigentlich. Also, das hätte ich dem Spiel nicht zugetraut, dass da alles machbar ist. Dass da alles so möglich ist. Entgegen die Richtung, ne? Ja, das ist ein Gefährte. Genau, ja. Das ist schon krass. Muss ich das in der Mitte halten, oder wie ist das? Nö. Du musst einfach nur warten, bis der Fisch dann so ein bisschen müde ist. Und dann kannst du linke Maustaste gedrückt halten und ein bisschen reinziehen. Okay. Ok, Chiara, hier gibt es ein Kleidungsstück, was einfach so für dich prädestiniert ist. Also, jetzt nicht mal Toxic gemeint. Es sieht einfach wirklich aus wie du. Nicht mal Toxic gemeint. Ich habe es direkt nett aufgenommen, aber jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Das Ding ist, ich trage gerade dazu auch noch eine Mülltonne, okay? Aber man, ich schaffe das nicht. Und die schreit einfach übel Chiara, keine Ahnung. Das war krass, man. Ich trage ja eigentlich so selten wie du. Aber du hast dieses eine Profilbild. Ja, ja, ja. Das ist halt deine Brand. Mit den schwarzen Haaren. Leute, ich komme zu euch. Sieht einfach aus wie du. Als wobbly. Ich bin gleich da. Komm her, Bart. Hi. Ich brauche mehr Polo. Hilfe, hier dringend. Du trinkst auf jeden Fall jetzt. Nein, meine Fische. Ach nee. Wo bin ich ja jetzt gespawnt? Oh, wie ist das so schwer eigentlich? Wo bin ich? Wo kann ich die Pflanzen hier flücken? Ich habe ihn. Das gibt's auch safe, eine Quest, um Pflanzen zu flücken, oder? Oh, Tim. Hier in den Becken. Hier musst du deinen Fisch reinwerfen. Ah ja, Mann. Hinterm Haus. Da. Oh. Ich glaube, ich sterbe. Ja, ich bin so drauf. Bist du ins Wasser gefallen? Bist du mit dem Fisch ins Becken gesprungen, oder was? Ja, ja. Jetzt bin ich dann doch tot. Bart, geht's dir wieder gut eigentlich? Ähm, ich habe da was gemacht, was ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Was, hm? Erben? Äh, nee. Den Zaun hier auseinanderglitschen lassen. Oh, jetzt gedispaunt. Laubeeren, was geht? Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es passieren tolle Dinge. Auf jeden Fall. Ich habe erst innerhalb von drei Minuten eine ganze Tüte Haribo vernichtet. Und jetzt bereue ich es, weil meine Kalorien fast voll sind. Das ist nicht schlimm, Tim. Katastrophe. Nee, ist wirklich nicht schlimm. Du kannst auch einfach, also, Kalorien müssen vernichtet werden. Kalorien müssen vernichtet werden. Genau. Das ist wirklich so eine Fähre. Weiß jemand, ob das Crossplay hat? Wenn es das woanders geht, dann sollte das, glaube ich, Crossplay haben. Tatsächlich. Natürlich ertrink ich jetzt, oder? Das Spiel ist wirklich witzig. Ich will hier diese schöne Fähre nutzen. Ich liebe es sehr. Ich liebe es sehr. Also, ich würde gern mir ein Outfit kaufen und ein bisschen Multiplayer machen. Achso, ich muss fünf Stück fangen. Scheiße, das muss ich zu Ende bringen. Wie schaffe ich das denn? Kann ich die Fähre weiter an Land ziehen? Wie schaffe ich das denn, dass die aufgeht? Dass ich da mit meinem Auto drauf kann? Oh, nee. Och, nee. Ich komme da nicht rein. Ich bin tot. Aber ich will so ein Jeep zu den anderen fahren. Geht er nicht. Schauen wir mal, inwiefern ich hier angeln kann. Ich meine, den einen Fisch zu angeln war gar nicht so schwer. Also, ich muss fünf Stück fangen. Wie viele hast du, Chiara? Ich habe jetzt, glaube ich, vier normale Fische reingemacht mit einem Seeigel. Okay. Aber eigentlich müsste das doch schon passen, oder nicht? Na, fünf insgesamt, Söhrmann. Ich will so gerne dieses Chiara-Outfit jetzt kaufen. Ich kaufe das jetzt. Ich wäre so gerne Millionär. Konto niemals leer. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich schaffe es nicht. Mann, angel doch die Scheiße jetzt. Wo seid ihr denn am Angeln? Ich will da jetzt auch hin. Ich will euch helfen beim Angeln. Ich habe nämlich die perfekte Methode gefunden, um zu angeln. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme jetzt. Das sind alle Bomben, wie es Bomben macht. Oh, ist das schwer, ey. Angeln im Real Life ist viel einfacher. Kann ich die Rakete nutzen? Ach nee, Herr Seaweed. Was will ich denn damit? Wie viel Geld bringt das? Ich habe den Kass. Du bist jetzt Drogendealer. Ja. Nicht im Ernst, oder? Ich habe einen Stiefel gefunden. Coming soon. Well. Als ob ich einen Stiefel bekomme, Leute. Was ist das denn? Ich finde es schön, wie die Leiche nach oben treibt. Ist das auch accurate? Wer kann den Gabelstapler nutzen? Also ich weiß nicht genau, aber ich würde sagen... Ist das accurate? Bin ich tot? Eigentlich schwimmt man nach oben, oder? Ist der Himmel? Oh mein Gott. Bin ich jetzt hoch? Ja, das ist es. Wir können leider nicht schwimmen. Ja, wir sind tot jetzt. Ich kann die Tür nicht zumachen. Egal. Aber du respawnst wie im echten Leben. Perfekt. Jetzt habe ich genau... Hallo, Freunde. Ich will jetzt auch angeln. Ja. Ich wollte eigentlich genau das, was ich wollte, aber ich habe es nicht. Ich habe... Wem muss ich reden? Was muss ich machen? Du musst mit Chiara... Frag mal Chiara. Ja, es müsste doch eigentlich für uns alle aktiviert sein, oder nicht? Steht doch oben links. Steht aber bei dir auch. Nee, fight in a fishing boat. Travel to area marked on the map. Use fishing rod to catch fish. Ich werde so sauer, Chad. Wir haben die ganze Zeit Quatsch gemacht. Okay, dann lasst doch alle zusammen auf ein Boot gehen und dann da zusammen fischen bei der Fishing Area. Das sind Stiefel. Ja, ich habe... Das ist alles, was ich geangelt habe. Ich raste richtig aus. Leute, ich nehme jetzt aber zum ersten Mal den Job an. Das heißt, wir haben den wahrscheinlich nicht zusammen, oder? Doch. Ich komme euch abholen. Wenn wir den alle haben, können wir da hinfahren. Aber Bart, komm, du doch auch. Ja, ich hole euch ab. Ich bin doch gleich hier. Kommt mal bitte aufs Angelboot. Wir angeln müssen. Na, wo haben wir das Boot? Ich dachte, wir können auch aus dem Heli angeln. Nee, aber wir brauchen ja die Angeln. Wir brauchen zwei Boote, weil... Wir brauchen zwei Boote, stimmt. Wir haben nur zwei Angeln. Wir brauchen sogar drei Boote. Boah, ich kann auch eine Dame. Wieso drei? Naja, weil diese Boote nur eine Angel haben. Ah. Mach ich jetzt Accept Job oder nicht? Ja. Ja, mach das. Ja, Accept Job. Und dann ab aufs Boot. Und wo ist es markiert, Chiara? Wo ist denn das Boot? Ich schieb den Heli mal kurz weg. Ara, ara. Ich tu halt... Äh. Okay. Warte, was ist da passiert gerade? Bei der Heli das Boot weggesprengt hat es... Cool. Wie geil ist das? Wer ist da gerade ins Wasser gesprungen? Franzi. Ich würde drauf springen, dann ist der Helikopter explodiert und dann ist mein Boot weggeschwommen dadurch. Und es hieß da, klar ist das Boot deswegen weggeschwommen. Einfach Kettenreaktion. Ja, klar. Also das sind schon ganz schön viele Zufälle heute, ne? So, steig auf. Das ist schon ein sehr süßes Game. Gut Stück. I love it. Ja, bei mir jetzt. Es ist so cute und... Nicht in das Grüne. Und nice. Ich hab ein bisschen Trust-Issues, wenn du ehrlich. Wo müssen wir jetzt hinfahren? So, wir müssen jetzt... Ich mach einen Marker. Wie funktioniert das jetzt mit dem Eil? Ach, recht. In der Fishing-Karriere. Du musst dann... Achso, kannst du jetzt schon machen. Rechte Maustaste gedrückt halten. Dann kannst du die Distanz aussehen. Wir sind so langsam. Auf diesem Ding. Damit du die Route rein gehst. Ich sehe gar keine Markierung. Chiara sieht eine Markierung, aber ich sehe gar keine. Noch mal ein Symbol mit linker Maustaste. Warte mal. Warte mal. Also rechte... Cast Rod. Okay. Aber ich glaube... Dann muss ich das gedrückt halten. Yes. So lange du rühst. Wo die Fishing-Karriere ist. Wenn du auf die Karte gehst... So eine Gespräch in der Linie bei... Hier, ich hab markiert. Sieht man die? Das bin ja gar nicht. So ein roter Pfeil. Achso, die Mission angenommen? Ach, da unten dieses kleine Kack-Ding. Ja. Hey. Können wir da durch die Dinge? Language-Bard. Biss mal auf, okay. Ich hab die Glocke erläutert. Ich wollte eigentlich Brot fangen. Aber auch hier soll ich nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Du hast die Linke dann drücken, wenn du die Tats ausgewählt hast, wie du möchtest. Aber muss ich die Rechte dann gedrückt halten auch? Ja, ja. Musst du gedrückt halten. Keine Sorge, Franzi. Das kann ich ja gleich nochmal erklären. Richtig, richtig. Es gibt leider keine Speedboote. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm, weil diese Boote haben eine Angel und Speedboote hätten bestimmt keine Angel drauf. Sind wir schon da? Nee. Das dauert ein bisschen. Bei mir ist es noch weiter weg. Ja, bei mir ist es auch weiter hinten. Bei mir ist es hier. Bei mir ist es weiter hinten. Bart, komm mal zu mir. Ich komm zu dir. Wir haben, glaube ich, echt unterschiedliche Jobs dann. Ich nehm dich mit. Die muss man doch aber auch irgendwie als Team annehmen können, oder? Ja, das Ding ist, ihr habt ja vorher das schon angenommen. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Schön, echt. Scheiße. Scheiße. So ein Seemann, nicht wahr? Das hätten wir auch deutlich besser lösen können, nicht? Richtig, richtig. Okay, okay, okay. Du kannst doch ganz klar... Ja. Ah, okay, okay, okay. Wow. Warte geht's. Tschüss, ihr Loser. Guckt euch mal diesen idyllischen Sonnenuntergang an. Mal trinken wir jetzt richtig kacken. Oh mein Gott, Bart, das ist ja so scary. Ich hab mich gerade gemutet und gesagt, guckt euch mal diesen idyllischen Sonnenuntergang an. Und in dem Moment sagst du das gerade. Ja. Ist ja auch... Wie scary ist das denn? Einige Hinserle einfach. Ich muss weiter geradeaus, glaube ich. Ist echt voll schön. Musst du nach rechts, Franz? Ich muss geradeaus. Ich muss geradeaus. So. Dann angeln wir hier mal ein bisschen. Genau. Meine Lieben. Japp, japp, japp. Ah. Ja, wir kriegen. Ja. Da ist auch ein Heli-Landeplatz. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ich hab ne Perle gefunden. Ich krieg ihn, ich krieg ihn. Hey, geil. Ich krieg ihn. Ah, das ist ein großer, das ist ein großer Fisch. Da sind wir jetzt gleich im Gebiet. Das ist aber ein großer Fisch. Das ist ein großer. Ja, quasi. Das ist ein großer Fang. Ich sehe das kommen. Ich sehe das, oh, das ist ein großer Fang. Das ist ein großer Fang. Aber wir haben nur eine Angel, das ist ein bisschen blöd. Ja, Kiara hat uns halt das Schiff mit den zwei Angeln weggenommen. Ich finde es auch super cozy. Ich check nicht, wie es funktioniert. Okay, ist jetzt drin. Und was mache ich jetzt? Und was mache ich jetzt? Muss ich gedrückt halten? Ich beim ersten Mal. Also ich muss immer rechtsklick gedrückt halten, irgendwie. Ja, genau. Und dann musst du halt, sobald was angewiesen hat, kommt halt so ein Symbol mit linker Maustaste. Sag Bescheid, wenn du einfach die Fischleiste oben bist. Man muss ganz schön rudern, immer. Jetzt sehe ich die Fischleiste. Okay, dann musst du mit der Kamera immer in die gegengesetzte Schwimmrichtung des Fisches lenken. Okay, das sehe ich gerade wissen müssen. Scheiße. Ach so, du Zischen praktisch. Seaweed. Damit es nicht so schwer ist. Hilfe! Hilfe! Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich die Angel bewegen kann. Alter, du hast das Boot einfach bewegt. Oh ja, das war schon... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hallo. Ich kann ja nichts machen. Ich muss die alle angeln. Ich muss der allerbeste Angler sein. Keiner vor mir war. Kann ich gleich machen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich probiere einmal angeln. Irgendwas ist das denn einer? Sardine. Gedrückt halten. Ich hasse ja Sardine. Ich glaube, ich habe noch nie eine Sardine gegessen, aber ich hasse allein diesen Geruch von Sardine. Jetzt kannst du den Sardinen loslassen, wenn es dann Wasser ist. Eklig, eklig. Team, ich hasse Pilze, Team, ich hasse Sardinen. Und dann musst du nochmal links klicken, dann kommt aber auch ein Symbol dafür. Und jetzt in die andere Richtung gucken, in die der Fisch schwimmt. Also in die Gegengesetzrichtung. Ey, so viel Seaweed, na. Und immer, wenn das Klicksymbol kommt, klicken. Okay, ja. Ich habe so viel Seaweed, das kann man ja nicht mal benutzen für irgendwas. Okay. Also. Wow, ist das ein spannendes Angelgame. Oh, ich habe es gleich. Oh. Yeah. Oh nein, er haut ab. Since you've been gone. Ich habe ihn. Let's go. You call the carp. Nice. Seid ihr Fisch-Fan? So in real life? Ich erst kein Fisch. Ich habe einen Karpfen. Ich muss einen Karpfen. Guckt euch mal. Ah, Mann. So groß sind kann ich kaum hochheben. So in der Meer. Ich habe mich selbst K.O. gehauen. Äh, reden wir noch über einen Karpfen, oder? Wir reden immer über den Karpfen. Scheiße. Äh, ich habe einen Karpfen, schleichen. Warum ist dieses Boot so freaking langsam? Ja, die sind alle so langsam. Weil das ein Karpfen ist. Ein bisschen entgegenfahren. Äh, ja. Aber. Ich bin halt auch echt meinen Fisch-Fan. Fisch-Stäbchen, okay. Sag ich mal so, wie es ist, ne? Fisch-Stäbchen kann man machen. Aber sonst auch echt nicht so Fisch-Fan. Auch so Sushi mag ich auch nicht so. Ich habe den hier gleich. Da bin ich eher so. Hähnchen-Sushi, Avocado, Sushi und sowas. Du kannst ja dann auf unserem Boot angeln. Also eigentlich. Weil ich habe halt hier so meine drei Fische, meine Perle. Eigentlich mag ich ja dann nicht mal richtige Sushi, weil richtiges Sushi ist mit Fisch und so. Aber guck mal, wie nah ich reingefahren bin. Ich glaube schon. Mit Hähnchen ist einfach so geil. Oder mit Avocado. Ich liebe es komplett. Oder so ein Frischkäse drin. Oh Gott, ist das geil. Gibt es komplett. Mein Kampfen hat ja auch geangelt. Natürlich, ich wusste schon, das war so einfach zu angeln, Chad. Das musste Seaweed sein. Das musste einfach Seaweed sein. Cool, danke. Sehr gut, danke. Ach, scheiße. Mehr hatte ich nicht, oder? Ja, nein. Mehr hatest du nicht. Wie viele Schuhe hast du denn bitte geangelt? Jetzt will ich Sushi haben. Ich auch, ich auch. Wir einigen uns einfach darauf, dass ihr keinen Sushi haben dürft und ich nicht. Dann haben wir alle keinen Sushi. Das wird cool. Weil gemeinsam... Das dachte ich mir, aber das Bode ist, glaube ich... Ah! Das ist immer besser als alleiniges Leid. Das ist in der Mitte kein Glasboden. Hey, geil, dass du noch einen Fisch von Clara geklaut hast, Bart. Nee, das ist mein Fisch. Mann, spiel doch mit. Spiel doch einfach mit. Das war schon immer mein Fisch und das will auch immer mein Fisch sein. Ist das wirklich Glasboden, wollte ich fragen, aber ich habe gar keinen. Das ist Glasboden, ne, ja. Ich muss jetzt deliveren. Gibt es Glasboden, der nicht aus Glas ist? Äh, ja. Ich habe schon wieder einen Schuh. Ich mag diese Stille danach. Ja. Über die ganzen Stiefel im Wasser wieder. So, da sind wir. Können wir mal bitte, können wir mal bitte zu viert, nächste Woche oder so, wer bin ich, spielen? Ich kann nächste Woche wahrscheinlich nicht. Ach ja, scheiße. Äh, die Woche danach, Lumi. Ja, gerne. Okay. Was machst du nächste Woche? Bist du auf Madeira oder so? Oder Ibiza? Ibiza. Kann ich im Stream nicht sagen. Okay, alles klar. Aber leider nicht Ibiza. Okay. Ibiza. 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 Bist du cool? Ich habe auch Gras geangelt. Wollen wir einen Copyshop aufmachen? Klar. Oh nein, ich habe mein ganzes Gras weggeschmissen, weil ich dachte, das braucht keiner. Oh nein. Scheiße. Ich hätte euch das sonst gegeben. Fürs Business und so. Bubazwan. Der Trick ist, glaube ich, die Angel einfach nah am Boot auszuwerfen, weil dann musst du die nicht so weit einziehen. Warte mal, nächste Woche ist... Voll schlau. Nächste Woche ist schon Japan-Tag. Oh, echt? Gehst du zum Japan-Tag, Tim? Eigentlich habe ich überlegt, aber wenn es schon nächste Woche ist... Dieser Fisch outplayt mich komplett. Alter, ich habe auch einen Fisch. Guck mal. Nice. Sehr gut. Ja. Hast du gefangen? Ich weiß nicht, was das ist. Kein Karpfen. Also Karpfen sehen anders aus. Das weiß ich. Das ist ein Grünling. Ich will die anlegen. Grünling. Mhm. Scheiße. Oh, ich muss die Fische jetzt abliefern. Ich habe voll Angst, dass ich einen Zerberfalle und den Fisch verliere und so so fahren muss. Don't do it, Chiara. Achso, ich muss mal ein Krizen. Soll die Krizen nicht abliefern? Shit. Ich schaffe es nicht, diesen Fisch zu fangen. Doch. You can do it, but believe. Ah, close. Hä? Ich glaube, ich falle hier ins Wasser. Youcorda, Hering. Woher weißt du das? Steht da immer am Bildschirm. Achso. Ah, das wüsste ich. So, hier kann eigentlich nichts passieren, oder? So. Ich gucke direkt in die Richtung, damit ich den Fisch jetzt sofort reinholen kann, glaube ich. Das hat noch ganz gut. Youcorda, Cot. Geil. Er Cot. Nein, es ist nicht irgendwie Lachs. Ja, man kriegt auch nur so wenig dafür. Ich bin zugefangen. Youcorda, Boot. Oh, guck mal, wie weit ich springen kann, Chat. Warte mal, war da Angeln? Ich weiß gar nicht, ob man mehr Fische abgeben kann, als man... Tatsächlich war ich im Weitsprung in der Schule ganz gut. Ich war auch immer im Hochsprung ganz gut in der Schule. Nice. Es ergibt schon Sinn, dass der Charakter so weit springen kann. Das ist sehr accurate, ja. Ja, wie mit der Post-Quest auch. True, ja. Die nächste nehmen wir gemeinsam als Team an. Das klingt nach einer sehr guten Idee. Das ist ein Team. Scheiße. Im Team. Im Team. Im Team. Oh, jetzt kriege ich auch nur noch blöde Kotz. Ja, das wird aber wieder ein Fisch. Der kämpft, das spüre ich. Man angelt das immer von den Spannball spielen. Jo. Ich kriege ihn nicht, der ist zu krass für mich. Das ist dann bestimmt ein richtig dicker... Das ist ein Dorsch. Das ist ein richtig dicker Dorsch. Oh mein Gott, der ist halt wirklich... Also ich bin hier immer noch am Kämpfen. Nimmt er das nicht? Immer noch. Hast du schon mal einen Schuh abgegeben, Tim? Ne, was passiert da? Keine Ahnung, ich will wissen, ob er mir Geld gibt für einen Schuh. Die nehmen auf jeden Fall meine Muscheln nicht an. Ich habe eine Kockel gefunden. Eine Kockel? Eine Kockel. Was ist das? Eine Muschel. Aber Tim sagt, die nehmen die nicht an. Ja, die Muschel hat er nicht angenommen bei mir. Das ist nicht böse. Das muss auch krass sein. Das war voll schwer, die Ziffern. Oder hat er die jetzt doch angenommen? Das war so verwirrend. Er hat gesagt, we don't take junk. Ein Haddock ist das gewesen. Sehr gut. Ah, ich nehme alles zurück. Er nimmt doch die Muscheln an. Chiara hat ihren Schuh da in dem gleichen Moment abgegeben. Und dann stand da, we don't take... Ich habe kein Schuh abgegeben. Nicht? Aber da stand, we don't take junk. Naja. Wow. 54 Dollar hast du bekommen. Ja, richtig krass. Krass. Oh mein Gott. Stopp. Oh Gott. Die Fische sind runtergefallen. Bei Lumi ist gerade wirklich landunter. Oh mein Gott. Die Fische. Nein. Alle runtergefallen? Ich wusste das nicht. Nein, aber voll viele. Okay, wir können hier einfach neun angeln schnell. Hier sind ein paar Haddocks runtergefallen. Aber wir haben noch fünf. Wir haben noch fünf. Alles cool. Und ein paar Kotz. Wir haben noch fünf. Aber mehr gibt doch mehr Geld. Ja, wir legen die einfach... Guck mal, wir legen die jetzt hier vorne hin. Oh mein Gott. Leg die mal alle vorne hin. Alter. Ich habe auch eine Gehirnerschütterung davon getragen. Was sagst du dazu? Das ist nicht schlimm. Okay. Hey, das ist klar. Ja. Was machst du da? So. Ich will die Perle noch verkaufen. Vorsicht, deine Muschel. Deine Muschel. Händen die Muschel mal mit, bitte. Mein Gott, die leuchtet ja voll. Halt dich einfach fest. Okay, warte. Ich halte mich an dir fest. Das ist eine gute Idee. Hat er das genommen? Ist meine Hand. Okay, let's go. Oh, ich habe so Angst. Ich will auch gut verstehen von dir. Kiara sieht aus wie so ein Dulli, ne? Das ist so lustig. Aber so sind wir schneller, Franzi. Hey, du siehst genauso dulli wie sie aus. Ich sehe mich nicht selber. Okay, los geht's. Can you ramp it? Oh nein, der Fisch. Hier ist ein Shop, Kiara, glaube ich. Oder? Bei dem vielleicht. Schnell sagen wir sie wieder ein, Franzi. Wir haben nur noch vier Fische jetzt, by the way. Wo kann ich denn die Perle verkaufen? Die sieht voll kass aus. Und gleich haben wir sie. Oder hier drin? Ja, hier drin? Nein, Bart, Bart, Bart. Nein, 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 nein. Wir haben nur noch vier Fische. Ja, okay, hast du recht. Ja, alles gut. Oh Gott. Können wir mal kurz Pause machen und nochmal angeln? Ja, wenn wir da sind gleich, dann können wir die auch direkt abgeben. Ich weiß nicht, ob es da dann welchen noch gibt. Oh mein Gott. Ganz kurz, ganz kurz. Bei diesem, wo ihr den angenommen habt, ne? Die Quest. Daneben ist ein Buch. Und du siehst, welche Fische es in dem Game gibt und wie viel die wert sind. Du kannst sogar das Ding von Cthulhu angeln und so. What? Ja. Okay. Und Haie. Also, ich glaube tatsächlich, du kannst in dem Game super viel Zeit verbringen. Zum Beispiel auch, wenn du die Geschenke finden willst oder so, ne? Ja. Also, ja. Geil. Ist einfach geil. Mal gucken, ne? Vielleicht machen wir ja wirklich großen RP-Server auf. Ich würde es richtig feiern, wenn wir das so einmal die Woche spielen oder so. So, ich habe einen Haddock gefunden. Hä? Hä, wieso will er muscheln, aber keine Perlen von mir? Die leuchten, die wunderschönen. Es gibt einen Tag, es gibt einen Wassertal. Vielleicht knacken? Whatever the question, Fishing is always the answer. Hey, ich google mal. You should have a look at the fish book. It shows you all the fish you can catch and where to find them. Ach so, ja. You can find the fish book in any of the fishing hunts. Genau. Zurückfahren und ich tauche nochmal und gucke auf den Fisch. Oh, there are different types of fish. Come visit me. Schade. Man kriegt 10 Millionen, wenn man alle Fische fängt, steht hier bei diesem Typen. What the fuck? Okay. Geil. Nein. Ich bin tot. Die Perle muss ins Artefakt, du musst ins Museum? Geil. Wir müssen irgendwie ein bisschen woanders sein, oder? Leonie, was geht? Das ist mir ein bisschen zu tricky hier. Ihr müsst gut parken mit dem Boot, gut parken. Ja, ich habe super geparkt. Franzi ist es nur ein bisschen zu schlecht. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Ah, nee, ist okay. Tim hat hier sich mal wieder komplett reingeparkt, sodass wieder nicht hier... Ja, aber du kannst auch dein Ding bei mir reinparken, Bart. Okay, wow. Okay, weiß nicht. Ja, Johannes, du das? Hab das jetzt so angebracht worden? Was? Pressurehunter verkaufen? Ja, ich habe es geklaut. Komm, lass mich aufs Boot. Aber wir müssen hier nicht rein. Nein, nein. Nein, du bist verkackt, Tim. Ich habe sie noch in der Hand. Ich habe sie noch in der Hand. Scheiße. Jesus. Die ist bestimmt 2000 Dollar wert, und du... Ich wusste, wenn Tim es in der Hand hat, dass es im Meer landet. Fairerweise, ich habe auch einfach zurückgezogen mit dem Boot, weil ich Angst habe, dass er unsere Fische klaut. Lobi, hättest du dich zurückgezogen, wenn ich auf dem Boot lande? Es tut mir so leid, Chiara. Hilf mir hoch, bitte. Ich würde gerne wissen, wie viel das wäre. Fahr zur Seite. Fahr noch weiter an den Rand von den Roten. Ja. Okay. Ich habe dich. Ich habe dich. Ja. Wir müssen sie doch wieder da rauskriegen, oder nicht? Nimm so 150 Dollar wäre das gewesen, übrigens, Tim. Scheiße, Mann, das tut mir ein Kalt. Ja, Lumi ist eigentlich schuld. Ja, klar. Lumi hat zurückgezogen. Ich wäre gelandet, definitiv. Ich habe Trust Issues. Es gibt halt scheinbar einen Treasure Hunter, der ist dann kauft. Ich kriege die Fische ja auch nicht mehr weg aus der Ecke. Scheiße. Ich bringe den einen jetzt erstmal weg, den ich schon habe. Wollen wir dann Fußball mal spielen, bevor wir eine Mission gemeinsam machen? Ja. Wir haben jetzt ja richtig viel gearbeitet. Die ist ja auch mal in der Zeit. Klar, ich mache noch ganz kurz meine 100 voll. Die ist gedespawnt. Oh nein. Den haben wir jetzt auch. Man kann ja nicht hochschwimmen, ne? So weit man im Wasser ist, ist es tot. Ich bin ins Wasser gefallen zu den anderen Fischen. Ach, Mann, ey. Bitte lassen Sie mein Geld in Ruhe. Ja, hier kannst du es einzahlen, Lumi. Ich sehe aus wie Chiara, oder? Ja, wirklich. Ich habe dich wirklich verwechselt gerade. Wie komme ich denn da raus? Vor allem die Mülltonne. Scheiße. Okay, war es das mit den Fischen? Ich denke, ich glaube, wir haben nicht mehr. Scheiße. Wo spielen wir jetzt Fußball, Fische hier? Ähm, da ist ein Fußballplatz hier um die Ecke. Ja, dann lass doch hin. Alle Chiara hinterher. Oh, wenn ich Feierabend hab. Zurück an Land. Warum habt ihr eigentlich so Fahrradhelm auf? Alter, das ist voll das coole Aufwand, Chiara. Wo hast du das Outfit her? Ah, so ein kleiner Schrank. Hä? Das gab es bei mir nicht. Du kannst da Sachen kaufen. Ich habe nur dieses Zauberer-Outfit gefunden, was ich da habe. Ich glaube, bei jedem ist was anderes, weil Tim hat ja auch so ein Wackelpudding-Shirt. Tim, warum hast du jetzt eigentlich nicht den scheiß Shark-Hat? Weil ich es immer noch nicht zu einem Laden geschafft habe zum Einkaufen. Na gut. Wenn ich einen finde, sofort. Ich kaufe sofort. Ich kaufe alles. Na gut. Baby Shark-Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. So, wo ist der Fußballplatz? Ich habe den markiert. Ich weiß aber nicht, ob nur ich den dann sehe. Ich glaube, wir sollten hier nicht lang gehen. Aber es ist eine Abkürzung. Warte mal, fährst du mit dem Heli? Hol uns bitte, hol uns bitte, Bart. Ich kann euch nicht holen. Ich bin mit einem Flugzeug, was nur im Wasser landen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Aber keine Sorge, ich komme trotzdem zu euch. Hier kommt definitiv kein Zug. Ich habe so Angst, hier zu sein. Ja, flieg hier durch. Hier kommt kein Zug. Definitiv nicht. Oh mein Gott, das ist ein Ninja-Anne-Chance-Bahn. Das ist so ein Teufel. Hey, na? Also ich sage mal so, ich gucke vorhin schon mal die Gefahren von ihm. Ja, guck dir das an. Das ist ja süß. Kriege ich deine auch gegriffen? Ja, oh. Lumi, guck mal. 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 Guck mal uns an. Nur angucken. Ich habe Angst, ich will es nicht. Du sollst uns doch nur angucken. Nein, ihr lasst mich nicht los. Nein, aber guck dazu. Ihr seid sehr süß. Oh, guck mal. Wir gehen da jetzt gemeinsam durch. Das ist ja süß. Da! Ja, lass mich liegen jetzt. Okay, ich wusste genau, warum ich da nicht mitmachen will. Wie sie mich einfach liegen lässt. Wir müssen hier nach links irgendwie. Das Game ist so süß. Das Game ist so süß. Das ist wirklich sehr süß. Das erinnert mich wirklich an dieses Lego-Game. Oh. Es gibt bestimmt einen ganz normalen Haupteingang. Ich will mal abprallen von diesem Berg. Wir kommen hier einfach nicht raus jetzt. Wir hätten einfach, dass wir hier einfach hinfliegen sollen. Wir sind wirklich stuck hier. Ja, einmal den Heli nehmen, wenn Bart den Heli-Call macht. Ja. Oh, da hinten sind Karts. Ja. Da müssen wir hinfahren. Ich sehe sie. Oder. Aber hier ist doch eine Kanone. Oder. Ja. Aber die geht nicht bis in die Richtung. Die geht nicht bis drüben. Aber die geht zu den Karts. So, Moment mal. Doch. Schlag ein. Es gibt einen ganz normalen. Ich bin gequetscht. Ich bin gequetscht. Warte. Schlag ein. Ja. Ich bin bereit. Alter, voll gut gezielt. Das ist super gut. Ich habe mein Bestes gegeben. Das war echt, actually, not bad. Komm, ich brauche so ein bisschen was sehr süßes mit dem Händchen. Können wir auch Go-Kart gegeneinander fahren, oder was? Wahrscheinlich. Oder miteinander. Man muss ja nicht immer alles gegeneinander machen, Chiara, ne? Richtig. Check-outs ist recht, ne? Äh, ich nicht. Nee, Bart, das sind nur wir beide. Wir hätten doch zu viert machen können. Hä? Wir können aussteigen. Können einfach aussteigen. Okay. Aussteigen, aussteigen. Müssen wir mit dem Typen reden, oder was? Alle zu viert annehmen. Ja. Okay, wartet mal, bis die Zeit runtergelaufen ist, oder? Nee, der Job failed. Wir können einmal abbrechen. Einfach einmal mit dem Quatschen. Quit? Ja. Abbrechen. Ja, ja, quit. Okay, und jetzt einfach auf Go dann, oder? Warte, warte. Wir warten, bis wir alle... Okay. Sind wir nicht alle da? Seid ihr ready? Ja. Ja. Dann jetzt. Ich werde Erster. Ich bin richtig gut im Autofahren. Ich bin ein Zauberer. Ich mache euch alle fertig. Ich habe Mario Kart schon einmal beim Leben gespielt. Hey, Lumi, warum bist du so schnell? Oh mein Gott. Was war das? Hör auf, Lumi! Was ist das für auf, Lumi? Du hast mich doch weggedrängt. Nee, du hast mich weggedrängt. Nee, du hast mich weggedrängt. Die Lenkung von diesen Dingern ist ja so clunky. Lumi hat einen Unfall gebaut und dann habe ich auch einen Unfall gebaut. Oh Gott. Ja, klar. Immer sind die anderen durch. Richtig, richtig. Immer weh gedrückt halten. Egal, was passiert. Niemals stehen bleiben. Oh, da war ein Booster. War never stopped. Oh, nee. Always grinding, never stop. Oh, Tim. Mann, hör auf! Ich bin der Beste. Ich werde sabotiert hier. Oh, ich bin so gut. Ich hole mir jetzt dieses Boost-Feld hier vorne. Dann bin ich richtig schön. Scheiße. Oh, Benko. Lumi schaffe ich noch. Äh, Chiara. Oh Gott, Chiara! Oh, Chiara ist noch nicht. Okay, okay. Oh, ich fahre in 10. Ich bin ja auch Zauberer. In 10 oder in 10? In 10 in the main brain. Nein, alles in 10 Sekunden habe ich gewonnen. So insane fahre ich. Okay, krass. Mann, Tim! Nimm ich mit! Was ist denn das da oben? Danke. Was geht denn bei euch da hinten ab, eigentlich? Achso, das ist ja nicht. Ja, ich hab sie! Ah, es war knapp. Ja, weg. 18 Sekunden. Hä, wie jetzt? Warum geht die Zeit immer wieder hoch? Ja, weil du einen Checkpoint erreicht hast. Achso, aber... Ja, aber wann ist man denn mal durch? Gar nicht. Gar nicht. Ah, nee, 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 ich bin gleich durch. Glaub ich. Hier ist noch alles drin. Guck mal, die habe ich jetzt auch. Oh, jetzt habe ich den Jump sogar geschafft. Oh, ich bin stolz auf mich. Ich hoffe, meine Eltern sind stolz auf mich. Bist du schon durchgebart? Ja, ich habe wirklich gut Cash bekommen. Unlocked Race Outfit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mal gucken, ob ihr das jetzt auch bekommt oder ob es nur der Erste bekommt. Okay. Top complete. Hä, wieso ist Franzi noch im Auto? Franzi vorbeigefahren ist. Ist das gut? Okay, und jetzt Fußball. Das ist nämlich hier, da gibt es einen ganz normalen Eingang. Wo ist das? Wir können die Autos einfach zum Fußball nehmen, das ist am schnellsten. Echt? Ah, ich dachte, wir dürfen damit in der Freizeit nicht fahren. In der Freizeit. Aber es ist auch hier. Oh nein. Glaub ich, oder? Es ist nicht hier über die Mauer. Ich fahre euch einfach hinterher. Es ist schon aarschwitzig. Wo fahren wir überhaupt hin? Was machen wir? Fußball. Wohin? Ich habe gar keine Ahnung, wo es lang geht, Lumi. Ich fahre hier links rum, oder? Nicht aus freiem Willen fahre ich hier hin. Hä? Wo sind die hin? Ich bin schon mal da. Ich bin Umweg gefahren. Wo seid ihr hin? Zurück zur Rennstrecke musst du. Da ist er. Ach, da. Der Fußball. Der Fuba. Der Fuba. Oh, Fuba spielen jetzt. Aua. Boah, ey. Ich weiß nicht. Leute, die unerotisch Fuba sagen oder Playsy. Okay, können wir Teams machen? Machen wir Mädchen gegen Jungs? Oder machen wir... Wie machen wir? Geht schon los? Ich habe einen Klopf gedrückt. Ja, es geht los. Okay, Boys, was ist das? Girls. Hä, warum? Wessen, aber ist das... Wessen Tor ist denn jetzt... Weiß ich nicht. Das nehmen wir jetzt, Chiara. Ja, aber ist das nicht unser Tor? Das ist euer Tor, das ist euer Tor. Hä, aber ihr habt doch gerade in das andere Tor reingemacht. Ah, richtig, okay. Hey, ihr habt einen Punkt, ihr seht einen Punkt? Ich seh keine Punkte. Ja, oben an der Anzeige, oben rechts an der großen Tafel. Hallo, das ist jetzt mega unfair, weil Chiara zu dumm war, gerade zu checken, auf welcher Seite. Oh, was fronten sie denn? Warte, ich leg den hin. Jeder geht ins Tor. Moment, ich drück mal den Knopf. Der wäre ja schon drin gewesen gerade. Jeder geht ins Tor. Hallo, hallo, hallo. Chiara macht 0-0 jetzt. Jetzt so. Geht's jetzt los? Ich habe den Knopf gedrückt. Ich nehme den nächsten gleich. Mach das, mach das. Ich werde festgehalten. Oh. Ich habe sie auch dribbelt. Franzi, das ist nicht fair, so funktioniert Fußball nicht. Ich habe sie auch dribbelt. Na klar, genau so funktioniert das. Oh, ich habe sie auch dribbelt. Kommt ihr das an. Ich halte beide fest. Ich halte gar keinen. Halt mal beide fest, Franzi. Nein. Du hast zwei Hände. Nein. Mach was draus. Nein. Okay, okay, Chiara. Ja, komm, hast du easy. Oh, Schesse. Hol dir schon mal den Nächsten, hol dir den Nächsten, hol dir den Nächsten. Ich halt meine Hände einfach hoch und fang den hoch. Das ist grad schon ein bisschen schwierig. Aua, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Das war die falsche Richtung, Tim. Wart mal lauf ich in die falsche Richtung? Ja, du läufst in die falsche Richtung. Ich out-dribble euch, ja, kein Problem. Das ist Rocket League. Ich halte euch beide fest. Ganz schwer gerade. Oh, ich bin... Tim, jetzt... Blockade! Strong enough! Tim, ich halte ihn noch! Scheiße! Zurück, zurück, zurück! Ich bin viel schneller, guck dir das an! Das ist nicht Rocket League, du hast dich selbst K.O. gehauen! Aber der geht trotzdem rein, der geht rein! Oh, ja, stark! Rocket League! Nein, nein, nein! Guck mal, Chiara, die rennt da schon! Rocket League! Oh, Franzi hat mich geblockt! Okay, das Ausgleich... Okay, Rocket League... Wie kannst du das Auto lenken? Weiß ich nicht. Das zieht nach links die ganze Zeit. Sehr gut! Weil du an meinem Arm ziehst... Chiara, immer irgendeiner wartet am Spawn und nimmt einfach den Ball. Weil du an meinem linken Arm ziehst, steuere das Auto nach links. Das ist einfach mehr Mechanics als in jedem anderen Game, das ich jemals gesehen habe. Oh, nee! Oh mein Gott, das ist ja perfekt! Au! Ist das jetzt aus, oder was? Ja, aus. Nee, das ist nicht aus. Eckstoß, so wie es heißt. Eckstoß? Ich hab Franzi, ich halte sie fest. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein! Es ist nicht schwer so zu fahren für die ganze Zeit, wie man unterm Reißen klebt. Hör auf, Chiara! You can't! Hilfe! Hilfe! Ja, ich weiß! Das versuch ich auch gerade! Nein, das ist dann dein Minuspunkt, wenn es von hinten kommt. Nein, 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 von hinten ist immer okay. Ah, hier war sein. Alles gut, alles... Oh, fuck! Warte mal. Hä, bis... Jaja, 5 für uns! Achso, ja, stimmt. Wir spielen auf der anderen Seite, ja. Der 5 ist Siegerwert, der 5 hat gewinnt. Ja. Ganz fair habe ich auch gehört. Alter, kurz die, warum? Oh, ich dachte mir erst Tim, wir sehen so richtig aus! Ja, ich würde jetzt gerne mal Outfit wechseln. Ich habe ein kleines Problem mit dem Auto, ist so stuck in meinem Auto. Ich wechsle kurz ins Outfit und dann bin ich wieder da. Warte, wo kann ich das mitnehmen? Okay, perfekt. Es würde echt lange dauern, von hier aus zu laufen, glaube ich. Vor allem, ich habe extra noch die andere Person mit dem Fahrradhelm gedodged, damit ich die andere erwischen kann. Ich wüsste, dass du das nicht fährst. Die sind ein bisschen stuck, glaube ich. Was ist, wenn du auf der anderen Seite einsteigst und rückwärts fährst? Oh ja, das ist eine gute Idee. Probieren wir. Gab es so Real Life Rocket League eigentlich schon mal? Das müssen wir unbedingt machen. Oh, okay. Du bist einfach Genius. Ich wäre sowas von dabei, lass das machen. Real Life Rocket League. Ja, war das nicht diese Car-Wog-WM-Pro7-Stefan-Rab? Also die Wog-WM war mit Wog. Ja, aber es gab doch auch so ein Auto-Bing. Stimmt. Ja, es gab so eins mit so Monster-Trucks und so. Aber das war, glaube ich, nicht Fußball. Ich erinnere mich. Autoball? Hieß nicht Rocket League? Ja, ja, doch, Autoball. Ja, Autoball-WM. Achso, okay, krass. Ja, ja, die Autoball-WM. Oh, guck mal, hier gibt's noch einen Job. Oh mein Gott, ich kann hier in dieser Rakete sitzen. In der Mall. Ach nee, es ist ein Hotdog, den man kaufen kann. Das ist hier, Klaus. Was bringt das, wenn man Hotdogs kauft? Wie gibt's Spielzeug? Meine Eltern wollten mich immer nicht in so einem Ding sitzen, sondern die gesagt haben, dass es nicht worth an Euro einzuballern und dann noch bauen und hin zu werden. Ich hab gerade die Story jetzt gemacht. Aber ich muss mir eine Ahnung, wenn ich eine Ahnung, Lebensfreude haben. Warte, ich mach das an. Kiara? Ja, ja. Ist das wirklich passiert? Geil! War genau das gleiche, hab ich erst auch gesagt. Das ist ja sauergeil. Aber wieso ist hier der Klamottenladen leer eigentlich? Das ist so schön. Drückt man das denn? Das Game ist richtig wholesome. Ich lieb's. Wie kommt man denn hier rein? Ah, hier. Lass nach oben. Können wir einfach Sachen klauen und dann wäre verhaftet? Warte mal, was probier ich jetzt? Oh mein Gott, hier ist ein Friseur, Leute. What? Kannst du dir da Haare machen lassen? Ja, du kannst dir hier Haare machen lassen. Oh mein Gott. Ich hab aber nicht mehr Haare. Kommt mal zu mir. Vorher klau ich dieses Ding. Ich muss nur einen Fahrstuhl holen. Die Steuerung ist ja sowas so'n Scheiße. Du musst hier mit dem Fahrstuhl hoch. Wir haben einen Fahrstuhl, okay. Ja. Ich bin gleich da. Warte, warte bitte auf mich. Bitte, 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 bitte. Lass mich nicht zurück. Nein, kommst du zurück. Ach, come on. Das war so klar. Oh mein Gott. Das war Chiara. Schuhe. Du lügen wollt. Okay, es gibt nicht in jedem Shop das gleiche. Es gibt hier leider nicht den Hai. Es ist wirklich, also ohne Witz, ne? Du könntest die halt einfach easy drin rp. Wo ist der Haare? Ach, da ist der Klamottenladen. Hier ist der Friseur. Hallo. Oh. Aber gibt's hier andere Klamotten? Oder gibt's hier andere? Das ist ja so cool. Ja. Das sind die gleichen, oder? Das ist ein Avocado. Ne, wobei. Das ist ein anderer. Oh mein Gott, ich hab mir grad die Avocado gekauft, Chiara. Ja, das hab ich ja bei dir grade gesehen. Ach so, lol. Bye. Geil. Boah, ich bin ein Teenage Dirtbag. Eigentlich passt das viel zu gut. Das hier passt halt super zu mir. Okay, das mach ich. Chiara, oder? Ich bin ein Teenage Dirtbag, Baby. Ja, kann ich auch. Lumi, findest du auch das passt zu mir? Kannst du mal Karaoke machen? Sweet, ja. Ey, wir müssen echt mal in so eine Karaoke Bar gehen. Ey, kommt mal nach Berlin. Bart und ich waren letztens in einer, das war richtig cool. Das war wirklich sehr cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Das war so toll. Aber kann man wirklich Haare unabhängig von dem Rest machen lassen? Ne, das ersetzt das Kopfteil quasi. Welchen Song würde ich mit Lumi singen? Irgendwas Emo-mäßiges. Ja. Ah. Hier ist ein Klavier. Jan, ich mag die Outfits. Oh. Bart, wollen wir was singen? Ich spiele Klavier. Ja, lieber. Es gibt keine Hosen beim Friseur, ist das 이건 Game. Ba, 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 ba. Richtig VERBISCH龗. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Okay, warte mal. Oh, das ist ja süß! Ba, 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 ba-ba, ba. Ja, das ist das schönste Lied, das ich je gehört habe. Oh, es schmerzt du in meinen Ohren. Warte, ich komme auch rüber. Der Schmerz der Freundschaft. Alle jetzt ruhig sein, das wird unser neuer Sub-Sound. Okay, ja. Oh Gott. Oh Gott, das ist schrecklich. Warum funktionieren hier die schwarzen Tasten nicht? Oh doch. Oh Gott, ich werde hier richtig mad gerade. Das wird mein neuer Raid-Sound. Es gibt Jewelry. Es wäre so cool, wenn man sich Waffen kaufen könnte und die einfach alle überfallen könnte. Wetten, das geht. Warum gibt es einen Musik-Store? Girlfriend von Avril Lavigne. Lumi, wäre das ein Song für uns? Äh, warte, wie ist denn da so die Tonlage? Ähm. Wie geht denn der Song gerade? Ich habe die Melodie auch gerade nicht mehr im Kopf. Meine Augen sind dann weg. Bart, weißt du noch wie Girlfriend? I should be your girlfriend. Hey, 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 hey. Ja. No way. No way. Ich kann halt nichts singen, wo es so mega tief runter geht. Das ist Krise bei mir. Ich glaube, das wird gut passen. Welche Toilette muss ich jetzt gehen? Ey, Sophie, danke für den Follow. Chat, coole Idee. Interact, ich kann kacken. What? Was passiert jetzt? Das ist so nirgendschlich jetzt hier einfach. Ich muss vielleicht on point kacken oder so. Kann auch ranzoomen. Oh, ich habe gepupst. Bad Romans würde ich uns auch sehen, Tim. Ich habe gepupst. Warte, ich mache die Sound, oder? Hast du gehört? Timmy? Ja, wie bitte? Bad Romans würde ich uns auch sehen. Oder allgemein so Lady Gaga. Ich würde dich richtig fühlen. Ich mag ja... I'm on the edge of glory. Den finde ich geil. Aber Pokerface oder so hätte ich auch Poker. Ba, 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 Pokerface. Ich spüle sogar. Oder Bond this way. Bond this way. Oh ja. Moment. I'm beautiful. Das habe ich auch gerade gesagt, Java. Echt? Ja. Hast du nicht was anderes gesagt? Ich habe das als erstes gesagt. Ah, okay. Ich gehe nur kurz was gucken. Ja. Hier ist kein Geschenk. Warum bist du auf der Frauentoilette kein Geschenk? Ich will Zug fahren. Oh mein Gott, bist du in die Frauentoilette gegangen? Nein, bin ich nicht. Okay. Ich check das kurz. Clip it, guys. Clip it. Bad Chat, clip it. In der Mellertalette ist ein Geschenk. Wo wir Pizza abliefern müssen. Das ist doch mega geil. Oh ja, das ist richtig cool. Aber alle zusammen, bitte. Oh mein Gott, wie geil. Lass wir mit dem Auto fahren. Wo sind die Toiletten? Ach, hier sind die Toiletten. Wer denn führt? Hilfe. Guck mal, hier sind die Toiletten. Ich habe eine Geisel. Nehmt mich mit. Schauen wir mal, wie viele Leute hier reinpassen. Franzi, drück mal hier auf das ein roter Knopf. Ach so, wo ein roter Knopf? Pupst du dich jetzt auf jedes Klo einmal? Oh, hier ist ein Geschenk. Hä? Warte. So. Ja, perfekt. Komm rein. Ich spring mal mit rein, Franzen. Ach so. Ein Geschenk? Ich sehe mich nicht, ich sehe Franzi nicht, aber scheinbar sind wir hier. Es sind ja beide drin. Ich bin hier, du bist hier. Ich lebe mich auch rein. Tim, warte mal. Ja, ja. Nein, nein, steig aus. So. So, jetzt musst du reinspringen. Ja, ja, schaffe ich. Oh Gott, ich muss mir das eigentlich mal bei Bart angucken, wie das aussieht. Oh, so. Okay, fahr los. Okay, fahr los. Fahr los. Nein, 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 ich will das erst mal angucken. Ich will das auch erst mal bei Bart sehen. Wenn ihr den Squatstream anhabt habt, dann... Oh mein Gott. Wenn ihr den Squatstream anhabt habt, dann... Oh mein Gott. Alter, das sieht ja so brutal aus. Das sieht sehr passend aus. Das sieht sehr brutal aus, Alter. Oh mein Gott, Alter. Und wie Franzis Gesicht einfach eingegötcht ist nach oben. So schön. Katastrophe, wie das aussieht. Wo kann ich jetzt Pizza auf eine Pizza-Mission annehmen? Oh Mann, ich will auch eine Pizza. Oh, ich würde jetzt auch gerne Pizza essen. Ey, ich habe heute die räudigste Pizza ever gegessen. Ich war heute bei einem Meeting und die haben auf die Pizza so geriebene Knoblauch rauf gemacht. So ganz viel. Das war so weird. Das war so weird. Ich fand es so weird. Alter, Knoblauch auf Pizza, übel lecker. Ja, aber es war so übertrieben viel. Das war so richtig so viel. Hä, aber Knoblauch gibt es nicht so viel. Wie geil ist das denn jetzt aus? Wir hätten einfach den Kofferraum offen lassen müssen. Ja, ich mag auch Knoblauch. Knoblauch ist geil, aber das war so richtig viel Schaum. Oh nein, Tim. Ich halte dich fest an... Oh, da. Hilfe. Tim, nimm mal meine Hand. Hier ist eh die Pizza. Ich nehme immer gerne deine Hand. Warte, wo bist denn du? Nee, wir müssen noch mal losfahren. Ich will wissen, ob wir dann durch die Gegend fliegen können. Wie so eine Fahne oder sowas. Komplette Krise. Was ist Krise? Kann noch mal jemand mit uns fahren, bitte? Daher? Naher. Schön Gas geben. Kommt rein zu Wobbly Pizza. Tim, du hast dich nicht festhalten. Ich muss dich festhalten. Okay. Zu Wobbly Pizza. Wo fahrt ihr hin? Ich will, dass du so ein bisschen raus... Mann, oh... Ja, soll ich ein Stück zurückgehen? Oh. Ich halte dich schnell fest. Bisschen Bumpy Road gerade. Muss das? Halten wir uns jetzt gegenseitig fest? Du kitzelst mich an den Achseln. Hör auf. Ihr zieht das Auto beiseite. Ihr zieht das Auto beiseite. Oh. 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 Jetzt wieder, Lise. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich renne hinterher. Ja. Ja. Ich bin Skaterboy. I'm the Skaterboy. See you later, boy. Gamesport. Oh. Oh. Ja, ich warte mal drauf, dass meine Freunde jetzt auch herkommen. Komm. Da bin ich. Die Ara ist tot. Die Ara ist tot. Kann ich mehr. Okay, geht wieder. Geschenk? Oh, der ist noch offizier. Trag mich, trag mich. Wenn er einfach durch ist. Sag mal, du berührst mich gerade noch, ne? Ja. Okay. Uh. Hm. Oh, krasser Augenbrauen. Eins von 103. Gut. Aber dann kann ich halt meinen Hut nicht mehr tragen. Ich will meine Augen auch behalten. Wo sind denn die anderen jetzt? Wir wollten doch Pizza ausliefern. Äh, wir wollen ja. Ich auch. Wollen wir uns jetzt alle gleichzeitig eine bestellen? Und gucken, wenn wir zuerst ankommen. Ich habe keine vegane Pizza zu mir. Oh, wir machen das so. Bestellen alle Pizza. Und der, bei dem die zuerst ankommt, muss für alle bezahlen. Muss alle bezahlen. Loll. Oh, wow. Ich bestelle bei so einem Pizzaladen, der fünf Kilometer entfernt ist. Okay, der bei dem zuletzt ankommt. Haben wir schon angenommen die Mission oder warten wir? Nee, ich gucke gerade kurz nach Pizza. Except Job. Okay, los geht's, ganz schnell. Wie? Zwei Minuten dreißig. Zwei Minuten dreißig. Ja, wir machen das danach. Danach gucken wir nach Pizza alle. Nee, ihr müsst Pizzaschattel mitnehmen. Ihr müsst Pizzaschattel mitnehmen. Ach, das stimmt. Ihr soll Pizzaschattel, ihr soll Pizzaschattel. Mama mia. Mama mia. Hau mit. Okay, der war nur ist meine Pizza. Ich helfe die beim Tragen. Wir sind intim jetzt ausnahmspreise. Aber links, das mit dem anderen. Wo sind die Pizzaboxen? Wo sind die Pizzaboxen? Ich habe die. Ich habe die. Es gibt keine mehr. Es gibt keine mehr. Es gibt keine mehr. Du musst mich fahren. Du musst mich fahren. Ja, ich komme rein. Oder so. Ich bin drin. Wo müssen wir hin? Na, wie geht mich, Franzi? Weiß ich nicht. Da ist eine Flagge irgendwo in Folge dieser Flagge. Aber wo ist die Flagge? Fahr zur Flagge, Tim. Fahr zur Flagge. Ja. Ich sehe die Flagge legit nicht. Grüne Flagge, Lumi. Ist richtig groß. Nee, bei mir gar nicht. Oh, stimmt. Ich sehe sie doch. Warte, warte. Ich darfst die Pizza mal reinfallen. Ich darf nicht zu schnell, glaube ich. Ich darf schon, oder? Ich darf schon, oder? Vielleicht setzt du dich hin und hin und dann fliege ich ja auch raus. Uns geht es gut. Aber du kriegst dich ja festhalten am Auto. Uns geht es gut. Okay, Clara, jetzt ganz vorsichtig links. Ey, wie geil dieses Pizza-Stück da auf dem Auto auch ist, was da so woppelt, ne? Und jetzt einfach in der Kurve quasi geradeaus, aber nicht in das Gebäude rein. Genau, da hinterher. Ja. Hier, jetzt rein. Ich mache kurz Haltung hier. Genau, genau hoch über den Bügel. Vorsichtig, vorsichtig. Und jetzt gleich rechts orientieren, dass wir gleich rechts auf die Straße, auf die Bücke draufkriegen. Habe ich doch nicht. Jetzt habe ich das Auto. Ja, okay. Warte, das funktioniert auch nicht. So, jetzt. Ja. Los geht's. Ich glaube, da hinten wird es einfach auch runtergegangen. Aber so, ich wusste es. Ah, nee, oh. Da, hier, links. Okay, rechts auf die Brücke jetzt. Die Brücke, auf die Brücke, Tim. Ja, ja. Es ist ein bisschen schwierig zu fahren hier. Wie viel Pizza wollen die denn? Ich bin wie so ein, wie so ein, auf den Müllautos so. Der Navigator. Ah, wie geil das aussieht. Wie geil das soll es sein. Oh, okay, hier. Mama Mia, komm mal hier. Ich parke näher dran. Kannst du das hier hinbringen? Wir haben es ja sehr. Okay. Aber du parkst, glaube ich, da drauf, oder? Sehr gut. Ich habe es abgegeben. Kannst du, du hältst die falsche Hand noch. Und jetzt? Das müssen wir jetzt machen. Und jetzt die andere auch noch abgeben. Gebt die ab, schnell. 17 Sekunden. Ja, ihr seid alle im Weg. Geht doch weg. Schön. Tag. 50 Gold. Wer hat schon wieder mein Geldzack? Hier, meinen eigenen. Wo ist denn, ähm, wo ist hier ein Automat? Wo ist ein Auto? Da ist einfach ein Harvest-Job. Oh mein Gott. Genau das Ding meine ich. Wir brauchen jetzt erstmal ein Geldautomaten. What the fuck? Ich glaube, wir müssen das Geld auf die andere Seite wieder bringen. Och nein, oder? Doch. Aber wir haben ja Autos. Okay. Lass es ins Auto legen. Bart, kommst du mit? Äh, ja. Ich muss mein Geld ganz kurz holen. Ich habe es eventuell hier ein bisschen liegen lassen. Hey, Heidi, was geht? Legen wir das mal hinten rein. Wobei, ich kann einfach... Ach nee, ich kann doch, ich kann beide festhalten. Einfach die Autos hier von dem Bauern klauen. Perfekt. Ja, wisst ihr, wie teuer so ein Mähdrascher ist? Ja, ich will ja schon, Lumi. Tut mir leid. Bully, Lumi wieder. Ja. Ich war ja auf der, auf der Kaktus. Und da gab es ja dieses, ähm, dieses Landwirtschaftssimulator-Battle-Ding. Wo die so auf E-Sport-Level-Landwirtschaftssimulator gespielt haben. Und die hatten Preisgeld von irgendwie ein paar hunderttausend Euro. Was? Ja, und die konnten davon nicht mal ein, ähm, so Mähdrascher kaufen im Real Life, weil die teurer sind. Ja, solche Sachen sind wirklich scheiße teuer. Bart, du musst darauf achten, dass du nicht beides Geld abgibst, ja? Ja, ich will nur einsteigen. Wo müssen wir denn hin? Ach, da aus, glaube ich. Ja. Und wer hat das Spiel eigentlich entwickelt, frustrierte Mitarbeiter eines Jobcenters, ja? Das war übrig. Also ganz am Anfang war das mal so ein Simulationsspiel, das dann geldig ist. Danke, danke, danke. Ähm, warte mal. Achso, hier drüben sind die ATMs. Okay. Stark. Boah, jetzt kann ich mir fast eine Krone kaufen. Nicht mehr lange. Eine Krone. Willst du König sein? Ich will einfach eine Krone haben. Die sah cool aus. Man kann hier Bowling spielen. Wollen wir Bowling spielen? Oh ja, hier drüben ist auch wieder so ein krasser Typ. Hä, aber ich muss sagen, diese Pizza Delivery, das war ja übel entspannt und dafür direkt so 50 Tacken eher? Das stimmt, ja. I just got a strike with my favorite golden bowling ball, but it never came back. Oh ja, hast du ja auch gerade gehabt. Ich bin hier every day. Es ist manchmal so ein bisschen Probleme, die Sachen wirklich anzufassen und nicht einfach mich irgendwo festzuhalten. Achso, wir sollen jetzt einfach seinen goldenen Bowling Ball finden, oder was? Wann, siehs, hab ich mir gerade hier präpariert und was machst du? Ja, du hast hier gerade, you know. Ey, warte mal. Was hab ich, was? Du hast hier meinen Schuss am Museum. Mann, haben die jetzt Bowling angenommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wo wir den goldenen Bowling Ball finden, oder? Wo? Ich hab auch gestrikt. Ah, hier, ich hab einen Bowling Ball. Könnt ihr mal resetten kurz? Im Museum. Ja, wir resetten. Thank you. Im Museum finden wir den Bowling Ball. Wo ist das Museum? Wo weißt du das? Das steht hinten, in so einer Notiz. Ach, scheeiße. Der Typ hat gesagt, er sucht seinen Bowling Ball und hinten in der Notiz an der Wand steht, dass jemand den gefunden hat und in der Bibliothek gebracht hat. Dass du in diesem Game Bowling spielen kannst, ne? Äh, krieg den Ball nicht. Crazy. Aber ich will jetzt trotzdem mal ins Museum, glaub ich. Wir haben wenigstens einen Strike. Wo finde ich das denn? Was ist denn das Museum? Lumi ist... Komm, Chiara, wir machen hier so Barbie Girl. Lumi sagt man jetzt guten Abend, gute Nacht oder guten Morgen, weil du gegehend hast. TV. Es gibt einen TV-Quiz-Shop. Gesundheit. Da kann man, da kann man im Fernsehen auftreten. Wollen wir, wollen wir kurz in diese Quiz-Show gehen? Ja, bitte, bitte. Ich dachte, wir gehen jetzt ins Museum. Ja, ich weiß nicht, wo das Museum ist. Franzi, dreh mal deine Kamera frontal, damit du uns von vorne siehst und zoomen dran mit Mausrad. Ja, das ist sehr passend. Wartet auf Tim und mich, bitte. Oh, scheiße. Oh, nein, ich muss von den Tim, wie sie sich streiten. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir müssen da irgendwie halt rüber und achtern danach erst links. Habt ihr euch jetzt schon eine Pizza ausgesucht eigentlich? Nee. Okay. Hier ist ja dauernd Stress. Also machen wir das nicht. Ich bestelle ja auf jeden Fall gleich irgendwas. Ich habe einen Lungen an. Wer baut auch ein Auto, was drei Reifen hat? Ja, vor allem, wer baut ein Auto, was... Wir fahren einfach so weiter, Tim. Ich sehe keinen Grund, warum wir nicht einfach so weiter fahren sollen. Wenn man das Museum ist, steht hier links unten irgendwo angeblich. Ah, Franzi, ich bin nicht da. Kann ich nicht lenken, gell? So, warte, warte. Das gibt ja gar keinen Sinn. Ja, gut, wir steigen aus. Wir machen es wie ein GTA. Die nächste Person, die kommt, überfallen wir einfach. Hä, ich bin voll verwirrt. Also das Museum muss hier... Ach, hier kommt jemand. Das hat mich so oft gerade gecatcht gerade. Das ist eine alte Oma. Ja, mach sie fertig. Ach, wie ist jetzt... Wie fällt jetzt mit mir zusammen die Oma? Junge. Das Museum. Du kannst nicht aufsteigen, ne? Nee. Scheiße. Gut, dann fahre ich jetzt mit meiner Omi heiße. Danke. Warte, alte Guildhunter. Komm, wir schnappen uns den Ball. Ich dachte, wir wollten zum TV-Quiz. Achso, wir haben noch eine Ballquiz. Das ist erst, ähm, goldener Punkt, Dings. Okay. Hello, welcome to the Wobbly Museum. So, Omi, wir beide fahren da jetzt rein. Wir brauchen diese goldene Kugel. Wir kriegen einen Ring. Wow. Hey, welcome to the Wobbly Museum. Hey, Bart ist so gut, was zu Stimmen nachmachen geht. Ähm, ähm... Wartest du gut im Stimmen nachmachen, so. Alter, Bart. Ich bin so happy, dass dieser Dialog zu Ende ist. Ja, ich auch. Aber meine Oma ist nicht happy. So, hier irgendwo ist die Bowlingkugel Oma und ich werden sie hochmachen, wenn wir die Treppe finden. Aber wo? Aber haben wir auch die Quest mal. Bei mir steht nix. Das ist keine Quest, das ist ein Hidden Quest. Ja, ich hatte auch mit dem Typen gequatscht und der hat das dann so... Ja, ist Oma mal hier stehen. Ich glaube, wir können Teile vom Tyrannosaurus finden. Das ist wie bei Animal Crossing. Ja, vier Teile fehlen. Ich kann die aber nicht anziehen, oder? Ich muss mal kurz was checken. Rosilien. Wir brauchen einen goldenen Bowlingball. Upsi. Was ist das denn, dass jetzt plötzlich irgendwie... We wouldn't be invited. Was denn, Chiara? Da war gerade irgendwie so ein Holzfälle aus. Ich dachte, da ist jetzt jemand in der Session gejoint. Irgendwo... Irgendwo... Oh, warte mal. Also... Aber ich war for real. Also, wo soll denn die Kugel sein? Ich war in jedem Fall... Vielleicht ist sie ja auch. Ah, man sieht, wie viele Geschenke man findet hier. Wenn man... Oh, diese Bowlingkugel. Wenn man alles durchspielen will und so, dann braucht man wohl im Durchschnitt so 50 Stunden. Wow. Das ist krass. Das ist krass, ja. Ich schau mal draußen, ob wir die Kugel finden. Okay. Maybe, ja. Okay, ähm... Also, ich wüsste nicht, wo die... Ich musste kurz mal checken, ähm... Wie viel Zeit man in dieses Spiel stecken kann. 50 Stunden ist schon crazy. Aber... Oh, no. So, weil man alles finden will und so. So cool, dieses Game ist so cool. Hä, 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 hä. Hä? Bart, hast du eigentlich mal Animal Crossing gespielt? Äh... 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 Wie, glaub ich? Boah, du würdest richtig ausrasten, glaub ich. Warum? Was ja auch cool ist. Was ja auch so viel machen kann. Was ja auch ein cooles Spiel ist. Ah, nice. Ja, dann. Let's go. Ich habe mir das Bild. Bei Animal Crossing wäre richtig cool, wenn du so eine Insel gemeinsam haben könntest. Ja. Wo jeder so sein Haus drauf bauen kann und so. Ja, voll. Ja, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, kurze Frage. Ja? Wer von euch ist hier mit dem Roller ins Museum reingekommen? Äh, ich. Ich habe die Oma da hinten drauf gehabt. Äh... Ist die da immer noch drauf? Nee. Ja, Ara, was machst du gerade? Boah, der Blitz hat mich getroffen. Ich bin in eine Kanone gestiegen und ist das jetzt... Ist das ein Freizeitpark hier? Oh mein Gott. Ach, der Bahn. Haben wir da freizeitparkige Sachen machen? Warum bin ich stuck? Step stuck, I'm broke. Hallo? Was hier? Nee, da ertrinkst du, Kiara! Franzi, Hilfe! Yeah! Oh mein Gott, Tim, steig ein! Ja, ja, ich komme, ich komme! Ich habe eine Idee, wo die Kugel sein kann. Boah, ich bin stuck auf dem Dach von dem Ding. Das ist echt gut gemacht, Tim. Oh, genau in zwei Millisekunden hast du hier auf dem Ding gesessen und dann bist du draußen. Ich habe es kaputt gemacht. Ich werde die Kugel finden, weil sie... Können Sie es wieder reinschieben? Da ist... Boah! Ich glaube, ich habe... Oh, das geht's. Alter, das knallt ja richtig rein. Booms! Booms! Achso, hast du die Kugel gefunden? Das würde ich gerne im echten Leben machen. Naja, ich habe so einen Pokal gefunden. Scheiße, ist das lustig. Oh, du sitzt gleich oben? Ja, selber! Ich habe im Museum einfach diese ganzen Vasen kaputt gehauen. Ich dachte, da könnte die Kugel drin sein. Das ist so wie Beyblade. Ja, stimmt. Wollen wir mal Achterbahn fahren? Ja, hier ist ja auch ein Schwimmbecken. Also so ein Schwimmbad ist ja auch. Ich komme da jetzt hin. Hallo, steigen Sie aus. Es ist ein Notfall. Achterbahn. Ich muss ins Schwimmbad. Ja, lass mal gemeinsam zum Heidepark. Ich habe gehört, Heidepark soll sogar mit einer der schlechtesten Freizeitparks in Deutschland sein. Oha, ich komme zu Hüpfburg und die anderen kommen, glaube ich, jetzt, oder nicht? Weil dann könnten wir gemeinsam andere Bahn fahren. Ich hole Franzi ab. Oh mein Gott, du kannst hier von einem Blitz getroffen werden. Ja, ich würde auch schon mehrmals fahren. Aber ich habe voll Bock auf Phantasialand mal wieder. War ich noch nie. War da, glaube ich, auch noch nie. Ja, dann komm vorbei. Machen wir das. Ich habe da übel Bock drauf. Das ist übel gleich Kohlepark. Das ist ja so lame hier, Chiara. Ich bin da. Im echten Leben ist das witziger. Ich komme sofort. Oh, das ist ein Geschenk. Hier sind noch ein paar. Ah, noch ein Pokal. Nice. Aber dann sind die doch vielleicht echt da drin, oder? Ey, die Welt ist so riesig. Wir kriegen das hin. Ganzi schnell. Ich glaube, der Typ, dessen Auto ich geklaut habe, merkt langsam, dass ich sein Auto geklaut habe. Ach, der Bahn. Ah, hier sind so viele Pokale, Alter. Okay, dann komme ich da jetzt hin. Ja, du kannst auch einen abgeben. Ja, mache ich. Steig ein. Ich bring dir einen mit. Okay, warte. Dann fahren wir halt zwei Runden. Hier, Bart. Ist so, ist so. Ich habe den schon abgegeben. Nee, schnell, schnell. Ich bin da. Ich bin nicht mehr da. Ich bin da. Yippie. Oh. Okay, Leute, wenn ihr Höhenangst habt und so, das ist jetzt schwierig. Alter, die Oma. Okay. Ciao, ciao, Oma. Ihr müsst alle stark sein jetzt. Alter. Hier reden wir sogar. Oh Gott. Alter. Jetzt geht es krass weg ab. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Oh mein Gott. Oh. Achso, ich hab dich auf die Einfahrt verpasst. Und ich umgibt mich das bei dem Auto, war sehr schwierig. Alter, direkt blitzen die Mann, alles cool, ja man geschafft. Das war schön. jetzt mit der kleinen raupe nimmer satz los war das ist auch ein punkt wo wir dann bist du wirklich so an die achterbahn ich mag das gar nicht ich hatte das kribbelt ja immer so am bauch das habe ich kann mit dem ich kann das kribbelt immer so schön in meine bauchnabel das war mein traum als ich noch ein kind war was hast du denn im kopf das kribbelt in deinem kopf gefühl halt das war ein fahrstuhl runter fährt dann ist also ein komisches gefühl im kopf das habe ich auch im magen das habe ich ja verwechselst du kopf und ja ich glaube ja also achterbahn macht gar nichts mit meinem magen sagt ihr mal habt ihr habt ihr auch jemals so was im magen oder im kopf ist so eher magen oder nicht man kann auch unterschiedlich zeigen wie ich ja stimmt nur achterbahn shaming ich fühle was du mir sagt okay oha ja wenn man halt so wie wie war so ein free fall quasi dann saust du dir voll in den kopf rein ich glaube wir haben dasselbe gefühl nur dass du das anders fühlen geschenk ja wir autoscooter wir können autoscooter fahren lustig was machen wir dieses war noch ein bisschen wobei ich bin jetzt noch nicht gefahren kann sich beurteilen auch geil die lenken sich halt beides ich hatte das noch nie im kopf aber wenn ich mal wieder auto achterbahn fahren muss ich mal darauf achten vielleicht ich bin aber ich habe das gefühl dass wenn dann habe ich jemand um jetzt ich habe es geschafft im magen habe dass alle mit dem wasser mit den wasserreifen uns betteln das ist echt cool das ist wahrscheinlich auch leichter als wenn er da gefahren langsam die hier sind ja ich um niemals bei stehe nicht nie ich muss sich doch irgendwie mal jetzt ram können ich kann die nicht man ich kann ich wollte ich rauben ich mir doch warte hilft mir ich mach grad feuerwerk du musst mir helfen du musst mir helfen das gleiche problem wie ich warte ich komm hier nicht weg ja knapp ja super ich will da reinsteigen steck ein gut das war ein kurzer spaß für mich ich schubs euch raus leute ich ertrinke könnt ihr vielleicht jemand kann hier gar nicht ertrinken wir müssen nicht umdrehen es ist mich alleine wieder richtig hinzustellen glaube ich wir müssen dich umgedreht kriegen ich habe es ja schlimm bessert okay warte 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 das ist jetzt mein pool wir kriegen das hin wir kriegen das hin achso dann setze ich mich nochmal rein okay okay ich glaube ich schaffe das nicht du musst ein bisschen anlauf nehmen glaube ich ähm Leute passen ich helfe dir Bart das sieht auch ganz schwierig aus ich glaube ich kann dir nicht helfen ehrlich gesagt sicher dass du mir helfen kannst ne absolut gar nicht das funktioniert nicht ja wenn wir Räuberleiter machen könnt ihr ja ich könnte mir hier runterheben bestimmt ja ja okay jetzt einer unter mir geht das doch okay ich komm es hat funktioniert ne nicht ganz oder doch aber können wir wirklich Räuberleiter machen ja klar ähm nicht an den Haaren aua 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 ah mein Hut nicht an meinem Hut guckt euch das an was ist das denn hier 10 Monate vor ey du bist ja richtig rum und jetzt keine Ahnung was das ist bist du die Uhr ja ich bin die Uhr ja sieht richtig aus ja Alter ich fliege ich auch I believe I can fly Tiara hat hier einfach so krasse Muskeln das sie umgekehrt entweder vielen Dank für den Follow thank you dieses Game ist so dumm aber es ist auch so witzig kommen wir irgendwie noch höher damit ähm ähm wieso sitze ich jetzt auch mit drin auch kann ich diesen Bagger nutzen oder diesen Krass ach komm mal so ganz langsam kommen wir höher oder man ich will da hin ich will da hin in das Schwimmbad ne ich glaube der Eingang ist auf der anderen Seite lass mal hingehen für die Rutsche rutschen ja lass mich mal rein ja wo ist denn der Eingang mach mich mal zum Schwimmbad hier links ich bin so schnell es funktioniert nicht man ich werd hier richtig sauer grad ok kannst du mich nach oben komplett zu mir geht das äh ok hallo ich würd gern einmal schwimmen gehen und dann spring ich so ein bisschen ich will da rein ja nimm doch die Tür es geht mit you und von oh nein I'm with my people ja du musst jetzt irgendwie hoch man kann sich ja auch hochziehen in dem Spiel man muss sich doch irgendwie hochziehen können es ist halt kein wir müssen mal Human Fall Flight zusammenspielen ja woher weiß ich jetzt ob das die richtige Umkleide ist hallo wie seid ihr da reingekommen jetzt ja einmal außen rum geht ja was geht schön dass du hier bist hallo ich hab mich auch geschenkt ich bin nackt äh what the fuck ja kann ich mit dem kann ich mit so nem richtig richtig das quietscht kann ich mit so nem kann ich da mit rein mhm ach ich bin hingefallen nicht hinfallen ja es gab so einen Schwimmer der nämlich immer war als Kind und da war es so dass es so drei Schwimmreifen gab mehr nicht und die waren immer belegt und es waren immer so achter Jungsgruppen die sich so einen Schwimmreifen getroffen haben ja das war richtig sad aber die haben bestimmt jetzt nicht so einen coolen Job wie du und jetzt zeigst du ihnen und gibst ihnen alles zurück oh nein ein Hai warte wir können das hier spielen das hier ist mein Schiff oh scheiße das hat nicht so gut hier so auf dem Koko ist bestimmt auch cool auf dem Koko ist cool ich hab so richtig Muskelkater vom Lachen das ist so richtig heftig ich will rutschen oh ja oh du Hai oh du bist ein Hai ich hab mir ohne Hose besser gefallen habt ihr das auch manchmal gemacht zum Schwimmbad dass ihr so unter Wasser wart und dann nur so eine Hand rausgestreckt habt wie so eine Haifluste ja 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 Die Tiere sehen so süß aus, ne? Hier ist ein Geschenk, ne? Habt ihr das schon gesehen? Schon sehr süß. Dieses Game, ey. Der O-Kleid ist ein Geschenk. Richtig, richtig. Yes! Ich bin ein Surfer. Das ist ja cool. Lumi steckt mich an mit dem Genen. Ja, mein Schlafkopf ist grad irgendwie so ein bisschen kaputt. Wir haben den Kuchenhut, weil wir die Kuchenquests gemacht haben. Ah. I see. Kuchenhut? Okay, ich bin nackt. Ja. Ich bin jetzt, ähm, Wrestler. Weiß nicht, ob ich einen Kuchenhut hab, ehrlich gesagt. Ich hab auch keinen Kuchenhut. Ist das nicht das Rennfahrer-Outfit? Hat den Kuchen nicht abgegeben? Ja, das ist das Rennfahrer-Outfit. Helm. Was war dein Lieblings-Wrestler? Äh, ich hab nie Wrestling gefunden. Lena, hi! Von der Band. Wenn du echter Fan bist. Richtig, richtig. Wir haben drei Songs. Ray Mysterio. Ray Mysterio 619. Wie heißt die Schwester von dem Verluckten von dem Gitarristen? Ähm, Ursula. Von der Leyen. Ah ja. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einen Ausflug mit einem Bus. Ja, ich bin dabei. Ja! Ich hol euch ab. Können wir nicht einmal Heli fliegen? Ja, wir machen Ausflug mit einem Bus zu einem Heli. Alles zu einem Heli. Ja. Perfekt. Bitte, ja. Ich nehm meine Schlange mit. Ich komm nicht durch. Ach Gott, Alter. Mein Kopf ist so kaputt, Alter. Wo ist der hier? Jetzt muss man nicht durch können. Die Ara sitzt du neben mir? Nee, ich hab hier gerade noch die Schlange in der Hand und ich krieg die nicht durch die Tür. Du kannst dich ja neben mich hinsetzen. Lumi sonst, ja. Ah, jetzt. Kann ich die mit reinnehmen? Ich bin stuck. Wartet. Ist das eine Scheibe gewesen? Okay, ich muss nochmal durch eine Tür. Bin sofort da. Die Poolnudel. Die Poolnudel. Die hast du gekauft, ne? Für 50 Euro. Deswegen musst du jetzt auch mit nach Hause. Kommst du rein? Jetzt vergisst du die aber trotzdem wieder. Ich muss die kurz annehmen. Ich hab wirklich wieder so dumm versaut gedacht. Ich verstehe es gar nicht. Ja, geil. Ich mach... Tür nicht zu, ne? Damit frische Luft ist. Haltet euch gut fest. Meine Nudel kommt noch raus. Deine scheiß Nudel, Alter. Meine Nudel ist so groß. Nein, die mach ich nicht zu. Alles gut. Lass die Nudel in Ruhe. Los geht's. Deine scheiß große Nudel, ey. Let's go. Also zu ihrer Rechten sehen sie... Hau sie doch nicht mit deiner Nudel. Auf der linken Seite die Tankstelle. Direkt vor uns eine Straßenlaterne. Oh, die Brücke, die sieht gerade... Ich bin rausgefallen. Hä? Wie kannst du denn da rausfallen? Weiß ich... Weil die Tür offen war. Warum wurde die nicht zugemacht? Ich mach mal ganz kurz die Brücke auf. Katastrophe. Ist die Brücke bei euch eigentlich auch so kaputt? Haha, mit der Nudel. Okay. Ja, krass, dass du die da mit reinkriegst. Die ist ganz schön groß, ne? Ja. Die ist nicht so groß, wie sie aussieht. Hä? Krass, wenn du die handeln kannst. Doch. Die ist aber auch so geknickt in der Mitte, die Nudel. Ähm. Okay. Im Rechtsträger. Ähm. Ähm. Was ist los? Es ist gerade einfach ein Auto über die Brücke gefahren. Ja, okay. Kannst du aufhören mit deiner Nudel da hinten zu spielen? Aber bei mir ist die Brücke nicht da. Achso, bei uns ist die Brücke da. Ich mache trotz. Weil du auch noch rote Hose angehört. Du bist Busfahrer. Nee, du bist Busfahrer. Ich bin Busfahrer, ja. Wir fahren über die Brücke, die auch auf jeden Fall da ist. Die ich ganz normal sehe. Leute, sitze ich eigentlich noch im Bus? Deine Nudel... Deine Nudel braucht einfach zwei Plätze. Was passiert hier gerade? Ah, ich sitze noch im Bus. Warum hat das funktioniert? Bei mir war die Brücke auch nicht da. Bei mir war sie unten, die Brücke. Krass. Oh, ich schicke durch die Gegend. Ja, wir sind aber gleich da. Keine Sorge. Wie sind wir denn in unserem Anfangsgericht? Ja. So ein bisschen langsamer. Meine Nudel wird schon ganz rot. Ich weiß nicht, ob wir diesen... Das ist eine Wolke, die sieht aus wie eine Nase. Was? Wo? Ja, da hinten. Ich sehe sie. Oder? Das ist aber ganz schön der Zinken, ne? Wow, okay. Warte mal. Kann es sein... Kann es sein, dass so Flugzeuge und so nicht respawnen? Ach. Oh. Das wäre schlecht. Boote sind auch respawned. Das geht doch nicht. Ja, aber... Also hier sind keine Flugzeuge mehr. Ich wollte eigentlich hier eins holen. Na gut, dann gehen wir jetzt da drüben auf die Insel. Ist da eins? Fahren wir da hin? Ne, ne, wir gehen in die Kanone. Okay, kann ich mit meiner Nudel in die Kanone? Ja, stimmt. Schieb einfach rein. Yippie! Nein, ich sterbe! Sorry, kann ich vor? Ich bin tot. Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Ich bin unter der Kanone. Hilfe, Leute! Ach du respawnst auf der Insel. Ich bin immer noch drin, aber die Nudel ist weg. Toll. Jetzt bin ich nicht mehr drin. Ich bin... Ich bin... Das ist ein Armeeplatz. Hier ist ein Helikopter. Lass mich Heli fliegen, bitte. Oh mein Gott, nein. Da ist eine Rakete. Da ist eine Rakete. Bitte lass sie in die Rakete. Das ist doch eine Mondrakete. Da kannst du leider nicht rein, weil ähm... Die ist zukünftiges. Ach nein. Oh, ich bin ertrunken. Wenn du mit der Haimütze schwimmen könntest. Das wäre cool. Oh! Ein Gleiter! Ja! Wettmann kann irgendwann auf den Mond dann... Willst du zweit gleiten? Was machst du denn da? Nee, es ist leider ein Einser. Na, dann viel Spaß. Was machst du denn da, Piara? Ich brauche meine eigene Rakete. Es ist leider ein Solo-Gleiter. Das bin ich sehen. Okay. Boah, wie geil das ist. Oh ja, die anderen haben das noch nicht gesehen. Warte. Hier ist noch ein Team-Helikopter. Oh mein Gott. Erzähl mir. Warte. Flieg mal noch nicht los. Flieg mal noch nicht los. Ja. Ich hab dir was mitgebracht. Ich hab dir was mitgebracht. Guck mal. Ich hab euch was mitgebracht. Jeet. Jeet. Aha. Was fliegt der? Da fliegt der jetzt Heli hier? Heli. Komm, komm. Lumi. Ich komm mit. Fliegen wir alle im selben? Wir fliegen mit dem großen Gang hier. Der große Gang hier. Der große Gang hier. Okay, lass Bart fliegen. Moment. Ich will... Kann ich kurz auch ein Andenken mit ihm? Warte, Lumi muss erst... Lumi muss erst... Ja, ja. Ich bin ja noch nicht da. Okay. Hab'n Andenken dabei. Ne, das will ich echt gar nicht. Oh! Ich war's nicht. Ich will wieder sagen schon. Ich hab beim ersten Mal einen Fehler gemacht. Beim zweiten Mal mach' ich den Fehler nicht mehr. Passt das überhaupt? Ja. Los geht's. Yeah. Let's go. Kann mich jemand berühren, damit ich nicht runterfalle? Nein, ich will ihn ins Feuer werfen. Lumi will einfach einen Antrag machen. Ich weiß nicht, ob ich früher fliegen kann als das. Ich weiß nicht, ob ich früher fliegen kann als das. Bestimmt. Ähm. Ich bin jetzt wieder ausgenackt. Geh vorsichtig, Bart. Ganz vorsichtig. Ganz. Sei bloß vorsichtig. Oh guck mal, da sind ganz viele kleine Flugzeuge vor uns. Vorsichtig. Sei bloß vorsichtig, Bart, Bart. Sei bloß vorsichtig. Da sind Flugzeuge. Guck mal, da sind Flugzeuge. Seine kleinen Ton. Ich spring' raus. Ciao. Au. Oh Gott. Ich fall' vom Berg runter. Nein. Ähm. Oh nein. Keine Sorge, ich nehm' neuen Heli. Ich nehm' neuen Heli. Ich nehm' neuen Heli und ich hol' euch ab. Ich äh. Ich werde diesen Fehler aus der Welt schaffen. Wie fliegt man das Ding? Ach ja. Meine Schuld begleichen. Wo bin ich? Oh nein. Hier ist ein Eishockeyfeld. Oh nein. Oh nein. Oh. Dieses Game hat sogar Snowphysics. Wenn du durch Schnee läufst hinterlässt du Abdrücke. Scheiße. Das stimmt. Das ist voll krass. Das Game macht mich so fertig. Wo ist ein Eishockeyfeld? Wo kann ich euch abholen? Ich weiß gar nicht wie alle aussieht. Ich bin Clown. Chiara ist äh. Lumi ist ein Hai. Mann. Seitdem du die Chiara Frisur hattest, Lumi. Mann. Ich bin da. Ich hab' euch abgeholt. Offiziell. Ich muss mir ganz kurz was zu essen und bestellen. Ich hab' übel Kohldampf. Also bestellen wir doch alle ne Pizza. Wiggle, 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 wiggle. Ich bestell mir keine Pizza, aber ich bestell mir was anderes. Okay, okay. Ähm. Will jemand einsteigen oder nicht? Äh, ja. Schwierig. Wo bist du denn? Ich seh' dich gar nicht. Ich bin dieser große blaue Helikopter direkt hinter dir. Hä? Oh. Ach so. Hey, irgendwie hab' ich voll die Probleme momentan zu hören. Das wackelt so hart. Wo was ist. Das hab' ich auch bei Last of Us richtig schlimm. Ich hör' so Schritte und ich denk' die sind irgendwie rechts von mir und dann sind die eigentlich hinter mir und keine Ahnung. Ey, solange du überhaupt noch hören kannst, ist alles gut. Ich denk' auch. Was mach' ich hier gerade denn? Ich will fliegen, aber ich krieg's nicht hin. Ich will fliegen. Oh mein Gott. Kann man hier WOC fahren? Soll ich dich abholen? Ist da hier die WOC-WM? Hier ist die WOC-WM. True. Die WOC-WM! Also ich bin leider K.O. halt auf der Piste. Deswegen rutsch' ich gerade runter und kann nichts machen. Ich hol' dich am Ende ab. Okay, dankeschön. Oh Gott. Hallo, wir berichten hier live von der WOC-WM. Gerade auf der Bahn Elton fährt mal wieder. Wer ist klassisch? Welten, das ist doch Welten entfernt. Wieland Welten. Steigen sie ein, steigen sie ein. Noch mal dabei sein, noch mal frei sein. Ich hab'n ganz besonderes Ziel für uns. Ja. Ihr werdet das vielleicht schon sehen, tatsächlich. Oh, meinst du das nukleare Nuklear-Center? Vielleicht. Oh, rein ins Loch. Yes. Das... Das ist äh... Aber was ist, wenn wir danach für immer... Ja. ...deformiert werden oder so? Nee, das passt schon. Das wär' heftig. Vorsichtig. Wir müssen gleich aussteigen, oder? Vorsichtig. Oh, nee, du kommst direkt... Oh, geil. Geht's noch tiefer? Oh mein Gott. Was passiert hier eigentlich gerade? Ich bin gerade erst wieder ins Game reingegangen. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hä? LOL! Das Monster! Das Monster! Das ist einfach Hidden Area. Das ist ein Monster. Hey, krass. Oh mein Gott. Ich denke auch aus. Ja, wie ich das geschafft habe, ne? Muss man einfach mal ganz ehrlich... Du Bart, du bist ein Macher. Ja, richtig gut gemacht. Ich hab' keine Ahnung, wo wir sind, aber... Ist ein Fernseher? Vor allem, es war ja... Es gibt ja nur ein Loch, wie du hier reinkommst. Und wir haben genau das Richtige genommen. Äh... Was? Ja. Ey, du hast zwei Türme oben und nur in dem gehst du durch. Ich hab' den Fernseher angemacht. Das ist bestimmt Story. Das ist Story. Guck mal. Lies vor. Wir, wir, wir kennen ja die Wunderful Wobbly Quiz. Oh, wir müssen die Quiz schon noch machen. Wir wollen die Wunderful Lobby Quiz. Können wir's mit den fressen lassen? Blablabla. 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 Das sieht so cool aus. Das ist dieses Gelb, Alter. Kann jemand mal an das Grüne hier springen? Ah! Oh! Nicht ich, nicht ich! Oh mein Gott. Hey, ich bin in der... Lol. Springt da mal rein. Springt da mal rein. Ja. Kriegst ein Hidden Castle. Oh mein Gott. Springt da mal rein. Hey, wir sind zu... Ja. Wir sind im Atomkraftwerk, oder? What the fuck? Ja. Aber ich will jetzt zu der Quizshow. Ich fahr uns da jetzt hin. Okay. Ja, warum sind wir eigentlich nicht geflogen? Oder ist unser Handy kaputt gegangen? Ne, gar nicht. Aber wir sind gleich durchgeschlagen. Haben wir da hinten draufbart? Ich weiß es nicht. Ey, pass auf! Pass auf! Wo ist die Quizshow? Hey, wo sind wir denn gerade? Ähm, im Atomkraftwerk. Wollen wir nicht erstmal hier den Job machen? Nein, wir machen die TV-Quizshow. Oh, na gut. Franzi ist noch nicht... Ey! Okay, festhalten. Halt dich an mir fest, wenn das Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Loll, der fährt mit einem kaputten Taxi. Kann dich verstehen? In K.O. Was? Wir haben fast keinen Boden mehr. Ja, das ist ja nicht so wichtig. Dicker! Dicker! Das Auto! Ah, sorry! Ich werde überfahren! Ich muss hinten rein. Ja. Irgendjemand fehlt dir noch? Jep! Ich bin da! Super! Ja, hat gefehlt. Ähm. Alles gut. Ich habe aber auch so ein bisschen aggressiv Hunger gerade, ne? Ist es richtig blöd gerade. Oh Gott! Hilfe! Wo ist Franzi hin? Ich bin ein bisschen verloren. Ich merke richtig, wie ich so richtig aggressive Hunger habe. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich erst Haribos gegessen habe. Warte, ich hoffe, du magst Füße. Bist du wieder drin? Bist du, bist du wieder drin? Warte. Ich bin, ich bin dabei, sag ich mal. Ich könnte mir auch Essen im Airfryer schnell machen. Okay, perfekt. Okay, wartet auf mich! Ich habe in diesem pinken Haus, oder? Ich bin einfach ans Ende. Du bist um die halbe Welt geflogen, what the fuck. Kommen sie, kommen sie, kommen sie. Ich dachte, ich kriege hier vielleicht irgendwie auch noch ein Fahrzeug. Wir holen nicht ab. Ey, guckt euch mal an, wie, wie groß, guckt euch mal an, wie groß, wie groß diese Welt ist. Okay. Du hast recht, Lena, aber ich habe festgestellt, ich dachte, ich bin die letzten Tage richtig eskaliert. Okay, let's go. Aber ich muss es, ich habe mir zwar Scheiße bestellt, aber ich habe nicht so viel gegessen. Wir sind da. Ich habe 88 Kilo auf der Waage gehabt heute, was halt weniger ist. Zweite Etage ist das Wonderful Wobbly Chris, aber der erste ist der Greenscreen. Wieso ist das Haushalt so anstrengend? Delilah geht mir genauso. Also ich wünschte, bei mir würde der Haushalt einfach gemacht werden. Dann gerade wie bei Tarzan, der Bösewicht, der dann so sagt, Gorilla. Daran muss ich denken. Genau darum muss ich denken. Gorilla. Deswegen habe ich das gemacht. So. Das gleiche wieder Typ hieß. Aber. Bestimmt. Peter. Clayton. Clayton. Ja, stimmt. Als der stirbt, sieht man, wie der einfach so aufgehangen wird. Kannst du dich auch gerade kurz? Das riecht krass. Wirklich? Wofür war es? Du bist ein Fisch oder nicht? Spawn, Spawn, Schwamm, Kopf. Oh, Alter. Oh mein Kopf. Kann einer mal kurz Greenscreen anmachen, wenn wir das in der Post wechseln? Ah, ich bin Steven Spielberg. Okay, geht mal hin und macht was und ich wechsle das in der Post aus. Oh mein Gott, das ist ganz unangenehm. Kiara, geh da mal rein. Übel. Ich habe einen Anker gekauft. Ich spiele Titanic nach. Ja, spielt mal Titanic jetzt. Moment, da muss ich einfach springen, damit du mich weiter... Lumi, können wir beide Titanic singen dabei? Machen wir die Musik. Ja, perfekt. Nee, es war perfekt. Na, 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 na. Aber warum ist hier, Hallo? Aber warum ist das hier keine Szene? Nein, das machen wir in der Post. Wenn ich sie hoch, ich sehe es nicht. Alter, ja, na, na. Na, na na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na na. Na, na, na. Ja, perfekt. Ach ja. Wherever you are Ich krieg ganz aggressiv Kopfschmerzen davon Also wirklich Okay Das war sehr gut Oh wir können Oh wir spielen Django und Shane nach Im Weltall Das sind aber glaube ich Sachen, die man nicht sagen darf Wie heißt der Professor noch? Wie heißt der Professor noch? Ja Chiara spielt den Wagen Professor Schulz oder so Ich hab den Wagen geflippt Das war doch ein Doktor Den Wagen geflippt Okay, warte, ich halte den fest Okay Ja Bist du drin? Ja, bringen sie mich ins nächste Salon Warte, ich spiel das Pferd Wie hieß das Pferd von dem Typen? Keine Ahnung Die alte Betty So, ich hab mir jetzt erstmal Halloumi Pommes In den Airfryer gepackt Wir sollten vielleicht doch einfach die TV Quiz Show machen Da brauch ich nicht teuer Essen bestellen Du musst auf die Knöpfe drücken Ich bin zu dumm dafür Hier ist noch ein Fahrstuhl Hey, wir werden fest an Warte, warte Warte, wir sind ja alle schon weg Oh Mann Nee, wir warten am Fahrstuhl auf euch Achso, weil da zieh ich mir aber noch was anderes an Ich dachte, wir machen ein Western-Duell Ich zieh mir jetzt auch was an Wo kann man sich was anderes anziehen? In den Schrank? Oh mein Gott Geht weg, ich will da auch an Ich nehm Blumen mit Blumen? Ich sammle direkt Pluspunkte beim Publikum Ich will doch nur cool aussehen Ich will doch nur spielen Uh, uh, yeah, yeah, yeah Ich tu doch nichts Ich tu doch nichts Okay, Likes Ja, guck, hab ich von meinen Fans bekommen Einen Preis gewonnen Ich bewerbe mich heute für die Rolle von Hulk Jemand muss den Knopf drücken Meine Hände sind voll Was hast du denn da für ein Zeug am Körper, Bart? Wir müssen nach oben, ja Ich hab in dem Weltraum Porn mitgespielt Mit Johnny Sims Musst du noch auf Tim warten? Ja, warte, warte Okay Oder wir fahren einfach ohne Tim Mann Wo seid ihr denn? Unten? Äh, im Fahrstuhl Im Fahrstuhl Warten, noch nicht reingehen In diese buntleuchtende Tür Wir müssen Tim einmal holen Warte Ich hole ihn ab So, komm mal Ja, hallo, hallo Was ist das denn? Bitte drücken sie Ja, ja, ich hab gedrückt Perfekt So, und jetzt rein da in die Quizshow Was ist hier? Quizshow Roomroom? Ah Okay So, wir machen jetzt alle vier in die Quizshow Seid ihr ready? Ja Okay Müssen wir alle annehmen Oder nimmst du für uns alle an? Wenn wir alle hier stehen Ich glaube, wenn wir nah beieinander sein Und dann passt das schon Hey, do you want to be the next contestant In our Quizshow? Ja Test your wobbly knowledge Answer all five questions correctly And become the new Quizmaster Oh, oh Welcome folks to another episode of Quizshow Oh, da ist mein Bruder Hä, dein Bruder Sieht voll komisch aus Oh, wir kriegen Tomaten Mit Tomaten Ich hasse Tomaten Ich hab Wahnsinn, geil Okay What color is the Spirals light at the swimming pool? Was? Ah, das ist nicht blau? Ich glaube, es war grün Es war grün Okay, wenn ihr sagt, dann A Wahrscheinlich ist es bei allen falsch Ja Nice Nice Wie viele Punkte brauchen wir? Let's see how they do with this question Dann wird es immer gut Oh, die fliegen bestimmt Nee, die fliegen Es kann doch einfach jeder von uns eine andere Antwort nehmen, oder nicht? Ja, ich glaube, die fliegen wir Okay, ich vertraue einfach Tim Ich hab Pupsen genommen Oh, wir stimmen für das ab, was die meisten Leute brauchen Siehst du? Sag ich doch, die fliegen Well done You are right Ich hab nur geraten, aber ich hab richtig geraten Aber du hast doch voll viel Content davon schon geguckt, oder? Ja, das stimmt Eigentlich hab ich gecheatet Cheater Next question Aber ich wollte nur für euch cheaten, Mann Damit wir gewinnen Ei, ei, ei What is the name of this TV-Studio? Oh, scheiße Wobbly Network, Wobbly Video, Wobbly TV We are Wobbly Media Scheiße Also ich würde eigentlich nur auf Media sagen Ich hätte Network gesagt Ich hätte auch Network gesagt Lass Network gehen Aber ist es nicht geil, wenn wir uns aufteilen? Auf Media Nee, es wird immer das geben, wo die meisten Leute zustimmen I'm afraid that's not the right answer Und was war's? It looks like these Wobblys won't be winners today What? Better luck next time Okay, wir müssen es nochmal machen Katastrophe Lass mal kurz gucken, wo wir überhaupt gerade sind und wie das heißt Richtig Damit wir das das nächste Mal wissen Ey, warum bin ich so stark? Ich kann mich nicht bewegen Ich helf dir Wobbly TV hieß es Ah Ich glaube, weil ich vorhin im Gespräch mit dem Typen war, als wir reingegangen sind Jetzt bin ich irgendwie so Nee, ich kann aber nichts mehr machen Scheiße Oh nein, Franzi hält sich fest an der Wand Geht's dir nicht gut Oh Mann Ich bring dich rein Wir machen alles Scheiße Wir starten einfach direkt nochmal Quiz Okay Ein Quiz, ein Quiz noch Ein Quiz, ein Quiz Die sieht so aus, dass ich mit dem Leben irgendwie gar nicht mehr zufrieden bin Ja, ich hab's Ich geb auch Wir sind alle da, glaub ich, Bart Ich verriege dich dann mit meinem Leben Ja Total Der mit der Brille und dem Bart sieht ja lustig aus Ihr müsst mich jetzt einfach nur noch mitschneppen, Leute, es geht nicht anders Aber siehst du das Quiz jetzt, Franzi? Ja, ja, ich hab das Quiz Okay Franzi, ist doch eine Mülltonne einfach Guckt euch das an Oh, wir können einen Heli gewinnen Das ist ja besser als den Tomaten Oh mein Gott, einen Heli Waren's vorhin Tomaten? Ja, fünf Stück oder so Oh Gott Oh, what's the pet snail's favorite thing? Hiding in their shell? Breakdancing, snail trails, sunbathing Breakdancing Ich hätt auch Breakdancing gesagt Ja Wie, wie Breakdancing? Sicher? Ja Als ob du's weißt, hä? Geil Let's go You have chosen wisely Okay, next Musik ist ja krass Chat, ihr müsst mitraten Ihr müsst aber ganz schnell sein Weil man hat nicht viel Zeit Impressive Ja, mal gucken Also ich würde halt immer auf Tim vertrauen What does Wobby Island do with that toxic waste? Wie den Tor Monster Ja, ich glaub auch Haben wir ja gesehen Oder Buried Underground Aber ich glaube Monster Nee, nee, wir haben das Monster gesehen Das hatte das auch in der Hand Ja, let's go Yeah Oh, wie geil das ist So, macht man das nicht im echten Leben? Ja, ist voll dumm, ne? Dass man das nicht macht Maybe this team C war richtig Is good enough to win the prize Wow, next question Wie ist das? Wie ist das? Nee So moderier ich immer Where can you find the Wobbly Island Airport City, Farm, Village, Mountain Mountain Da waren wir vorhin Meinst du, das war der Airport? Ja, ja, das war der Airport Es gibt sonst keinen Ich hab extra auf der Map geguckt Nice Stark, Bart Wir arbeiten einfach zusammen Dieses Team ist so gut Beste Team Unschlagbar Unschlagbar Wie einfach Das ist auf dem Punkt, dass wir eben geschlagen worden sind Okay Let's try another question Ich bin so gespannt, welche Frage jetzt kommt Ich bin so gespannt Wobbly Mall What is the name of the clothing shop? Ähm Wobbly Apparel, oder? Ja, hätte ich auch gesagt Ich glaube, das sah aus wie ein Zeichenshop Bam, 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 bam Ja, das ist richtig Nein Scheiße Scheiße Warum lesen wir den Namen nicht? Ach, Mann Warum sollte man die Namen nehmen? Leute, wir müssen das nochmal machen Ich will gewinnen Ja Okay, ein letztes Mal Ein allerallerletztes Mal Yes, yes, yes Und dann Rage Critic Kann ich mich wieder bewegen? Nee, immer noch nicht Oh, ich nehm dich mit Ich kann mal gucken, ob ich neu connecten kann Nee, wir machen jetzt noch einmal das Quiz Okay Einmal noch Na gut Wenn wir das jetzt nicht schaffen Dann ist die Karriere beendet Dann mach ich es lieber aus Mann, ich würde jetzt am liebsten mit euch was essen gehen Ich auch Okay Wir ziehen doch einfach mal alle nach Hamburg Nee Berlin, Kiara Aber Berlin hat keine Wohnung Ja, aber Ich hab ne Wohnung Richtig Guck mal, Bart hat eine Ja, toll, spann doch What side on the road do you probably strive on left? Ja Richtig? Ja, ja Ja, muss ja Also wir nicht Hey, gibt's überhaupt ne Seite? Achso, okay Ja Ja, stimmt Der Gegenverkehr kam immer von rechts Und die, ähm Sie sitzen ja auch Das Lenkrad ist auch rechts Yes Ihr habt gut aufgepasst, sehr aufmerksam Ja, 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 ja Alles was wir gesehen haben Daran kann ich mich erinnern Aber halt Den Rest kann ich ja gar nicht wissen What color is your granny's dress? Purple, oder? Die uns weggeworfen hat Sicher? Ich dachte blau Aber ich bin immer blau Ja Ja Well done Ja, zwei hatten wir bisher immer, ne Drei war, glaub ich, unser Rekord Ja, wir müssen vier schaffen jetzt Hey, gibt's denn ein Spiel, wo wir nur ein Quiz machen als Team? Das wär viel geiler Das wär richtig geil Ey, wir können mal Wer wird Millionär spielen? Zu viert Das wär richtig geil Die Fragen hätt ich halt gerne Let's go Oh, was der beste Job hat Jetzt ob das irgendjemand weiß Pizza Pizza, oder? Nee, Pizza Ja, obwohl das hat schon gut Geld gegeben Die Miene gibt doch bestimmt mehr Ich mach A Ich mach auch A Aber das ist voll subjektiv Wie bewertet er denn Genau Weil das hätte ja gar keinen Sinn ergeben Hätten sie nach Geld gegangen Weil wie bewertet man dann Was der beste Job ist, so, hä? Ja, ich würde am meisten Gekriegte, das hätte ich auch gedacht Aber gut, dass hier Pizza geht Oh ja, wer weiß denn sowas Wär auch so lustig Ja Nächste Frage Chiara, lass mal nochmal brainstormen What food do wobbly aliens enjoy the most? Oh, keine Ahnung Sandwiches, maybe? Ich hätte Jelly einfach gesagt Keine Ahnung, warum Also Jelly ist das, was am meisten raussticht, ne? Ja, Jelly Irgendwie gab's auch ein Jelly-T-Shirt oder so Wow Ich meine, wir sehen auch aus wie Aliens Bitte sagen wir Nein Ist ja alles gewesen, oder? Sandwiches Ach man Ach man Noch einmal Einmal noch Okay, allerletztes Mal Dann Ragequitt Ich hab' er hier Aber dann Allerletztes Mal Aber jetzt Einmal noch Eine letzte Runde Das Ich call letzte Runde Später Moment Ich bring Franzi mit Ich bin Stark Ich bin Stark Wartet, wartet Hilfe, kann mir einer helfen? Ich nehm dich auch mit Achso Okay Ey, ihr seid im Raum Ich glaube, das reicht Okay, sehr gut Das ist so witzig Wenn man Franzi einfach mitzieht Man, ich hab Leon gesagt Wir spielen 20-30 Ey, ich fühl mich auch gerade so Ich hab übel Hunger Ich würde voll gern was machen Aber ich würde auch das Quiz nicht verpassen Werdet ihr eigentlich hangry? Ist es letzte Runde? Ich bin grad richtig hangry Ich werd nie hangry Ich werd leider hangry Früher wurde ich nie hangry Aber irgendwann werd ich hangry Bei mir ist so das Ding Ich hab dann keinen Bock mehr zu reden eigentlich Ich muss mich grad richtig zum Reden zwingen Same Ich hab gerade richtig Kopfschmerzen eher Oh, na toll Die erste Frage kann ich schon nicht beantworten What? Ich geh einfach mit Du hast bestimmt auf der Map geguckt, oder? Was ist das? Wo bist du ein 3 oder 4? Was ist eine Bahn? Eine Scheune Eine Scheune Ey, das ist einfach Zwei von uns nehmen A Zwei von uns nehmen C Nehmen A Oh Oh Perfekt Gut Wird ich die Einzige? Na toll Wenn die uns halt wenigstens dann die richtige Antwort sagen würden Ja Aber ihr zählt doch nicht Das war ja nur eine Frage Okay, letzte Runde Ja Leon, das ist jetzt wirklich die letzte Runde Danach Rage kürte ich Warum hast du eigentlich so lange nicht mehr gestreamt? Hä? Ich hab's gestreamt War doch gestern auch live Ich hab grad knurrt Knurrt? Das war Franz hier Ähm Ha 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 Er versucht zu skippen Und zu spammen Was funktioniert nicht Das ist jetzt wirklich letzte Runde This quiz is wonderful In Wobbly Our News Contestants Grandi to show aus der Brainpower Mmh Kannst das skip Oh, ein Fernseher Ich liebe Fernseher Also ich hab nicht mal einen Fernseher Deswegen wär das cool irgendwie Let's not keep the audience waiting on to question one Okay Kann man eigentlich speichern? Fly into the air Fly into the air Hab ich doch gesagt Nice Da liegen meine Rosen rum Okay, wir können nur mit Glück haben Nur Fragen kriegen, die wir schon mal hatten Oh, das wär geil Oh Kann man jemand mal in die Augen spucken? Ich kann nicht blinzeln Ja, ich spuck dir in die Augen What's the name? TV 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 Sicher? Ja, ja Hab mal nachgeschaut Okay, nice Geil Falsch Okay, nächste Frage Nächste Frage Nächste Frage, ja Bitte nicht die Alienfrage Das mit den Monstern Das mit dem Monster und dem Nuklear Waste Genau Das ist so witzig Einfach eine Küche Bei der du sagen kannst Ich hätte jetzt gerne die Frage Ja Nein Der war grün Der war grün Ja, ja Der war grün Ja, ich wurde schon mehrmals davon überfallen Die hat mich direkt davor gehalten Das ist ja geil Ich erinnere mich sehr gut You have chosen wisely Well, well, well Schön Stimmt, nur noch zwei Wie können das? Jetzt kommt die Nuklearfrage Ich will seinen Hut haben Das kriegen wir wahrscheinlich Wenn wir gewinnen Airport Mountain D Ja, sehr schön Mountain Dew Mountain Dew Wir sind jetzt schon besser Als letztes Mal Ja, nur noch eine Frage, Leute Eine noch Ich google ganz schnell Wenn ich das nicht schaffe Lena, sonst super gerne In die Community Discord Da werden die Streams Immer angepostet Mit so einem Ding Aber wir haben ja kein Zuhause Wo sollen wir denn den Fernseher hinstellen? Das habe ich mich auch gerade gefragt Bei Bart Bart hat eine Wohnung Hat er erst gesagt What's the monster's name? Scheiße Bob wahrscheinlich Ich hätte Louis gesagt Aber ich weiß es nicht Ich hätte nur geraten Was ist mit His name is Jeff? Jeff hätte ich auch gesagt Okay Nein, es ist Guilui Okay Geh rauf Aha Okay, okay Guilui Es ist safe, Guilui Was? I don't believe it Ja We do have a winner Ja, 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 ja Juhu You have won tonight's grand prize Join us next time What a wonderful public trade Yeah 30 Dollar Wir haben alle in den Fernseher 30 Dollar Unbelohnt Ich nehme das für Lumi auch mit Sicherheitshalber Wie kann man hier speichern? Ich nehme auch das wirklich mit Warte mal, ich muss mal respawn Ah, okay, jetzt Wo bin ich? Tim, kannst du die Fernseher mitnehmen? Schnell runter Ich bin am Arsch der Leute Achso, ich drücke die ganze Zeit auf hoch Warte Aha Ich hab das Geld erfolgreich geklaut Ähm Ich mein Ich hab's gesichert Ja, Guilui Ich würde jetzt mal sagen Wir machen safe and exit Warte, ich würde das Geld noch abgeben Achso Kannst du mal auf den Knopf drücken? Warte, warte Hey, Bart, hast du mein Geld dabei? Ich hab dein Geld dabei Ehre Hab gedrückt? Alter, wie du da voll beflaggt bist Man braucht mir jetzt den Schnitt nehmen, oder was? Ach, scheiß drauf Hatte man hier Irgendwo? Irgendwo kann man's abgeben Ja, dann nimm doch deinen Sack wieder Aber jetzt auf die Knöpfe drücken Ja, danke schön Gerne Okay Okay Ist hier in der Nähe die Mall? Passt auf Das weiß ich nicht Wollen wir das? Wollen wir Ach, scheiße Warte mal Ist hier nicht irgendwo die Mall? Wir müssen zum anderen Aufzug Oh nein Habt ihr Freitag schon was vor? Ja, ich bin nicht da Okay Nächste Woche ist Lumi nicht da Scheiße Ich weiß auch nicht, wie's nächste Woche aussieht mit Streams Ich kann auf jeden Fall noch nix planen Tag Oh, das ist Krankenhaus Oh, scheiße Spontan Streetwear Urban Style Habt ihr morgen schon was vor? Morgen hab ich schon was vor Ja, ich auch Scheiße, dann spielen wir das ja erst in zwei Wochen wieder Ey, ich heule Ja, ist doch okay Dann gibt's neuen Content bis dahin Richtig, richtig Ah, hier gibt's auch die Krone Okay Hier? Danke, Chiara Ich bin sehr dankbar Aber das ist eine andere Krone Das kann ich die, die ich wollte Scheiße Aber hier gibt's ja so viele Outfits Ich kann sogar ein Gangster roleplayen Ah, hier ist direkt ein AGM Vampir Lord Ey Ich bin reich Oh mein Gott, man kann einen Krankenwagenjob machen? Ja, Bart und ich haben den schon gefehlt Ähm Ich habe nun ein neues Outfit Seht und staunet Du siehst aus wie ein Chicken Wing I'm now a cock Wär's nicht smarter, wenn erstmal alle anderen gehen und dann Tim die Lobby fließt? Ja, genau Die Frage ist nämlich, ob Aber ich werde erstmal Bart's Bart's Cock sehen Outfit sehen Du hast es gerade Cock genannt Was soll ich denn sonst sagen? It me Wer hat gesagt, dass er ein Cock ist Nicht, dass er uns seinen Cock zeigen will Ja, stimmt Oh, das sieht voll süß aus Ja, dass man sich selber nicht angucken kann Hä, kannst du doch Nee Ich kann mich selber von vorne nicht sehen Ja, du kannst doch einfach die Kamera drehen Katastrophe Nee, weil die dreht sich immer in die Blickrichtung bei mir Aber wenn du auf einem Dingsbums bist Auf einem In einem Auto Katastrophe Oh, das ist wirklich süß Man kann Polizei, ein Polizist sein Ich bin gerade im Kino und sehe das alles Ja Können wir im Kino einen Film gucken? Ja Ich schaue gerade ein Let's Play Oha Taxi Driver Oh, der Film ist zu Ende Oh Nee, der nächste Film beginnt Ich hoffe, es ist ein Film über Hühner Ich habe extra mein Lieblings-Cosplay angezogen Ich war es nicht voll weg geschafft, Franzi Oh, sorry Das ist mein Lieblingsfilm Der ist von Guy Ritchie Okay Oh, Feuerwehr Macht ihr jetzt Safe and Exit oder soll ich Safe and Exit machen? Achso Ich warte noch kurz Ich mach Wir gucken den Film noch ganz kurz, warte Chiara ist left Safe and Exit Safe and Exit Ich mache auch Safe and Exit Safe and Exit Und jetzt mache ich Safe and Exit 5 Achievements bekommen Aber das Das war Unerwartet sehr, sehr richtig nice Und kein Haustier kaufen Ich habe dezente Kopfschmerzen Ja, so ein bisschen I feel you Ja, mega Aber ich habe auch derbe Hunger irgendwie Ja, ich habe auch Hunger Macht überhaupt noch irgendwer weiter? Oder geht jetzt ihr was essen? Ich spiele jetzt Valorant ganz viel Deswegen Ich war nur für euch angefangen Warte mal später Ich mache extra die Pause Ja, wir machen Das ist echt gerade nicht so gut Wir machen Rankt Welchen Rank hast du? Wenn du noch wem brauchst Ich glaube, ich bin Gold Ich weiß nicht, ob das too much ist Leon, wollen wir mit Bart spielen? Der ist Gold Naja, ich wünsche euch noch viel Spaß, Leute Ja, bye bye Danke schön Bye bye Danke für die Einladung Gerne, bye bye Tschüss Tschüss Können wir machen, denke ich Sollte gehen Supi, dupi, wupi, schmucki Okay, wie machen wir das jetzt? Warte, ich rufe dich per Discord an, okay? Ey, call me maybe I call you Ähm Okay, dann spüren wir mit Bart und Leon So Tadam Hast du mich jetzt einmal einzeln? Hallo Nach nochmal in der Gruppe Äh, achso Hi Ich dachte, man muss immer erst einen anrufen und dann jemanden hinzufügen Du kannst einfach Easy Mehrere Leute anrufen Achso Ich mache das so selten Das ist vollkommen okay Leon, das ist Bart Bart, das ist Leon Hallo Ähm, so Ich logge mich erstmal ein Ich muss dann auch ganz kurz pipi Ich habe die ganze Zeit meinen Pipi gehalten Ähm Dann schreibe ich mal in den Titel Valorant mit Bart und Leon Ziel Diamant Heute noch Richtig Ah, ja Ich habe übrigens gesehen, Bart, du machst immer Ich stalk manchmal so von Von meinen Leuten in der In der Friendlist So deren Ähm Magistry Und ich habe gesehen, du machst Du machst irgendwie die ganze Zeit so 30 Kills und so Ja, aber das ist nur, weil wir Fünfergames spielen Ah, okay Und die anderen sind halt alle so silber oder so Da bin ich dann halt ein bisschen weiter vorne Ja, ja Das ist kein Smurfen, das ist ja mein Main-Account Das war richtig nice heute Das müssen wir nochmal machen Schade, dass wir es jetzt erst in zwei Wochen wieder spielen Das war manchmal ein bisschen weird Das war so cool Habe ich nur erwartet Ich habe ja eines diesen Hat gern länger gespielt Aber ich war mit Leon zu Valorant eigentlich schon vor einer halben Stunde verabredet Ne, 2030 Tim Horus Da ist er Platin 1 bist du Ja Legende Mhm Krass Deswegen, das wird jetzt auf jeden Fall Das wird, ähm Load me in Geil Okay, ich gehe kurz pipi, ja Ja, ja Ganz entspannt Ich fühle mich ja nochmal so lange Jetzt gleich Schön mayo Oh Gott, oh Gott Das klang gerade irgendwie nicht geil Ups So Okay, ich bin kurz pipi Ich bin kurz Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, 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 mein Kopfhörer ist in die Mario gefallen. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Scheiße. Och nein. Ich glaube das nicht. So was ist mir noch nie passiert. Scheiße. Katastrophe. Katastrophe. Oh mein Gott, er ist kaputt. Er ist wirklich kaputt. Er ist kaputt. Er ist kaputt. Okay, wir sehen uns gleich wieder zu einer neuen... Scheiße. Vielleicht kann jemand Bart kurz Bescheid sagen, dass meine Kopfhörer in Mario gefallen sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich... Mir sind Kopfhörer in Mario gefallen. Ey, das kannst du keinem erzählen. Du kannst doch keinem erzählen. Ach ja, meine Kopfhörer sind kaputt. Weil, äh, die sind in Mario gefallen. Ich bin hier am Limit, Leute. Okay. Pass auf. Ich habe neue. Das sind die alten. Die sind kaputt jetzt. Mir ist was richtig Schlimmes passiert. Junge, was machst du eigentlich dem? Hast du das gesehen? Ja. Dicker. Of course. Wir sind einfach Kopfhörer in die Mario gefallen. Nein. Ach, großartig. Ey, sowas ist mir legit noch nie passiert. Ich bin auch immer so die Regel gewesen. So andere Streamer lassen ständig ein Getränk umfallen. So Maluna ist schon Standard. Der Teppich und so. Mhm. Ähm. Und ich war immer so proud, dass mir sowas nie passiert. So. Ich denke, wie kann sowas passieren? Und jetzt fallen meine Kopfhörer in Mario und die gehen danach nicht mehr. Ich glaub das nicht. Pain. Ich weiß auch nicht, ob man die noch irgendwie retten kann jetzt. Nee, die sind weg. Ey, let's go, Tim. Was ist mit deinen Kopfhörern? Hallo. Alter, mir sind meine Kopfhörer in Mario gefallen. Ja, aber das war doch nicht viel in Mario, oder? Und die sind jetzt kaputt. Wie? Die sind kaputt? Komplett kaputt? Ja. Ich habe jetzt neue genommen. Aber was, also, wie viel Mario hattest du denn? War das so ein Bottich mit Mario und die sind da drin versunken? Die waren komplett drin. Ich habe ja so In-Ear-Kopfhörer. Ah. Hm. Alter. Einfach Mario. Das habe ich auch noch nie gehört. Vor allem. Ich habe gesehen, dass Leute mal Dinge irgendwo runterfallen, ne. Mal auch irgendwie ins Essen oder so. Aber in Mario und dass die dann kaputt sind. Ich bin ja auch immer so gewesen, dass ich gesagt habe, ja. Ne, so wie kann das so Leuten wie Maluna passieren, dass die ständig auf ihrem Teppich Kaffee verdingsen und so. Und mir kann sowas ja gar nicht passieren. Und jetzt, Alter, haue ich mir einfach Kopfhörer in Mario. Ich würde gerne erst mal ein Deathmatch spielen. Mhm. Ja, dann mach, aber ganz schnell. Das wird jetzt auch ein Kontrastprogramm hierzu. Der ADHS-Lobby hinzu. Schwitzig Valorant jetzt hoffentlich. Ja, ich werde mein Bestes geben. Wenn ich merke, dass ich es geben muss, werde ich es geben. Gib ihm. Baby, gib ihm, gib ihm. Ich habe nicht so ein Lied von, wer war das? Bad Moms J oder so? Shirin. Shirin David. Oder es war Shirin. Ja, stimmt, 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 stimmt. Auch, äh, wild. Ja. Ich bin Killjoy, sehr gut. That's the German Efficiency. Efficiency. Was spielst du eigentlich? Oder spielst du beide eigentlich immer für Operator? Ähm, ich bin Omen-Main. Okay. Und ich spiel viel Cypher tatsächlich. Aber ansonsten. Bate Cypher-Main, das ist das Ding. Die müssen nicht schlimm, nenne ich. Ich spiel inzwischen sehr viel, ähm, sehr viel Harbor. Ah, nice. Harbor ist cool. Yes. Weil wir haben dann auch Initiator, Stoker, Sentinel, das ist schon mal ganz gut. Ist geil. Wenn die Randoms einfach beide Nullis spielen und dann passen. Alter. Ich fühl mich so frei, Leon. Du kannst es dir nicht vorstellen. Neue Maus, oder was? Ich hab jetzt ne kabellose Maus. Oh. Ja. Ich hab ne kabellose Maus, das fühlt sich so geil an gerade. Ich kann so swingen, ohne dass ich ein Kabel rücksichtigen muss. Ähm, Leonie, vielen Dank für den gifted Zap. Liebe geht raus. Ich hab nicht so da, wo er sein sollte. Zwei sogar. Einen an Helene und ein, ähm... Also die haben die Kopfhörer jetzt geschmeckt mit Mario? Ähm, Mini. War lecker. Ja, ich hab die halt so sauber gemacht. Dann hab ich da Desinfektionsmittel raufgesprüht. Und, äh, das nochmal sauber gemacht. Und dann waren die kaputt. Sicher, dass es nicht so ein Desinfektionsmittel war, was, äh... Ja, das kann durchaus sein, aber... Ich mein, da war halt Mario drin, die musste auch irgendwie weg. Nein, die musst du nicht desinfizieren. Jetzt geht's erst los. Ah, ich war schon voll am Tryharden. Mann, oh Mann. Ich hasse das am Warm-up. Wenn du im Warm-up so richtig gut performst, dann geht's los. Und dann kriegst du nur auf die Schnauze. Oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen heute einfache Gegner. Damit wir gewinnen. Leon, wie war eigentlich dein Tag? Arbeizahe ich wie immer. Ach, scheiße, Alter. Das ist aber gut. Arbeizahe ist doch, also... Arbeit ist immer gut. Richtig, richtig. Kriegt man auch Geld. Richtig, Geld ist immer gut. Das stimmt. Tridio hat auch direkt gewollt, dass ich ausgebe heute. Oh Gott, ich muss... Dein Shop war so krank? Alter, was ist da los? Komplett, guys. Hä? Ich weiß auch nicht. Was hattest du? Das Reaver Knife? Reaver Knife, Reaver Sheriff, Glitch Pop Operator und diese Nautic Spectre. Dumm, geil. Das ist halt mit der Welt, die auf jeden Fall ist, wenn wir da reinkommen. Oh Gott. Ich war gerade so von mir selbst enttäuscht. Einfach Kopfhörer in Mario versunken. Ist aber okay. Ob ich so dumm aus? Versinnig? Chimini, vielen Dank für den Follow. Liebe geht raus. Schön, dass du hier bist. Du musst nebenbei auch ein bisschen fooden. Ich spawne einfach noch mal direkt vor dir. Ah, sie hat sich hingehocken. Deine Kopfhörer wurden gesegnet. Was ist das denn? Von der Mario. Why are you hocking yourself in? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Bim, 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 bim. Jetzt habe ich die ganze Zeit auch mal davon. Ich werde es nicht loswerden. Es tut mir sehr leid. Hat sich auch wieder hingehockt. Ich liebe Ohrwürmer. Ich bin das voll okay. Ja, das ist auch gut. Der Schwein. Ich finde die englische Synchro ist so viel besser als die deutsche. Das ist wie mit Filmen. Weil du halt die Akzente hast. Hi. Ich esse gerade Halloumi Pommes. Schon wieder. Oh, lecker Schmecker. Das ist insane. Ja, ich habe mir die ganze Packung gerade reingemacht, Leon. Ach so. Ich muss mir auch immer überlegen, was ich heute Abend esse. Bisher habe ich da noch keine gute Auswahl. Dann Toast essen, ey. Oder Toast. Ich wollte nicht bestellen, weil ich eigentlich weniger bestellen will. Same. Ich will auch nicht bestellen. Die Verlockung in Berlin ist halt immer voll groß. Ja. Erstens ist es, denke ich, nicht so krass healthy. Und es ist halt arschteuer. Also, wir sind halt Streamer. Das ist eigentlich egal. Aber. Naja, egal ist es nicht. Geld ist halt Geld. Ja. Richtig, richtig. So. Ganz vorsichtig mit der Mario jetzt. Ich wirklich. Ich stelle mir das. In meinem Kopf ist es halt so. dass du so einen Eimer voll mit Mario hast. So einen richtig fetten, großen Eimer mit Mario. Und da sind dir die einfach reingefallen. Und dann versunken. Und dann hast du dich wieder rausgekommen. So ungefähr war es. Richtig. Für mich die einzige Art und Weise, wie das funktioniert. Dass, ähm. Dass du so, ne. Kopfhörer ist die Kapuze entwegen Mario. Du schreibst irgendwie Apple so. Oh, meine Kopfhörer. Mario. Ganz schwierig. Hilfe, sie sind in Mario gefallen. Ich brauche neue Kopfhörer. Zehn Kills. Reminierend. Stimmt, ich kann mir das jetzt ewig anhören mit der Mario. Hey, ich bin Kagipupu. Das landet eh in der neuen Gang and Friends Folge. Ich kenne, ich weiß noch, was da passiert. Was da hinter hast du? Die Mario, ja. Richtig, richtig. Da haben wir uns gerade beide nicht mit rumbekleckert. Aber ich nehme mir diesen Kill an. Mh, 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 mh. Mein Handy rutscht runter. Nein. Es ist runtergefallen. Hallo? Ich habe es nicht retten können. Okay, ich habe kurz... Sei, 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 sei. Kurz die Mario weggestellt. Ich bin da. Also Saki, jetzt geht rein, ne? Aber gleich in der Runde werde ich einfach alles an Elm verbraucht haben. Ach, was? Jetzt habe ich die Krümel auf meinem Mauspad. Ich hasse es. Ah, so. Nicht wundern, ich war die halbe Runde AFK. Das Mario Massaker, ja. Richtig, richtig. Mario Massaker von 2023. Wir erinnern uns dran. Shimini, vielen Dank für den Follow. Okay. Ich wechsle noch kurz die Playlist und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Die schönen Kopfhörer. Aber zum Glück, ich habe ja diese normalen Apple-Dinger. Die sind ja nicht so teuer. Trotzdem schade, aber... Ey, es ist, wie es ist, weißt du. Es ist, wo es ist. Manchmal muss man seine Kopfhörer der Mayonnaise opfern. Richtig, richtig. Richtig und richtig. Okay, sind wir alle bereit? Let's go. Oh, scheiße. Ach, man. Ausgetappt, scheiße. Willst du die Server so lassen oder willst du die ändern? Soll ich nur London machen? Naja, war wahrscheinlich ein bisschen Hyping auf Paris. Nee, das ist egal. Das ist egal. Das ist die Anzeige. Valorant matcht mich auch, wenn ich keinen Server auswähle nach Indien. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe einen normalen Ping auf allen Servern. Ah ja, okay, okay. Das ist nur die Voranzeige. Die wollen nicht ein bisschen trollen, oder? Ey, ich weiß es nicht. Aber ich hatte eine sehr witzige Runde auf einem indischen Server. Ja, wild. Geil. Die mochten mich sehr. Die waren so, wow, do you speak English? Where do you come from? Und dann war ich so Germany. Und die so, ah, crazy, crazy. Crazy, crazy. Das war sehr wholesome. Das war wirklich sehr wholesome. Weil die so, die haben auch so gesagt, sie sprechen voll selten Englisch, aber voll cool und so. Nice. Das war sehr wholesome. Das ist wirklich süß. Da hatte ich dann wirklich Hyping, obviously. Oh nein. Das war sehr witzig. Haben sie dich auch für deine Stimme gelobt oder so? Ja, ja. Ja, das war sehr sweet. Geil. Das war sehr süß. Match gefunden. Okay, wir spielen heute mal eine neue Maus. Ein Chat. Ich habe das erste Mal so eine Wireless-Maus. Voll geil. Ich bin sehr gespannt. Hey, guys. Sorry, aber direkt gut. Erstmal, Junge. Player 1 und Player 2. Ist das irgendwie ein... Nee, nicht normale... Achso, nee, die haben Player 1 und Player 2 Namen, sondern wir, die keine Charaktere gepickt haben, ne? Mhm. I see, I see. Nee, die haben Streamer-Modus an. Deswegen sieht man den Namen nicht. Ähm, so Leute, ich sage mal, tschüss, haben jetzt Besuch, solltet ihr anwesend sein. War ein toller Stream für das, was ich gesehen habe. Leonie, ich wünsche dir einen wundervollen Abend. Genießt die Zeit. Zwei Controller, aber ich finde, oben ist immer auch noch so ein bisschen mit Initiator über die Smoke. Achso, ich kann auch Rainer gehen. Nö, ja, ist gut. Ich kann spielen, was du möchtest. Ich finde oben cool. Sehr stark. Mal gucken, was dir passiert. Baumi! Danke für den Follow. Ich logge schon mal ein, damit die Leute sehen. Logge mal schon mal. Wir haben jetzt eine Smoke. So machen wir das. Leon, was überlegst du? Ich überlege, ob ich Sage spiele. Aber Seifer ist auch okay. Seifer ist gut. Da kriegen wir noch eine Sage. Sage, easy. Ja, das ist eigentlich auch ganz nice. Also meine schlechteste Win-Rate ist tatsächlich auf Fracture, aber wir werden das jetzt rocken. Obwohl Lotus muss ja noch schlimmer sein eigentlich. Ja, ja, Lotus muss noch viel schlimmer sein. Lotus ist cool. Ich mag Lotus. Wir verlieren nur auf Lotus irgendwie. Ein Win haben wir, glaube ich. In die acht Games oder so. Ich finde, Lotus ist special, weil du halt so schnell von einem Spot zum anderen kommst. Aber macht irgendwie mega Spaß zu spielen, weil die Spots halt ganz anders aufgebaut sind als so in den meisten anderen Fällen. Ich finde zum Beispiel Fracture auch. Fractures schwer zu spielen, aber der Spot, wo du oben diesen Tower hast, ich weiß immer nicht, wie der heißt. B ist es, glaube ich. Der heißt Tower, glaube ich. Ja, genau. Der ist halt mega cool. Es gibt so richtig unique Situationen, wie du da den Spot praktisch halten kannst, wenn du da spielst. An Lotus hasse ich bei B dieses Ding, was so im Rundell runtergeht mit den Treppen, weil es gibt so viele Level. Also es ist so schwer, sich an ein Headshot-Level zu gewöhnen, anhand von Linien irgendwie. Das ist so eine richtige, teilweise Flick-Map. Das ist Pain. Flick and Flank. Richtig. Kannst du mich sehr gut flanken und halt irgendwie so andere Wege gehen und so. Wanna go A first? Yes. Miau. Let's go dish. There. There. Zendaner gehen, richtig. Ja, alles hier lang, gell? Oh Gott. Ich komme sofort wieder rüber. Es ist, na, wir können noch ein bisschen. Slide to the left, slide to the right, crisscross. Jetzt muss ich, weil sonst passt das nicht. Bist du bereit, Leon? Yes, yes. Ich bin ready. Ich folge euch. Ihr macht einfach Kills. Nee, nee, weiß ich nicht. Doch, doch. Ihr seid doch eingespielt. Ich wollte gerade smoken. Schön. Zerstört, nice. Hinter uns, hinter uns? Drop ist einer. Hier rechts, direkt rechts. Close to rechts. Ja, sehr gut. Wir können auch immer noch rotieren, ne? Wir haben Spike halt nicht mehr. Ah, das ist schwierig. Aber ich kann smoken. Ich darf den Spike nicht zum Anfang nehmen. Das ist, äh... Pain, pain, pain. Spike darf ich nicht, äh, nehmen, wenn ich als... ...Duellist da rein wäre. Ja, die würden wir uns vielleicht aufheben können. Duellist. Duellist. Nicht meine Aufgabe. Dann hätte ich den Spike da hinten noch nicht verloren. Ich habe so wenig Haber gesehen. Ich finde das echt ziemlich cool, dass Bart habe. Ich darf auch nicht mal ein Spike als Duellist vorgehen. Mal ein bisschen quatschig. Ja, den kann Sage nehmen oder ich nehme den oder so. Oder was ist das? Aber alles gut, alles gut. Geht eh, ist alles gut. Wir können auch ein bisschen gucken, ob wir ein bisschen schiesisch spielen können. Oder können wir alle einen Spot anspielen. Ob einer von uns flanked zum Beispiel oder so. Oder dann halt auf B auf G. Da sind, glaube ich, auch alle gerade rotiert. Nicht nur... Nicht nur ein paar. Mit C. Pass auf, der keine Marti ist spinn. Ja. Also, ich gehe hier... Du bist auf die Wall zu hangen. Ja, genau. Alles klar. Ha, alles klar. Ich gehe mal Arcade. Ja, einer ist unten. Und ist Under in Tunnel. Der hatte eine Spectre. Ja, wenn da die Nate oben ist, dann muss sie wieder oben sein. Nice. Es muss noch eine Arcade sein. Ja, es ist noch eine Arcade. Right there. Nice. Schön. Ja, ich weiß nicht, ob wir das kippen sollten. Ja, ich glaube nicht. One canteen. Können wir noch A gehen? Sind die nicht alle hier? Können wir ja. Ich will nur kurz die Waffe holen. Oder hast du die geholt, die Digge? Na. Die Digge vor allen Dingen. Gutes Ding. Jetzt eigentlich schon eine ganz gute Eco-Round. Und was ich sagen. Ich habe die Tür aufgemacht. Analea, was geht? Schön, dass du hier bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Schade. Nicht damit gerechnet, dass sie noch kommt. Die Waste ist noch auf A. Auf B. One Sand. Nice try, nice try. Aber eigentlich eine ganz gute Eco. Noch zwei geholt. Und einen kleinen bekommen. Wendel. Living the Wendel life. Jetzt mit Abendessen und deinem Velo-Stream wird es gut. Let's go. Let's go. Dann hoffe ich, dass du wunderbar entspannen kannst. Mit dieser Velo-Action. Action, action. Let's go, ey, guys. There. Ahem. Okay, ich bin Reiner, ich bin Reiner. Let's go. Be in sight. Oh, das ist ein schönes Ding. Schön. Going Sand. Can you wall of rope? And a wall, get flashed down. Got it. Very good. Oh ja, scheiße. One is link. One link, one link. Kommt die da durch? Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, die ist B. One enemy remaining. Aber die, nee, der Bot war aktiv, als wir hier auf den Spot gepusht sind. Also die war hier. Kommt von deren Spawn. Hat eine Waffe. Chill, chill. Nice, well done. Geiles Ding. Bart spielst du eigentlich immer noch mit 2 Nuller Cents? Was? Was ist 2 Nuller? Ach so. Du warst doch immer High Cents, Bart. Ich hab, ich glaube, auf meiner Maus, warte mal, sind das jetzt gerade... Habe ich denn das? Hier, Dogi-Tech, mach mal auf. Mach mal auf. Mach mal auf. Mach mal auf. Zeig Maus, bitte. Äh, 2400. Und in-game sind... Für dich, Hermanita. Äh, 07. Also... Alter. Ja, irgendwie... Hast du das gehört, Leon? Die 2 Nuller Cents? Oh, sehr low gerade. Da. Ich bin mal kurz vorbeikommen und mich heilen lassen. I need healing. I need healing. Der war Genji. Thank you. Genji aus Overwatch. Oh nein. Okay, ich glaube, Mitte, also Gen und Cantin müsste jemand noch sein. Haben wir Tower? Ich weiß nicht, ob wir geclared ist, aber Sedge ist hinter. Ja, Cantin, ich hör Cantin. Hinter der Wall. Ja, einer Cantin. Schönes Ding. Nice. It's go. Well done. It's go. Oh, die AK. Hast du sie? Ja, ich hab sie mal aufgesammelt. Super geil. Willst du die auch mal? Welche AK? Es gibt doch diese CSGO-Skins jetzt. Ah, ja, ja. Die haben sie auch. Ja. Die hab ich mir geholt. Und die ist cool. Aber gleichzeitig denke ich mir, warum hab ich mir die eigentlich geholt? Ja! Einfach nur so eine Basic AK. Richtig. Es gibt so viele krassere Skins, die ich halt wahrscheinlich alle eher spielen werde als den. No Flash? Ich hab auch nichts gekauft. Ich war abgelenkt. Goddammit. Die hat wahrscheinlich Ketzer halt wieder hier. Zurück hier wahrscheinlich. Sie bleibt zu... Sage bleibt zurück wegen Raz. Zäh, die kommt. Scheiße. Future ist Rope. Stand für Main, ne? Könnte sein, dass die eine AK von mir aufgeben, oben in Dish. Aber ich glaube, die Raze war CD. Also deren Spawn. War actually zuletzt da, wo du jetzt hinguckst. Nee, die ist hier. Ich hab grad die Waffe gewechselt da. Jo. Könnt sein, dass die oben jetzt kommt. Wenn sie predictable ist. Oder sie saft einfach ne Waffe. Nice. Nice. Schön, schön, schön. Super. Super. Super, trooper. Aber es liegt an der. Ja, Mann. Yes. Yes, sir. Warte mal, ich könnte... Gehen wir B oder A? B, ne? Wunderful. Ja, lass ein B. Dann geh ich mal was. Ist jetzt vielleicht nicht die smarteste Idee, aber we try. Oh, ich hoffe so sehr, dass Kai Day gesund wird. Und dann in Berlin vielleicht irgendwann mal ein Velo-Event ist mit Sentinels. Und dann ist sie auch da. Und dann ist auch Tenz da. Ey, ich würd's dir gönnen, Tim. Ich würd's ihr auch gönnen, dass sie wieder gesund wird. Auf jeden Fall gönnen. Ich weiß noch, ich war früher mit Kumpels mal LCS. Und dann war so TSM da mit Björksen und so. Das war so krass für uns. Ja. Kann ich mir vorstellen. Oh nein, hinter dem. Schön. Can you maybe rest? Nice. Thanks a lot. Oh, one generator. Sie geht A. Ja, die ist Gen. She's jammed. Hat 110. Pauline, was geht? Hallo, hallo. Ich bin hier, bis ich hoffe, die geht's gut. Welcome, welcome. Another day to another stream. Another day to another stream. Übrigens, Chad Whoppy live war so cool. Ich fand das richtig nice. Chili, cozy. Ist auch viel Chaos, aber es war richtig gut. Ist mir sehr gut gefallen. What are we doing? Können wir wieder A spielen eigentlich. Ich will nur gucken, ob ich hier einen Pick bekommen kann. Ich hoffe, wir spielen B. Vielleicht krieg ich einen Pick A. Einer hat vorhin hinter der Box gespielt, Bart. Ja, ja. Box ist clear. 120. Aber die heilt sich. Ich hätte lieber mit dem Team spielen sollen. Richtig wilder Plant auch. Schade, er hätte ja einfach Afterplant spielen können. Aber wenn ihr einer Push-Bad zu Leuten. Man, I know. Okay. Okay. It's fine. NTNT. Hey, listen up. It's only life or death. Shut to the heart, but you're to blame. You give love. Bad name. Bad name. So. You give love. Bad name. Okay. LOL. Ist die oben? Ja, ja. Fällt es noch. Schön. Hey, willst du helfen? Okay. Sand, one sand. Ich muss mal... Waffe gucken. Jetzt habe ich eine Waffe. Sehr gut. Einer könnte door combat. Door haben wir ja. Mhm. Okay. Oh, der hat abgebrochen. Oh, der hat abgebrochen. Oh, der ist jetzt nicht da oben. Achso, er ist jetzt da. Nice. Well done. Good job. Schönes Ding. Good job. Good job. Gute job. Fühlt sich so gut an, von Bart gekurriet zu werden. Let's fucking go. Sheesh. Sheesh. Yeah. Sheesh. Sheesh. Nur dieser Sound. Hm. No prisoners. Ähm, no prisoners. Ähm, ja. Ist das B? Das B, ne? Ist, äh, ist the Viper old B? Hört sich nicht nach A an. Ich will trotzdem BG. Und Tower. Nee, am Teil voll ist A an, entschuldigt. Geil. Weiter bleiben wir hier. Rutsch. Ist das nicht so gut? Oh, nein. Okay. C, D, C. Beide, sind beide da? Einer kommt auf Save-Countain jetzt. Sind beide. Gimme Ace, gimme Ace. Kannst du auch nicht mehr Ace. Stimmt. Ich versuch deine Waffe zu zählen, Tom. Okay. Nice. Geil, ey. Ich mag das voll, wenn du so Glück hast in der Agent Selection und keiner wirklich Duelist pickt. Und man selber immer picken kann, ohne geflamed zu werden. Das stimmt, ja. Vor allem, wenn der Duelist dann halt auch Duelist Sachen macht. Ja. Ich hab das Gefühl, viele Leute spielen halt gerne Duelist, weil sie die cool finden. Und das ist ja vollkommen okay. Aber Duelist ist ja eigentlich von der Rolle so, dass sie halt irgendwie Platz wird. Richtig. Da hast du so drei Leute im Team, die Duelist spielen. Und alle stehen hinten. Ja, oder spielen dann halt so, dass sie auf Long spielen. Oder halt irgendwie Rotationen verhindern wollen. Richtig. Oh, Gott. Nice. Well done, Sage. Oh, die Molly. Almost jam. Can you res? Wo ist Hedge-Block-Cover? Das ist eine Person von Duelist. Das war's. Das ist sie doch durch. Das kann sein, dass eine Person von Duelist. Okay, wir können hier halt nur so, dass sie durchspielen haben. Oh, zwei Seiten, zwei Seiten. Schade. Die müssen halt nicht alle main spielen, wenn die... ...will ich vermengen. Oh. Japp, japp, japp. Bin ich da grad noch gestorben? Bin ich da grad noch gestorben? Scheiß, ich war muted. Ah, ist das lustig. Ayres, Ayres, XD. That was so funny. I think I died in the last second. Ich weiß nicht, wo ich spielen soll. Oh, ich hab meine Maus-Sensi da hochgestellt. Das ist einfach nicht so gut. Also, der nächste Step bei 2400 ist bei mir irgendwie so 16.000 oder so. Da würde ich jetzt ungerne drauf spielen. Hm, Robi. Da seh ich mich nicht. Oh, wir leben aber noch. Nein, sehr stark, sehr stark, weil da geht's. Die rotaten to Mitte, äh, to Mitte. Oh, die schiebt Klaus mit Nah-Judge. Nee, nicht Nah-Judge. Die hat einen Headshot sitzen mit der Frenzy. Okay. Stark. Und wie hat's ihr gesagt? Ja. Da kommt immer B. Two-Ace, perfekt. Ich hoffe, dass jetzt niemand von hinten kommt. Das ist immer noch da hinten. Und Kantine. Und das ist gut. Ja, Kantine. Oh, das ist gut. Let's go. Let's go. Let's go. Good one. Last round in the half. Spin like that is... Oh, I'm stuck. Because there just might not be. Nice, ey. Thanks. The grind never stops. Cengos, was geht, Alter? Cengos? Ja, an sich waren. Er ist da, er ist da. Er ist in the chat. Okay. Fate und Ray sind Dish. So eine 20. War nicht. Ray. Ich habe gar nicht mehr die Frenze genommen, damit ich auch sicher treffe. Und ich gar nicht mehr... Ray's dead. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich will nicht mehr. Ich cover door. Scheiße. Wir haben jetzt nur... Wir haben erst ein anderes Game gespielt. Das ist jetzt die erste Runde Velo heute. Ähm, ich bin immer noch Platin 1, aber Ziel ist natürlich die, ja. Ich bin noch hier. Scheiße. Warum die Pharaonen heißen, die Kanalpunkte? Weil ich ja Tim Horus heiße. Tim Horus, ägyptischer Gott und so. Und wegen Ägypten und so. Und deswegen dachte ich mir, ich will einen coolen Namen für meine Kanalpunkte haben. Ich nenne sie Pharaonen. Free für dich. Let's go. Let's go. Hätte ich nicht rauspushen müssen. Baumi, danke für den Follow. Schade. Aber... Schade. Sehr gut. Alles gut. Good job. Good job. Die Hälfte ist wirklich gut, ja. Ich finde Verteidigung trotzdem schwerer auf dem Wett, muss ich sagen. Was können wir schon hin? Ähm. I mean, we have a Cypher, we have a Sage. Ja, das ist right. Aber ich glaube, wir sollten auf einer Seite Sage, auf einer Seite Cypher haben, oder? Hm. Ja, vielleicht, wenn wir mehr Jutel haben. Jetzt macht es, glaube ich, nicht so den großen Unterschied. Also in der ersten Runde. Ich finde tatsächlich auch, dass die Sage Wall und so und auch Cypher Sachen sind auf B jetzt nicht so geil. Die sind gut, aber die gehen halt meistens recht schnell down. Aha, Tim empfindet sich selber als Gottheit. Good mindset. So nicht anders. Ah, das kann richtig falsch klicken. Classic, classic, classic. Okay, gut. Für meinst Classic, kleines Schild. Und Cypher Wall für A. Ja, die kommen auch her. Ich bin noch im Weg. Main oder? I see. Julia, hi. Red Rose is too. Wir sind nur noch zu zweit. So was, AFK, erstmal. Wo bin ich? Ich bin noch in dem Spot. Der ist natürlich schwierig, dass er es ist. Hast du das gesehen, Jan? Okay, what the fuck? Jump mit dem Rechtsklick, oder? What the fuck? Ja, aber im Jumpen, im Bunnyhoppen. Im Bunnyhoppen, ja. Und er dreht sich aber umgekehrt und rechtsklickt beim Bunnyhoppen, ey. Ich hab was Nays gemacht. Wir haben viele gekillt. True, true. Das war grad sehr dumm. Das war grad sehr dumm. Ich hab nen neuen Spectre Skin. Ich hab mir, äh, den hier geholt. Ich find den richtig cute, ey. Der hat auch so hier, guck mal, da bleiben so Nerf-Dinger drinstecken. Das ist voll nice. Okay. OB. Ich hab gekauft. Ich bin tatsächlich sehr dumm. Ich war sehr überconfident. Ist nicht schlimm. 100 on B. Und Viper. Ich war grad zu overconfident. Ich, delusional confident war ich gerade. Wirklich Toy Story Vibes. Als ob sie jetzt kommt. Keijo ist immer noch hinter der Box. Oh ja, ist aber... Ja. Keijo hat nur ne... Kein Team. Team Versuch. Also ich dachte, das wär Tim. Der versucht einfach das gleiche wie Tim. Ja, ich glaub. Ich hab's vorhin zugeguckt. Jo. Ah, jump. Das ist ja OP, Alter. Das ist ja OP. Das ist okay. Ähm, wir haben ein bisschen was noch Ressourcen gekostet. Gut, Ico. But I fucked up. But I fucked up. Yeah. Und sie nur so, yes. Aber ich hätte auch Tower besser halten. Hat sie grad wirklich erst gesagt? Ja, ja. Lustig. Forst ich jetzt? Hm. Ich hab's aber auch eine Runde Lob ein. Ich kauf halt auch nur... Ah, rein theoretisch hätten wir dich... Hätte ich dich in Tower setzen können. Ah, ja. Vielleicht ganz gut gewesen mit der Waffe. Könnte wieder B sehen. Wo Viperware ist bei uns. Ja. Rotiert noch nicht. Die sind noch nicht hier. Ja. Könnten tatsächlich B gehen. Let's see. Naja. Wollen wir vorbei? Okay. Er ist Drop gestorben. Naja, er ist down. Die sind auch immer noch mal hinten. Ja, und du machst das eine Drop? Ich werd halt einfach runtergerannt. 130 aufweilbar. Scheiße. Head Drop. One Drop. Ah, den Spot zu retaken ist schwierig. Aber deswegen finde ich es sehr gut, dass wir... Felix, vielen Dank für den Follow. Thank you. Thank you. Wir machen eine billige. Oh mein Gott, du hast ein Red Gun, Buddy. Ich war noch nie neidischer. Oh nein. Der passt perfekt für den Classic. Ja, oh man. Das ist optisch halt 10 oder 10. Big Flashbacks. Niki hat da auch einen. Und oh Gott. Immer, wenn sie den ausgepackt hat. Verstehe ich, ja. Oh, kurz. Should be be. Arcade. Sprinter. Kanasha, liebe Grüße. Das klingt ja richtig geil. Okay. Schön. Oh, was the fuck? Aber ich hab einen. Warte, was mach ich hier eigentlich? Zwei Leute immer noch Box. Ich hätte warten sollen. Es war zu greedy, mir die Waffe holen zu wollen. Scheiß, Alter. Okay. Okay. Lol. Was war das bitte? Lol. Ähm, ja, also. Äh, lol. Wie du seelenruhig die Waffe aufhebst. Die sich gefühlt, der da noch ne Viertelstunde anguckt. Ja, kann man, also kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Kann man mal machen. Es war ja voll free gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Operator kaufen soll. Weil wenn die nachher wieder nicht kommen, dann ist das wieder scheiße. Ja, gut. Ich kauf AK. Die werden jetzt wahrscheinlich... Oh, war ich kauf. Aspekt da. Die werden jetzt wahrscheinlich EA gehen wieder. Dann auch greedy hier runter sind, mein. Aber ich komme da halt nicht mehr raus. Mann, die Recon Phantom ist auch so geil. Scheiße. Nichts B bisher. Wahrscheinlich, ja. Heaven ist einer. Also Tisch ist einer. Drop. Nein, nein. Oh Gott. Einer ist Main aus. Oh Gott. Jetzt, ob jetzt niemand ist. Spike planted. Last player standing. Enti. Schade, schade, schade. Lena, schlaf gut. Satch. Jetzt werden die wieder B kommen. Jetzt kommen die wieder B. Jetzt müssen die wieder B kommen. Kann gar nicht anders sein. Willst du einmal Tower halten, Tim? Dann halte ich jetzt mal hier die Wink. Machen wir. Wink, winkle. Ich kann doch aggressiv pushen. Aber ich komme halt nicht mehr weg. Und das wird wahrscheinlich wieder A. Nee. Nee, doch nicht. Das war eine Arrow von 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. Ich finde it ungreedy. Damn. Ich habe mich den Spike ein bisschen ausgezögert. Ich habe die letzten drei Runden. Ziemlich viel Quatsch gemacht. Ich konzentriere mich mal kurz. Dann haben wir so einen weirden Half-Biber. Dann hat einer von uns nur eine... Einer war hinter der Box, Leon. Arcade, glaube ich. Ziemlich sicher. Arcade. 80. Arcade, Arcade. Nein, das ist gut. Schafft er eh nicht. Mhm. Ah, ja. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe die letzten drei Runden sehr viel Quatsch gemacht. I need to stop. Ja, also es ist trotzdem... Verteidigen ist einfach schwer auf der Map so. Da kannst du gar nicht so viel anders machen. Das ist zumindest mein Feeling davon. Ich werde jetzt... Rein theoretisch, wenn die wirklich bei dem Muster bleiben, was halt super dumm wäre, dann gehen die jetzt halt wieder... Dann können wir einfach beide durchpushen. Können es halt zumindest probieren. So, weil wir es saven. Ah, du meinst Main, oder was? Ja, ja. Main und halt bei dir Boxen. Einfach durchgehen und gucken. Ja, es wird wieder Arzt. Chippie A. Wir müssen halt immer so schnell Main aufgeben, ne? Das ist ziemlich belastbar. Ja, weil niemand von uns Main drin spielt. Ja, ich hab ein bisschen geholfen, oder? Einer ist oben. Willkommen zu meinem Welt. Hallo. Fight planted. Das ist so logisch. Scanning ahead. No way, da kommt einer an unserem Spawn. Na oben. Zwei E-Zot-Gerlings, ne? Cool, das ist so. Ich lass die Operator einfach saven. Boah, das ist so schade. Wenn wir da halt einfach mehr Zeit haben, ist das so ein guter Flank. Nein, wir schaffen es halt nicht, die lang genug aufzuhalten. Das ist echt bedankt. Nice, let's go. Auslutschen? Nicht? Okay. Was? Okay. Ja, die so heilen und so. Zacken. Genau. Achso. Ja. Z-A-C-K. Genau. Die Zacken. Musst du auch mal machen. Okay, ich pick my main. Obwohl die jetzt safe beginnt. Scheiße, ey. Wir können auf A die halt nicht so wirklich aufhalten. Ich kann sonst A spielen. Ja, ich weiß. Aber jetzt sind wir halt da. Die werden jetzt eh wieder beginnt. Ähm, weil ich, ich kann halt mit den Smokes zumindest dafür sorgen, dass wenn sie rauslaufen, wir halt nen Aim Advantage haben. Wie kann man? Die, die zerstören halt die Trips, äh, die Trips von mir mal mit der Fade Utility. Da kann ich ja jetzt nicht so viel machen. Nichts main? Ja, das wird wahrscheinlich B. It should be B this time if they have you for the pattern. The pattern. Patterson und Findus. Viper R und B. Legendär, Alter. Guck mal, ob ich hier einen Flank kriege. Soll ich noch A bleiben? Nee, 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 nee. Die sind schon drauf. Wurde mal. Nein, die gehen zurück. Heißt, ich wäre mal geblieben. Ja. Weiß auch nicht, warum die das machen. Das ist unfair von denen. Das haben die bisher noch nicht einmal gemacht. Nice. Oh ja, geil. Geil, old, geil, old. Wo sind sie? Kannst du Dings down machen? Schönes Ding. Ich kann nicht zu meinen Fähigkeiten down machen. Die klingen einfach irgendwie. Ich meinte Leons Cage, sorry. Ich habe auch richtig scheiße kommuniziert. Den kann ich auch nicht einfach so drauf. No, ey. Der inaktiviert ist, ist aktiviert. Scheiße. Aber das ist doch nicht schlimm. Die gehen recht schlimm. Das stimmt. Gut, das war eine sehr wichtige Runde. Jetzt wissen wir natürlich nicht mehr, was der im Pattern ist. Eigentlich wäre es jetzt wieder B. Nee, A. Aber dadurch, dass sie eben geswitcht sind, könnte es natürlich auch wieder B sein. Ich würde mir gerne Vendel kaufen und die hier beiseite legen, falls ich nicht treffe mit der Orb. Ich kann auch droppen, glaube ich. Zweifel. Ich glaube, das wäre ein bisschen ecotechnisch blöd eigentlich. Ja, also wenn irgendjemand bräuchte. Nice, sehr gut. Ich kann es eigentlich weggehen. Es ist aber krass, dass sie hier wirklich einfach immer nur wechseln. Immer nur A, B, A, B, A, B. Is dropped walled off? Okay. Ah, okay. Im Laufen gibt es mir näher da. Einer rotiert zurück. Okay. Ich habe einen Drop gesehen, actually. Sie sind bei mir? Ah, ja, der Drop ist zurückgelaufen. Der hat nicht mehr schafft. Ich kann nicht enden. Oder? Nee, bleibt noch nicht. Nein, bleibt noch nicht. Sind auch noch nicht zeit. Can one go A? Die sind noch nicht zeit. Ja, die gehen A. Ich glaube, die gehen A tatsächlich. Die sind gerade rotiert. Ja. Hey, on spot already. Flanking. Hopp, main. Die sind nur noch mindert. Im Sound her. Wer wo? Ja, einer ist Flank. Ist in einem Spawn. Richtig. Be careful to drop, main. Time. Ja, Spike ist da dron. Ja, das ist ja klar. Scheiße. Ja, schade, schade. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das denn hier? Die Future ult nächste Runde? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee. Oh, schade. Gut, müssen wir mal gucken. Bipapapadapau. It's now or never. We need to win. Barrier created. Gutes Ding. Ziemlich sicher B. Sage, can you stay A? Forward. Ja, die sind zurück wahrscheinlich. Ja. Ist nichts mehr Main zu sehen. Ich will jetzt halt nicht von hinten pushen, weil dann... Nee, bleibt einfach on side, würde ich sagen. Ja, ja. Der kommt da kit. Schon wieder mit dem Fahrrad. Die gehen A. Hey, B-Man. Sorry. Oh, ein Chill-Lot. Nice. Fade war auch... Kann sein, dass einer... Ja, der kann in Spawn kommen, ja. Cheers. One enemy remaining. Nice, das weiß ich nicht. There. 30 seconds left. I see. I'm dropped. Ja, ich kann nicht. Nein, wir haben droppen nicht direkt. Ja, wir haben droppen nicht direkt. Ja, wir haben droppen nicht direkt. Doch, wir haben dread. Ja, ist so weit, denke ich ja. 10 seconds left. Dann schauen wir mal hier hin. Hä? Kann halt sein, dass die hinter dir robt, ne? Let's see. Und da halt schild. What will it be this time, my friends? I need this. Wichtig. Thanks. Can someone get this? Wichtig. Thank you guys, thank you, thank you. Can someone get this? Thank you. Thank you. Hm. Könnte... Oh, wahrscheinlich B, ja. Scheiße. Ich sag's halt in irgendeinem... Wierden Winkel. Okay. Brace is A. Ich mach halt Killscher ult. Nein, ich muss da runter. Felt, get out, get out. Felt kommt halt noch bei. One, the spike planted. Nein. Schade, schade. Warte, actually. Darf da nicht... Nicht bei dem Push geholt werden. Ich muss den Kill kriegen. Ja, ein T. Wir haben alle unser Bestes gegeben. Ja, das Fracture, unsere erste Map ist es natürlich das Problem. Wirklich. Schmutz. GG. GG. Leon, machst du noch eine? Was ist da jetzt die Frage? Eine, komm, eine. Das ist immer die Frage. Geht noch eine oder geht keiner? Ja, warte mal kurz. Ich muss mal kurz... Ja, ja, mit der Regierung kurz. Spannend. Warum sagt man eigentlich manchmal so zur Freundin oder so Regierung? Woher kommt das? Was? Regierung? Ja, ich höre das super oft. Ja, ich muss mich erst mit der Regierung absprechen. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich sowas wie... Wer die Hosen anhat in der Beziehung oder so. Queen. Queen. I don't know. Andere. Alles, was so an Metaphern dafür steht, dass die Frau diejenige ist, die die Entscheidung hat. Naja, das kann sein. Bei Regierung habe ich noch nie gehört. Ah, lol. Scheiße. Da hast du schon voll oft gehört irgendwie. Ja, wahrscheinlich wegen... Na, der Umfeld wieder. Aber ist eher so ein Boomer-Ding wahrscheinlich. Oder so. Ja, wahrscheinlich ist es eher ein Boomer-Ding. Richtig, richtig. Ich finde die Runde trotzdem gut. Ja. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, die halt nicht on point waren, aber es war sehr close. Es war sehr close. Fracture ist auch trash. Hätten die kein Cash gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich noch eine gewonnen und dann wäre es wirklich so letzte Runde entscheidend gewesen. Bisschen bitter. Bitter, bitter, bitter. Muss mal die Chefin fragen. Stimmt, ja, das hört man auch öfter. Ja. Das kenne ich zum Beispiel eher, ja. Das kenne ich zum Beispiel eher. Heeresleitung? Was? Alter, das sind dann wahrscheinlich so ganz alte Dinge. Jo. Ich habe auch mittlerweile, ist das halt so ein Ding, man braucht das halt nicht, diese Aussage. Richtig. Weil eigentlich sollten ja beide Leute gleich viel Entscheidungsmacht haben und halt gleich viel zu sagen haben. Ja, ich höre das auch eher so im ironischen Sinne so. Safe. Alter, im Battle Pass 42 Level. Das ist ja auch voll geil, der Banner. Ähm, Wansa, aber es geht. Vielen Dank für 14 Monate auf Stufe 2. Du absolute Legende. Kuss geht raus. Dankeschön. Schön, dass du hier bist. Hi, hi. Match found. Bart meinte gerade, hätten wir die nächste gewonnen, hätten wir Money gehabt, dann hätten wir vielleicht die nächste wieder gewonnen und dann... Ja, ich habe jetzt auch nicht, auch nicht das beste Game gehabt. E-Dies, what it is. Hey, guys. Pearl ist aber cool. Pearl ist cool. Hello. Oh, der ist, glaube ich, Franzose. Hm, hm, hm. So. Cypher, du dann Haber. Ja. Ich könnte Sauber machen. Ja, ich könnte auch Chaos spielen, aber... Wenn du Chaos gehst, würde ich Killjoy gehen. Ja, let's do it. Ich finde Hava ziemlich cool auf der Web eigentlich, auch wenn wir so B-Lang angreifen wollen oder so. Schade, dass wir keine Sage haben. Die finde ich immer noch ganz stark, aber... Oh, please. Chamber is the worst. Boah, Chamber ist mittlerweile halt echt nicht mehr stark, ne? Also im Verhältnis zu früher. Der hat, finde ich, immer so wenig Impact. Ich habe immer das Gefühl, du hast einen weiteren Duelist. Ähm, ja, also seine Sentinel-Aufgabe kann er so schlecht machen, finde ich. Ja, weil die Sentinel-Abilities halt totgenervt worden sind. Ja. So, das ist halt echt bitter. Er war vorher so ein Sentinel-Duelist-Mischung, also eigentlich nicht wirklich Duelist, weil er hat keine Flashes oder so, aber er hat halt die sehr starken Waffen. Ja. Und halt gute Winkel. So, und das, ja, mittlerweile, mittlerweile ist es schwierig. Ich glaube, die hätten eher seine Waffen nerven sollen als seine Utility-Abilities. Mhm. Zumindest habe ich dadurch halt keinen Fun mehr an ihm, aber ich verstehe, warum er so geblieben ist, wie er ist. Ich habe den mal 50 Games in a row gespielt und da dachte ich, nee, das ist es nicht. Ich habe den auch. In der Season, wo ich wirklich aktiv gespielt habe, war der echt noch cool, da habe ich den echt gerne gespielt. Aber ich habe dann irgendwie so ganz, ganz lange nicht gespielt, bin wiedergekommen, alles war genervt und dachte mir so, nee, da sehe ich mich nicht mehr. Ich mochte halt einfach, dass du auch viel Informationen hattest, weißt du, und halt schnell so mal von einem Spot zum anderen gekommen bist. Aber, ja, man. Aber nicht mehr. So, ich bin A-Spieler mit Killjoy, ich kann nur da ein Setup. Ich kann nur da ein Setup? Weiß ich. Ja, naja, hat mir halt eins gezeigt und das anders kann ich nicht. Ähm. So, ich brauche erst mal das hier. Ich glaube, ich kann Killjoy auch nur auf Pearl, actually. Aber that's fine. Okay, ich werde mal so spielen, dass ich in Tidal 2 das mal um kann, die Kante. Mhm. Ja, wir haben Mitte, die Schirmertrapped, das ist gut. Ja, das ist wahrscheinlich B. Kein Immortal-Spieler ever würde reinschreiben, I am Immortal. Should be be, guys, should be be. Das ist, der schießt jetzt nicht wirklich einfach da durch und headshot mich ja was. Spike planted. Last player standing. Schade, NT. Junge. Ganz ehrlich, wenn der Laki da durchschießt, das war einfach nur Pain, schon. Die haben einfach wirklich gepre-filed, aber dass die halt Action, die Headshot damit geben, war schon unangenehm. Ja, ich glaube, die haben halt auf die Rainder geschossen und der hat einfach halt random dann mich getroffen. Das kann auch sein. Äh, Gliss. Aber die Rainder schirmt ihr unten. Willkommen in der Community. Hallo. Mein Name ist schon groß. Bei mir gibt es ganz viel Valorant, Horror Games und Games mit meinen Freunden zu sagen. Dann habe ich eine Shorty droppen, wenn du willst. Hi, hi. Guck mal. Ich bin gerade Platin 1 und versuche gerade Diamond zu werden in Valor. Das ist so das Ziel. Will again. We're going to have steps. We're calling my bot. Wir werden wieder durchgehen. Erstmal alle Muni rausballern. Na boah, was ist da? Was ist denn jetzt? Langsam, auch keine Ahnung mehr. Zwei von denen am Headshot. Nice. Die sind alle auf Distance außer Sage. Sage ist ja mittlerweile auch in der Rolle. Der Rest ist weit weg. Und White Sage ist mittlerweile auch weit weg. Diamond ist ein Kramp? Und ja, kann ich mir vorstellen. Gegen Marsch ohne Arme ist natürlich auch Fank. Das war jetzt schon so ein Kampf, Platin zu halten irgendwie. Es war immer so, Bergauf geht ab, Platin 1, Gold 3, Platin 1, Gold 3. Immer so im Wechsel hin und her irgendwie. Meine Tarotkarten sagen, ihr gewinnt das. Das ist doch sehr gut schon mal. Wenigstens etwas. Und nur eine kaufen, oder was? Das ist schwierig. Okay. Nochmal B-Schutz. Schon wieder? Lux, da geht's dir igen. Die trollen uns doch. Bot kommt zurück. Wenn sie Immortal Rain hat, hat nur eine Ghost. Reloading. Reloading. Können die rotieren. Ja, ich hör sie. Mhm. Dann geh ich mal rüber. Leider ist noch hier, schon mal. Reveal auf A. Abilities on A. Planting on A. Den Planer abseiten. Impeakable. One enemy remaining. Schön. Leber auch noch für B. Chamber ist still, like, für ein Tank von B. Okay. Was war das, man? Mittler. Wo ist der Spike? Direkt vor mir. Wow. Mann, ich rede mit euch und bin muted. Was soll denn das? Hey, Tim, was machst du denn so? Weiß ich auch nicht. Ich so, wo ist der Spike? Und dann liegt er direkt vor mir? This is just the beginning. Deja. Bin zum Glück heute aus Diamond raus. Glückwunsch. Also jetzt Ascendant Club. Tomate? Let's go. Oh mein Gott. Ich find's gut. Placing Swarm Grenade. Placing Alarm Boss. Wenn ich Ascendant bin, wäre ich wahrscheinlich gerne Immortal. Aber ich glaube, ich meine, ich bin Humble genug und würde sagen, Ascendant, ja, wäre genug für mich, ja. Weg. Vielen Dank für deinen Follower. Willkommen in der Community. Schön, dass du hier bist. Okay, jetzt aber A. Leon, wir beide hier. Scheiße. Steps B again. Bitte auch, bitte auch. Ich lass mein Zeug diesmal auf A. Fushing B. They're already back side. They're already back side. They're already back side. They're already back side. Hey, da wurde ich gerade ein bisschen geblockt. War nicht immer so gut. Ah, ist der back side. Ich seh da nichts mehr geworden. My bad. No, der letzte ist lange irgendwo. Der muss hinten rechts sitzen, sonst kann er den Spike nicht aufwären. ich war wirklich eine halbe sekunde vor haupt und das hat genau gereicht willy speedy hi welcome to the stream schön dass du hier gefunden hast hallo welcome welcome ich mag meine neue maus also nicht in dem maus also jetzt seit jahren meine wireless maus und es ist echt geil ich glaube weiber wall war hier bei uns ja alter wir haben die ja so zerbimst gerade aus der kirche holt rausgehen hohohoho my god Müsst nicht Ressi spielen, ne? Können einfach auf Englisch spielen. Der gute Braian. Unkenn den. Unser Immortal-Spieler. Mhm. Ja, der saved Main, glaube ich. Aber lasst ihn einfach, würde ich sagen. 30 Sekunden left. Damn. Hier. Er wird selben, ja? Wir müssen ihn aber auch nicht. 10 Sekunden left. Wir brauchen das Cash. Richtig, richtig. Nice. Sehr gut. Sie ist ganz. Spüre schon positive Energie. Bleib also auf jeden Fall hier. Let's go. Let's go. Schönes Sacher. Ja. Ja, ja. Ich bin Tim Rous. Wenn mir gibt es ganz viel Horror Games. Valorant. Multiplayer Games. Mein Freund zusammen. Und Positivity verbreitet ist auf jeden Fall eine ist meine Aufgaben für mich. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? War die blind? Oder man die nicht blind? Äh, die war nicht blind, glaube ich. Ich muss mich nachgucken. Zwei Leute hab ich geblattet. Na, doch, es hat funktioniert. Nice, Alter. Barty Bart Bart Boy. Mitte. Rainer kommt über Mitte. Hier auf einer Art könnte ich fliegen. Kannst du was mit, Rainer, please? Du hast deinen Bot für Art. Ja. Und might push der. Ja, Art. Oh Gott. Es ist so spannend. Ich weiß nicht, wo die jetzt lang kommen werden, ne? Oh Gott. Das ist einfach nicht so gut. Könnte immer noch A sein. Einige Info. Na, die hat's. One ist mid. Five for all A. Französische Akzent. Mach mir mal fertig. Main Steps, oder? Ja, mid, mid. Natürlich kommt sie genau jetzt. Spike, Spike ist mit. One ist still on B. Oh. Spike, kann man noch runter? One was B. Spawn Grenade out. One an enemy remaining. Spawn coming from here. Flawless. Nice. Nice. Let's go. Let's go. Jetzt sollten die keinen Cash haben, oder? I want their life. Hm. Ist doch einer von denen, wenn der Gebaut geballt. Bin Berg, musst du die letzten zwei Stunden eine Präsentation für morgen vorbereiten. Ja, nice. Gut durchgehustelt. I'm proud. I'm so proud. Let's go. Oh. Du, 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 du. Ja, die Frage ist jetzt. Werden die mich... Tag out. Erfolgen. Oh, ne. Wenn die jetzt damit rechnen, dass ich... Weiß gar nicht, welche Playlist ich gerade anhabe, weil ich die ja selbst gar nicht höre. Die hört ja nur hier. Aber es müsste Risky Isn't It sein. Ja, so holt es weg, Fanny. Ist aber nur deaktiviert, ne? Dann kann er wieder. Das ist eine gute Frage. Ich baume B. Is it B? Ja, ja. Die baume B gerade auf mit Abilities. Das klingt so nach Fortnite, wenn die aufbauen. Oh nein. Die Sprayne war durch. Ja. Er vipert beide ihre Gift Abilities raus. Ja, doch jetzt. Sehr viel geused. Jetzt hat er das Problem. God damn it. Los Picken. Ah. Ja, wenn er rumgezogen hat, wäre das gewesen. Ah, ein bisschen zu scared. Der Google Chamber. Oh. Die kriegen schon gerade. Wurde dies, wurde dies, wurde dies. Es wäre voll gut gewesen, weil die haben mich angeguckt. Ja, ja, genau. Wenn er da einfach pickt, dann... Und vor allen Dingen, er hat danach auch noch irgendeinen guten Blick auf die Save gehabt. Aber war ein bisschen zu hebblich. Die werden halt oft begehen, weil die ja wissen, ich bin hier, denke ich. Naja. Die funktionieren halt auch echt gut für die bisher. Ja, unser Immortal-Spieler ist noch nicht ganz angekommen, tatsächlich. Aber das wird noch... Ähm, ich hab mich tatsächlich ein bisschen mit den Mods wegen der Musik-Challenge besprochen. Diese Woche wird das höchstwahrscheinlich noch nichts. Aber ich fand die Idee so lustig gestern. Also, ihr wart echt funny gestern, Chad. Ähm, das wird es auf jeden Fall machen werden. Aber ich will es dann irgendwie richtig machen. Deswegen, ähm... Es wird kommen. Aber wahrscheinlich die Woche noch nicht. Ich werde mal aufheben, um... Ja, geht ein bisschen was hier. Leon geht flank. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass die faken hier. Kann gut sein. Ich bin leichter. 114 auf Fade. 114. Fade. Die kommen zurück tatsächlich. One here. Chamber, one here. Scheiße, ich kann nicht pingen. Einer links. Direkt. Äh, Bart, hier müsste eine Waffe sein. Ich hab Zeit, ne? Chamber ult vielleicht. Last Player standing. 10 seconds left. Ant. Hätte ich haben müssen. Ich wollte gerade in die Ability gehen. Bin ich rausgesappt. Da pusht sie rum. Das war halt unlucky. Timing. Ja, ja. Wenn ich da schaffe, die Wall zu setzen, dann können wir das so easy halten. Aber... Hätte ich einfach wieder in die Corner gehen sollen, damit wir einen besseren Winkel haben. Wenn ich rumziehen kann. Vielleicht mach ich nächste Runde. So did it is. Vielleicht mach ich nächste Runde mal Setup. B oder so? Setup. Ja, ich hab's ein bisschen mehr gehabt. Placing Swarm Grenade. Äh, gets the ball on the table. Placing Swarm Grenade. Blah, blah, blah. Ja, Crane off level. Ja, der Flank war gut. Aber die haben sich ja beide genau umgedreht, als du kamst. Das war richtig sass eigentlich. Ja, true. Extreme. Hier, Sniper. Hört mal auf, ey. Reveal A. Abilities A. R2, R2. Wir müssen klokotieren. Ich hab's hier mit der Mitte. A7. Wrong Grenade out. Wrong Grenade out. Bounce them. Oh, come on. Welcome to my world. Spike planted. Let's turn this. Oh. Oh, come on. Keine Art. Was ein unlucky Timing, Alter. Das war so fies. Du checkst sogar rechts und dann kommt der dann nach. Überschaut. Mich richtig erschrocken, ey. Das war richtig fies gerade. Jo, das Timing war halt terrible. Leon, du musst klatschen. Nein. Without love. Obwohl, Sabine macht absolut Sinn. Eins gegen vier. Mit ner Orb. Oh Gott, oh Gott, nein. Ich hielt ihn halt durch die Wand. Das ist ein Witz. Weil ihn tut durch die Wand, dass er trotzdem nicht tut ist. F***ing Pain. Komm, Owen. Sie sind so tot. Ich würde sagen, wir forcen hier nochmal, wenn Chamber Ultimate spielt. Rainer. Let's chamber bye. Ist ja, ist ja. Rail einfach. Also wenn die hier jetzt wieder durch pre-firen, dann haben wir auch schon halt gehen. Nee, aber die haben nie gepre-fired in den letzten Runden. Obwohl, ja immer da hätte einer sitzen können. Ja, noch sind die nicht close. Pass auf, die kann hier bestimmt entgegen, Tim. Das ist so ein Timing. Die sind gerade zurückgegangen. Die gehen jetzt safe an, oder? Ja, glaube schon. Wir kamen gerade zwei Leute entgegen. Na, es sind noch zwei Leute vor B. One is close. No job. Ist das unlucky? Amen. Steps. Here. Ja, es ist Amen, die Planken. Nice. Sehr gut. Zwei von denen kommen verspätet von B. Two coming from B. Ja, es ist schon Mitte. Von mid. Rainer ist out. Rainer out, Rainer out. Chamber, Rainer out. She got an op. She got an op. Jetzt hat sie ihn in der Endeffektion. Hat sie ihn. Nice. Die letzte Zweifel, die hatte Lineups. Weifel erst Lineups. Sie ist backside schon. Sie ist backside. Wo hatten die dann ihren Dings geschossen? Ist die einfach draufgepusht? Maybe, ja. Schade, Mann. Die Rainer hat einen schönen Header kassiert. Das war entspannt. Don't stop leaving. Ich glaube, Flanken bringt nichts bei denen, weil die einfach immer up aimen. Hinten den Flanken. Was? Achso, Flanken. Ja, ist schwierig. Ja, ja. Weil... Keine Ahnung. Die sind halt einfach ready. Die Alternative ist halt, nicht komplett zu flanken, sondern einfach nur close zu gehen, dass wir im Zavid zwar eine Rotation mitbekommen oder so. Aber es hat trotzdem Schade. Sprechen Alarm-Bot. Sprechen Swarm-Grenade. Turret out. Mitte. Und die setzen auch die White-Bot. Die jedes Mal passen. Nein. Den darf ich nicht fail, Mann. Ich dachte, der ist schon links durch. Das wäre ja links gezielt. Mitte durch. Ist vielleicht noch links, Tim. Pass auf. Fucking... Hä? Ey, es ist bei denen es wirklich so. Du guckst einmal kurz nicht hin. Denkst du, du hast alle Infos, die du brauchst. Auf einmal erscheint einfach irgendeiner von denen. Spawnt einfach aus dem Nichts. Wild. Sehr wild. Fassel, vielen Dank für deinen Follower. Thank you. Willkommen, willkommen. So ein Brett bekommen. Ich hoffe, wir haben eine gute Attack. Eigentlich habe ich eigentlich... Eigentlich habe ich das Gefühl, dass auf Pearl die Defense eigentlich immer ganz gut sein muss. Das wollte ich sagen. Und nicht eigentlich, eigentlich. Kyber, welcome. Das ist tough. Äh, ja, was kriegen wir hin? Also, jetzt eine, eine akzeptable Runde. Und dann sehe ich da noch Potenzial. Und unlimited power. Time for a field test. Ich glaube, tatsächlich Main, oder? Ja, ich glaube, es muss nicht sehr gut sein, dass es diesmal alles ist. Ah, let's say. Ich habe diesmal... Diese Harajan ist auch gerade wieder nicht da. Rainer mit. On the left chamber. Five of a wall on A. Sup, B. Welcome. Ah, die sind wahrscheinlich noch nicht da. Let's maybe. Nein. Chamele-Mitte. Das ist ja, das ist ja rotier. Mann, Mann, Mann. Oh mein Gott, einer ist noch link. Die haben jetzt eine Orb wieder. Deren Timing ist aber auch insane. Das ist mal, ne? Zwei Sekunden langsamer einfach. Und alles ist cool. Warte, das ist Leon aber klatschen lassen. Last player standing. Oh nein. Scheiße, ey. An sich läuft Velo ganz gut aktuell. Heute ist ein bisschen tough gerade. Come on, Alter. Gerade Platin. Platin 1. Nice try, Mann. NT, NT, NT. So. Die Frage ist, ist Pearl ne Attacker Map? Zeig mal, ja. I mean. I mean. Wir können nicht so viel machen gegen die auf jeden Fall. Und was meant ihr? Ist Pearl ne Attacker Map? Pearl ist ne Attacker Map, ja, ganz klar. Okay, sehr gut. Ne, eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, eigentlich. Oh nein, das wird schon. You gotta believe. Don't stop believing. Genau das. Hier. Was ist mit unserer Immortal? Das ist so dumm. Ich finde das so lustig, dass sie sagt, sie ist Immortal. Kein Immortal-Spieler sagt, ich bin Immortal. Immortal. Rechts müssen wir checken. Oh Gott, wir waren gegen. Rechts, rechts. Einer hinten. Secret. One secret. Na, die ist immer noch secret. Die machen das wirklich gut. Die nutzen halt ihre Informationen. Und so ist auch voll wenig Leute beziehen. Never surrender. Jetzt holen wir noch, I believe, in a miracle. Klar, dass wir keine Sage haben. Dann könnten wir immer so ein cheesy B-Plant machen. Aber lass mal über Mitte spielen. Ich kann mir vorstellen, dass die Mitte nicht so gut halten. Wenn da einer ist, dann rushen wir einfach rum. Jo. Die müssen wir eigentlich holen jetzt. Wir müssen halt... Wir müssen halt... Ja, komm. Ich forster rinnen jetzt. Was? Forster Motorsport. Keiner an den Nacken. Oh oh. Ja, perfekt gehalten. Oh oh. Auf einmal, ich sag so, ey, mit dem die Bestimmungen haben die zwei Leute Mittel. Scheiße. Scheiße. Er kommt jetzt auch hinter dir, ne? Er läuft doch bestimmt drüber. Scheiße. Oh nein. Ich hätte einfach door halten sollen. Cheesy B-Lang-Push. Mit Kammermöglichkeiten. Oh nein. Amira, was geht? Hi. Welcome. Wir haben gerade maximal eine Person aufs Spot gehabt. Die Fate war in Short. Die Sage war Mitte mit Viper-Abilities. Stay in the moment. Die anderen, keine Ahnung. Oh, hier, Chamber. Nah. Kann auch gar nicht so weit weg sein. Er hat sich weggeportet. Du hast einen Ports zur Mitte. So weit? Ja, ja. Ich dachte, das ist nerfed. Oh Gott. Oh Gott. Richtig. Die muss hier auch noch sein. Kannst du nicht einfach... Wollte nicht A gehen? Let's go back. Let's go back. Chamber, Chamber, Chamber. Run. Run einfach. Kodia. Run, you fool. Das ist jetzt scheiße. Nee, nee. 2v1. Nee, nee. Das passt schon. Sehr gute Flank-Pose. Wahrscheinlich geht's über Mitte. Ja, die ist so schnell. Die würde mich killen, wenn ich ankomme. My ultimate is ready. 30 Sekunden left. Ja, der ist hart. Swarm grenade out. Ja. Oh Gott. Das klappt. Lol. Der ist detained. Lass die neifen. Nein. Nein, lass nicht neifen. Okay. Wo ist der denn? Sie bietet uns ein Raust, Tim. Das Wort da, oder? Oh mein Gott. Ich hatte so Angst. Ich hatte so Angst gerade, dass der uns noch macht. Ja. Ja, ich meine, er hat uns, glaube ich, ganz gut gebildet da. Alter, warum lässt er sich denn detain? Ist ja insane. Ein paar wichtige Runden, ne? Voll. Sehr wichtige Runde. Wir holen das noch. Easy. Easy, easy. Tamam, tamam. Sheee. Mach mal slow, Mitte. Hm? It's slow? Slow, Matt? Yep. Hier spielt eigentlich immer einer. Und Art ist auch nur einer. Tu, 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 tu. Tu mal sowas, würde ich nach jedem aufgehen. If you mit Link. If you like Pina Colada. Dancing in the rain. Genau. Not in the yoga. Step links close von uns. Oh, na wohl. Sehen, dass die Oberwarrer rotated sind. Ging gerade echt gut für A. Da war Viper. Nice. Ja. Genau. Können leicht durch. Weiß ich nicht. Ja. Puschen durch. Das war so lucky. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Ah, Chamber kommt. Ich hab so einen Päck. Wie mal will ich so? Nein. Wie schon CD durch? Zwei. Beide waren Art. Beide waren Art. Beide von hier link. 100. Scheiße. Könnte immer noch Art sehen. Nice try. Schade, 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 schade. Brr. Matchpoint. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Scheiße. Ja, hey, let's try our best, you know. Let's try our best. Let's try our best. Show yourself on the beste Seite. Nicht wahr? Puh, puh, puh. Oh, andere geht es ja noch nicht durch, komm. Sage ist left side. Wenn du die hier kriegst. Das ist ja der Box meistens. Nein, sehr gut. Die gehen hier rüber. Zu A. Den Spike scheiße. Das ist gewollt auch. Der hat die Doors gewollt halt, ne? Ja, aber die gehen halt zu A gerade. Kann da dann auch gleich flinken. Gehst du langsam vor? Da ist sie. Nice. Ah, nice. Du hast die Spike. Ja. Die kommt Water. Der wird auch Art oder Water kommen. Ja. 120. Chamber 120. Link. Schönen. 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 Der Tänzer. Der Tänzer. Der ist der Tänzer. Es ist super schwer, ne? Ich glaube, das zu holen ist kaum noch machbar. Aber let's fucking go. Let's fucking go. I'm uphold. Let's fucking go. Oh, Mann. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so zynisch bin, ne? Aber ich denke, wie jede Runde unser Immortal-Spieler. Ne, ich finde das voll verständlich. Wenn du in eine Runde reingest und sagst, Leute, ich bin Immortal-Spieler, stehst du an 2,16. Vor allen Dingen, die Leute spielen ja immer auf den gleichen Spots die Gegner. Müsst ihr als Duelist eigentlich ganz gut sein, um halt zu wissen, wie du spielst. Mhm. Ich glaube, ich würde an seiner Stelle immer versuchen, Art zu facen. Weil halt Art immer der gleiche Spieler sitzt. Immer an der gleichen Stelle. Ich glaube, vielleicht geben wir tatsächlich mal B. Ich hab Ult. What? Okay, weiter ist A. Ich hab Ult. Ich hab Ult. Wir spielen nur auf Pistols oder? Die haben keinen Eko gehabt. Glaub ich, Viper hat aber nur Ultimates. Ein Ultimates. One down. Placing Swarm Grenade. Reloading. One stemming CD. Spikes down. Areas clear. Time out. Placing Swarm Grenade. Seven. Oh oh. Und shirt close. Unser Duelist. Schön. Immortal Aim. Immortal Aim. Immortal Aim. Oh, guck da. Nice. Immortal Aim. Let's go. Da ist unser Immortal-Spieler. Imagine, du bist Immortal-Spieler, ne? Dann kriegst du halt so erstmal. Aber, ey, es kann halt passieren, ne? Ich hab ja auch so viele Tode einfach, weil Timing Pech war. Das ist einfach, das ist manchmal einfach so. Manchmal war ein schlechtes Game. Aber dann schreib bitte nicht am Ende runter, dass du gut bist. Ich hab's am Ende. Wobei, eigentlich ist Friendly Venter ja immer am Anfang, ne? Ah, guck mal, jetzt die Ausrede. Er hat ein Exam geschrieben. Ja, ja. Okay. Ach so. Genau. Wie schreibst du denn ein Exam, während du Veloins spielst? Let's play. Es geht halt nicht. Wenn du, wie bei TFT spielst oder so, das verstehe ich. Du kannst ja nicht passiv Veloins spielen. Wichtig. Ja, das ist jetzt nicht so klar. Okay. Ja, lass A gehen. Oh. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Pass Main auf, Tim. Das schützt mich, ne? Einer ist Blauers. Gemma ist Blauers. Main, 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 Main. Angeschlagen. Achtzig. Nein. Gemma kommt aber nicht von da. Er kommt von woanders. No. Nice. Nice. Let's go. Sehr richtig. Let's go. Ist doch gut. Ich weiß grad, wie mein Puls hochgeht, aber richtig. So After Puls. Nicht, nicht der After Plans, sondern der After Puls, der hier hochgeht. Oh Gott. Danke. Vielleicht kann er die Dings kaufen. Die Rainer kaufen. Theoretisch. Rainer, can you buy? Ich kann es uns auch kaufen. Gern. Okay. Er hat mit der Pistole den Kick. Yo, er gibt mir einfach durch die Smoke. Perfekt. Ihr Liebs. Ihr Liebs einfach. Ihr Liebs. Wir wollen. Nein. Also, wie lieb ist die Schreie hier? Na ja, geil. Der hat keine gecheckt. Der hat keine gecheckt, ja. Zweifel in Druck. Ja, komm. Autschi. Jetzt, wo er seinen Google Doc zugemacht hat, um dich konzentrieren wurde. Jetzt, wo er gerade versucht hat. Ach, mein Richtiges Spiel. Das ist so ein Chroll, Alter. Aber das ist auch eine geile Ausrede, eigentlich. Ja. Den reporte ich erstmal, aber ich bin auch erstmal raus, es passt, weil jetzt ist Anni da. Joa, trotzdem, hat sehr viel Spaß gemacht. Joa, wir hören uns. Bye bye Bart. Schaut rein, ihr beiden, habt noch einen schönen Abend. Tschaui. Tough one, tough one. Ich reporte den erstmal. Ja, ja. Oh, jetzt war rein. FK, aha, aha. FK. Was trolling, so. Mann, jetzt haben wir ja zwei verloren. Aber ich habe minus 11 und minus 16 bekommen. Ja, easy. Das ist eigentlich entspannt. Ich habe minus 18, minus 17, aber ist auch okay. Ja. Aber ich habe auch zwei gar nicht so gute Games gehabt. Morgen müssen wir mal wieder gewinnen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich morgen da bin. Ah. Wahrscheinlich nicht, tatsächlich. Ach, schade. Was, mit Freitag? Ja, Freitag. Samstag, Sonntag? Ah, irgendwann. Ja, Wochenende auch wahrscheinlich eher, aber... Okay. Kann ich jetzt halt noch nicht so genau sagen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin auch schon viereinhalb Stunden live. Ich glaube, das reicht auch für heute. Reicht. Es war mir aber ein innerer... Innerer Disneyland-Besuch. Disneyland-Besuch. Du sagst es. Fantastico. Mhm. Ähm. Chat. Ich würde sagen, wir hören uns morgen. Morgen steht eigentlich auf dem Plan Hardcore Velogrind. Ähm, den ganzen Abend mal gucken. Wenn Leon nicht da ist, dann schwierig. Wenn Janni auch nicht da ist. Und, äh, wenn, äh, dann auch nicht Krischi da ist. Dann ist schwierig. Aber wir gucken mal. Ähm. Wir hören uns die Tage. Lasst es euch gut gehen. Ich, ähm, raide euch mal zum Bart, weil der noch live ist. Beharrt mit Bart. Danke, dass ihr hier wart. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Stream. Ich hab's sehr genossen heute. Leon, es war mir auch ein Fest mit dir zusammen. Gerne, gerne. Immer wieder. Wie immer. Natürlich. Ähm, Tina, bye. Lena, Millie, Gliss, ähm, Smee, Sana. Sana, bye bye. Wu, Royal Moon. Ähm, morgen bin ich... Dann bin ich morgen live. Ich glaub 19 Uhr. 19 Uhr. Umso 19 Uhr. So. Ungefähr. Also, bis morgen. Bye 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 bye. Bye 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 bye